Naja, ich hatte ihn Takiya-Vogel genannt und dann wollte er wissen, ja wo steht das im Koran, dass das erlaubt ist. Dann gebe ich ihm die Suren. Er so, ja, nee, du musst mir das jetzt zitieren, weil ich habe ihm vier Verse gegeben. Über die Takiya? Ich muss mir das zitieren und dann ich so, ja, schlag den Tafsir dazu auf. Er so, ja, nee, Tafsir sind keine Islamquellen, also er hat komplett alles geleugnet. Ich glaube, das sind auch Admins. Du musst vorsichtig sein. Der Pia Vogel hat auch gewisse Admins eingeschaltet bei sich, die kommentieren. Es ist nicht immer er selber, das ist ja das Problem. Da sind auch unwissende Trottel dabei, das ist das. Ah, ehrlich? Ja, ja, da musst du aufhören. Er hat einige unwissende Leute auch als Admins. Man muss immer gucken, man weiß ja nicht, ob er das ist oder seine Admins das sind. Das ist das Problem. Ach, du Scheibe. Okay, Ami, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und beschütze dich. Ja, dich auch. Gott segne dich und deine Familie. Ciao. Wenn ich online bin, gibt's nicht so, als wenn ich dann irgendwann zu Hause bin. Amir? Ja, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie auch. Alles klar bei dir? Wie geht's dir? Ja, absolut, Jesus, mir geht's gut. Dank dem Herrn. Dem Herrn sein Lob und Dank. Amen. Amen. Ey, was ich sagen wollte, und zwar ist es eigentlich okay, wenn man als Muslim einen Stein anbetet? Ja, das ist ja ein Teil ihrer Religion, dieser Götzendiener-Schrift-Praktik. Aber warum beschuldigen Sie dann Christen immer als Götzendiener? Ja, das ist ja das Problem, was wir haben. Christen sind ja absolut keine Götzendiener. Wenn sich aber einige Christen vor so einem Kreuz stellen und auf einmal anfangen, auch Stadien zu küssen, ja, das wirkt ja halt wie Götzendienz. Aber Jesus Christus hat sowas ja nie getan oder nie befohlen. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass in Sai Bukhari, Sai Muslim und in anderen Büchern der sunnitischen Auslegung steht, dass Mohammed selber diesen schwarzen Stein geküsst hat und diese Praktiken da vollzogen hat, die Kaber umrunden und sowas. Ja. Ja, das ist also absolut islamisch. Aber das, wenn Christen sich vor eine Statue niederbeugen und diese Statue küssen und sich streichen, ist absolut unbiblich, siehst du. Das eine befürwortet hat, das andere ist dagegen. So ist das. Und wie würdest du das nennen, wenn ich zum Beispiel, also zum Beispiel jemanden wie Mohammed, also mich gleich kleide, gleich dem Bart mache, mich gleich bewege, gleich rede, ist das nicht irgendwie eine Anhimmelung von dieser Person? Also bete ich diese Person? Natürlich. Ja, aber das basiert ja auf der Suche 33 Vers 21. In Allahs Gesangten habt ihr das beste Vorbild bis zum Tage der Auferstehung. Das heißt, alles, was er in seinem Leben so praktiziert hat, alles, was man so findet, ist nachahmenswert. Und da fängt das Gefährliche an. Wenn er also selber dann Leute angegriffen hat und zum Islam gezwungen hat, ist das nachahmenswert. Wenn er ein sechsjähriger Kind geheiratet hat, ist das nachahmenswert. Wenn der Mensch die Hände und Füße abgehackt hat, ist das nachahmenswert. Verstehst du, wie gefährlich das ist? Ja, das ist sehr gefährlich, auf jeden Fall. Sehr gefährlich. Deswegen gibt es auch so viele wahnsinnige Muslime auf der Welt, die bereit sind, so nur Gewalttaten zu verüben, weil ihr Vorbild gewalttätig ist. Das ist das ja. Ja, aber trotzdem wird er, obwohl er so viele Übeltaten gemacht hat, wird er als bester Mensch der Welt angesehen, sozusagen. Ja, das ist das Krankeste überhaupt. Deswegen sage ich ja immer, was meint die denn mit bester Mensch? Das soll also der beste Mensch sein, der diese ganzen Dinge getan hat? Ja, was ist dann der Herr Jesus, der nie einmal eine Sünde getan hat? Eindeutig Gott. Dann bin ich einverstanden. Wenn die Muslime sagen, das ist der beste Mensch, dann sage ich, okay, dann muss Jesus Christus eindeutig Gott sein. Ja. Wenn das der Maßstab ist, den ihr setzt, um einen Menschen zu definieren, guck mal, jetzt habe ich den Verstoß auch anbekommen. Nein. Amir, soll ich dir was sagen? Kann ich dir eine Geschichte erzählen, ganz kurz, was mir jetzt letztens passiert ist? Ja. Und zwar, guck mal, ich war jetzt zweieinhalb Wochen im Krankenhaus. Ich habe sogar einmal im Krankenhaus mit dir sogar noch geredet, aber ich habe nicht gesagt, dass ich im Krankenhaus war. Und neben mir war ein 80-jähriger Mann. Der konnte sehr, sehr schlecht sprechen und so bewegen und so gar nicht. Also der war wirklich, ihm ging es sehr, sehr schlecht. Und die Pfleger haben richtig auf ihn, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, geschissen. Also wenn er nicht essen wollte, dann haben sie ihn einfach sozusagen, ja, wir dürfen ihn nicht zwingen und sind halt wieder gegangen, ohne ihm was zum Essen zu geben. Und nach zwei Tagen konnte ich das einfach nicht mehr sehen halt, dass sie ihn so behandelt haben. Und dann bin ich halt hingegangen, habe ihn gefüttert, habe ihn motiviert, Essen zu sich zu nehmen, zu trinken und so weiter und so fort. Und das habe ich die ganzen zweieinhalb Wochen durchgezogen. Und die Leute kamen alle zu mir und haben alle gefragt, hä, wieso machst du das oder ist das ein Familienmitglied und so. Dann habe ich gesagt, nein, das ist eine Sache, das kommt von Herzen, das hat Gott mir in mein Herz gelegt, dass ich sozusagen so eine Liebe zu einem Mensch, den ich gar nicht kenne, ja, entwickle. Und das ist sozusagen für mich etwas, wo man Religion sieht, weißt du, was ich meine, wenn man solche Taten macht, ohne dass ich was, ich will das auch jetzt hier nicht erzählen, um mich zu profilieren, man sieht ja mein Bild nicht, man sieht ja auch nicht meinen echten Namen und so, aber ich erzähle das, weil das ist für mich, das ist für mich etwas Nachahmen, weil Jesus solche Taten gemacht hat, weißt du, was ich meine? Sehr gut. Ja, du beweist damit, dass Jesus Christus ein wahrhaftiges Vorbild ist. Verstehst du? Sehr gut gemacht, sehr, sehr gut. Wenn also Jesus Christus dir sowas beigebracht hat, so können wir davon ausgehen, dass Jesus Christus die Menschen zu Positiven verändert. Zum Beispiel, ich kenne auch ein, zwei Zeugen Jehovas zum Beispiel und bei denen, mit denen habe ich ja auch schon Ewigkeiten diskutiert und das Ding ist ja, bei denen, wenn die zum Beispiel in der Gemeinde, jemand baut da scheiße oder geht fremd oder sonst irgendetwas oder macht irgendeine Sache, dann wird diese Person ausgeschlossen. Ja, das ist Gemeindeordnung, das ist Gemeindeordnung. Genau. Wenn also, das steht auch im Korintherbrief, wenn zum Beispiel jemand diese Sache macht und nicht sein lassen will und das dann in der Gemeinde dann auch offen gesprochen wird und er dann halt partout nicht davon sein lässt, dann müssen sie ihn ausschließen von der Gemeinde. Das ist das. Ja, aber das Ding ist, guck mal, Jesus ist seine Jünger zum Beispiel, was waren das für Menschen? Waren das heilige Menschen? Alles Sünder, alles Sünder. Alles Sünder. Jesus ist zu denen Leute gegangen, die am Boden waren, wo kein Mensch hingegangen ist, die dreckigsten oder die kränkesten Menschen und er hatte keine Scheu von diesen Menschen. Er hat diesen Menschen die Hand gereicht und das habe ich zu denen eben auch gesagt. Ihr, ihr könnt doch nicht Leute, nur weil sie sündigen, komplett den Rücken kehren, weil Jesus hat das nicht gemacht, wenn ihr als Vorbild ihn nehmt, sozusagen. Ja, wir sollen uns ja auch in der Schwachheit aufnehmen, wenn jemand schwach ist, sollst du ihm aufnehmen. Ja, genau. Bist du noch da? Amir, man hört dich nicht. Amir? Amir, Bruder, man hört dich nicht. Bruder, bist du wieder da? Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, okay, man hört dich jetzt wieder. Das war gerade im Tunnel. Kannst du das nochmal wiederholen? Du hast dann was am Sagen. Achso, ich habe gesagt, der Herr Jesus Christus sagt ja auch zu uns, wir sollen uns auch in den schwachen Momenten ja aufnehmen und uns quasi dem einen oder anderen die Last tragen. Im Sinne von, dass man mit demjenigen redet und die Sünden bekennt und eine Lösung findet und alles. Verstehst du? Einer trage das andere Last. Ja, genau. Genau. Ich meine, ich verstehe das ja. Also wenn man jetzt das immer absichtlich macht und immer extra sündigt, aber eben, man muss trotzdem dieser Person nicht die Türe schließen, weil du machst das ja noch schlimmer. Ja. Wenn du kannst, zum Beispiel jetzt einer ist drogensüchtig, ja, da kannst du nicht sagen, ja, okay, der ist drogensüchtig, selber schuld, ich lasse den lieben. Nein. Du kannst trotzdem... Ja, wenn du willst, dass Gott dich rettet, ja, und du bist aber blind für andere Menschen, dann kannst du nicht gerettet werden. Ja, wir haben das Gleichnis doch vom verlorenen Sohn. Was haben wir in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom Herrn Jesus Christus mitbekommen oder mitgegeben bekommen? Dass es Menschen gibt, die zum Herrn gehören und auf einmal vom Herrn weggehen und dementsprechend auf einmal so ein ganz komisches Leben leben, aber Reue zeigen und wieder zurückkommen zum Herrn. Ja? Ja, genau. Als Beispiel des verlorenen Sohnes, sie fangen also auf einmal an zu sündigen und alles und sind so ein bisschen vom Herrn entfernt, aber der Herr wird ihn wieder aufnehmen in seiner Herrlichkeit, also er umarmt sie wieder wie ein liebender Vater. Ja, oder was viele immer zu mir sagen, ja, wie kann man denn sündenfrei überhaupt leben, ist das unmöglich. Dann sage ich immer, wir Menschen sind nicht sündenfrei, aber wenn dein Herz, wenn dein Herz, wenn du weißt, hundertprozentig in deinem Herz, du willst ein guter Mensch sein, du willst das, du willst zu Gott stehen, du willst, du hast zwar ein paar, sag ich mal, paar Laster, aber du willst das eigentlich gut machen, dann sieht das ja auch Gott in dein Herz, ja, aber wenn du, wenn du ihn verarschen willst, sozusagen, ah, ich spende jetzt jemandem irgendwie was und dann bin ich ein guter Mensch, dann dann das, so wie bei Muslimen. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja Blödsinn. Genau, aber bei Muslimen ist es ja so, dass die, wenn die zum Beispiel fasten, gibt's ja auch, da gehen sie auch zum Beispiel da bei Obdachlosen hin und spenden, weil die denken, das wird doppelt und dreifach angerechnet, aber das stimmt ja gar nicht. Ja, das ist ja, die denken, die können durch gute Taten sich das Himmelreich bedienen oder dass das ein Faktor sei, um ins Himmelreich zu kommen, aber das ist nicht so. Denn Mohammed sagt ja selber, niemand kann sich das Himmelreich bedienen durch gute Taten. Da haben die Muslimen gefragt, nicht einmal du, Rasulallah, da sagt er nicht einmal ich, es sei denn, Allah ist gnädig zu mir, siehst du, Barmherz, es sei denn, Allah verzeiht mir dann irgendwie. Genau, das Ding ist, wie zum Beispiel die Geschichte, wo ich jetzt gerade erzählt habe, wo ich jetzt den Mann zwei Wochen gefüttert habe, wenn ich das, das habe ich nicht gemacht, weil, damit ich vor Gott gut dastehe, weil wenn ich das nicht machen würde, könnte ich nicht mal, nicht mal behaupten, dass ich überhaupt mit Gott was zu tun habe. Verstehst du, was ich meine? Es zählt das nicht als, als, das ist einfach eine Sache, wo ich einfach denke, das muss von Herzen kommen, wenn du das nicht von Herzen, und das kann nur Gott dir ins Herz legen, weil sonst geht das nicht. Das ist so meine Meinung. Und ja, das ist halt, es ist schon traurig auch, was da abgeht, alles, aber naja, aber mit Gottes Hilfe werden wir es auf jeden Fall schaffen und mit einem reinen Herzen auf jeden Fall. Und noch was, ich bin nicht sündenfrei und ich bin nicht der Beste irgendwas. Das zeigt mir allen Menschen, die auf der Erde sündenfrei ist. Genau, genau. Ich habe auch meine Laster, ich habe auch, wo ich sage, ey, da muss ich an mich arbeiten, da muss ich besser werden, da muss ich geduldiger werden. Ja, das auf jeden Fall. Ja, in allem können wir aber Gott danken, dass wir durch ihn gerettet sind. Weil wäre Jesus Christus nicht gekommen, um diesen Preis zu bezahlen, dann wären wir alle verloren. Denn eine Sünde trennt uns ja von Gott, aber wir sind durch Jesus Christus freigesprochen. Ein Geschenk der Gnade, was wir nicht verdient haben, aber Jesus Christus ist in dem Fall so gnädig, dass er uns die Gnade anbietet. Und jeder Mensch kann nur Ja sagen, Herr, ich nehme dein Geschenk der Gnade an. Reinige mich mit deinem kostbaren Blut. Heilig. Guck mal, überleg mal, früher, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, hier auf Erden sozusagen, und man hätte diese Wunder gesehen. Also manche Leute haben ja nicht mal geglaubt, obwohl sie die Wunder gesehen haben, was er gemacht hat. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Das ist unglaublich. Also, das ist schon hart. Ja. Naja. Nee, aber wie gesagt, cool deine Arbeit, was du machst. Ich bin immer gerne in deinen Livestreams mit dabei. Man segelt sich meine wahlle Ehre, den wir Jesus Christus haben. Auf jeden Fall dich auch. Und ich hoffe, dass alle Leute, die hier zuschauen, wir wollen nicht gegen Muslime hetzen. Wir wollen einfach nur wirklich die Leute Jesus Christus ans Herz bringen. Und weil das wirklich wahre Liebe ist, dass es ohne Hass, er hat uns nicht irgendetwas erzählt, dass wir einen Menschen hassen sollen. Im Gegenteil, wir sollen für unsere Feinde beten. Wir sollen die Menschen, die mit uns sind, sollen wir gut behandeln. Und das ist genau das, was ich mitnehme. So sieht's aus. Amen. Danke dir vielmals. Gott segne dich von deiner Familie. Alles klar, mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald. Okay, ich dir auch. Ja, Gott segne dich. Danke, dich auch. Ciao, ciao. Jetzt hat er die ganze Zeit in den Kommentaren gesagt, hol mich jetzt rein, hol mich jetzt rein. Jetzt hol dich den rein und er hat kein Internet verboten. Guck dir das mal bitte an. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, super. Toller Typ. Das haben du gut gemacht. Du hast das gut gemacht. Haben du gut gemacht. Gottes Segen, ihr Lieber. Derja. Derja möchte rein. Hallo, Gottes Segen, Amir. Gottes Segen, derja. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch und deine Familie. Und zwar wollte ich hier ganz kurz so ein kleines Glaubensbekenntnis abgeben. Ich würde ganz kurz von meinem Leben erzählen. Ja. Also ich selber wurde als Muslima geboren. Mein Vater war Moslem. Meine Mama ist Christ. Aus welchem Land kommst du? Aus der Türkei. Okay. Und bei mir ist es so, mein Vater war alleinerziehend und er hat es natürlich nicht leicht gehabt. Er hat mich auch sehr oft geschlagen mit der Rechtfertigung, das darf man im Islam. Ja, warte, ich mache mal ganz kurz ein paar Sachen und dann kannst du weitererzählen. Oder du erzählst das und erzählst das nochmal. Wie willst du das machen? Ich würde mir das gerne nochmal anhören. Mir egal. Also ich kann gerne weitererzählen. Ich hoffe, du hörst auch zu und die anderen auch. Und ja. Ja, gut. Dann erzähl einfach für die anderen, die hören dir zu. Ich komme jetzt gleich wieder. Also ganz kurz nochmal. Ich wurde als Ex-Muslima geboren. Mein Vater war alleinerziehend, hat mich alleine großgezogen, hat mich jahrelang geschlagen. Ich war Opfer von häuslicher Gewalt, jahrelang. Bin dann dadurch auch in eine Wohngruppe gekommen und bin dort auch aufgewachsen. Und ich habe mich jahrelang oder beziehungsweise mein Leben lang gefragt, was ist überhaupt der Sinn dieses Lebens. Ich habe auch den Koran gelesen, habe auch gebetet und so weiter. Aber ich habe nie diesen innerlichen Frieden gefunden. Dann war ich an einem Punkt, ich weiß nicht, ob ich jetzt gesperrt werde, ich hoffe nicht. Dann war ich an einem Punkt, wo ich mir das Leben nehmen wollte und dachte mir, okay, jetzt ist es vorbei und Allah wird mich sowieso in die Hölle schmeißen, wenn ich mir das Leben nehme. Weil ich bin eine Sünderin gewesen. Ich habe viele falsche Sachen in meinem Leben gemacht. Und wenn ich mir jetzt das Leben nehme, bin ich in der Hölle. Und an meinem dunkelsten Tag oder an meiner dunkelsten Zeit meines Lebens hat Jesus zu mir gesagt, meine Tochter, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Auch wenn du vielleicht nicht verstehst, was ich jetzt in deinem Leben mache, du wirst es irgendwann verstehen. Deine Zeit zu gehen ist noch nicht gekommen. Und dank dem Herrn Jesus Christus habe ich mir nicht das Leben genommen und habe wirklich inneren Frieden gefunden. Und ich bin dem Herrn so was von dankbar, dass er mich vor dieser Finsternis bewahrt hat. Ja, mit dem Islam hätte ich niemals diesen Frieden finden können. Also auch nicht durch meinen Vater, der mir beigebracht hat, wie man den Koran liest, der mit mir in die Moschee gegangen ist. Ich hätte niemals diesen Frieden finden können, nur mit dem Herrn Jesus Christus. Warum redet Amir gerade nicht? Gott segne euch alle, meine Lieben. Amir? Er liefert aus, erzähl noch was. Ja, ihr könnt gerne Fragen stellen, solange Amir kommt. Ich lese ja die Kommentare. Ich kann euch gerne darauf antworten. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr im Glauben. Mittlerweile bin ich 22 Jahre alt. Gina, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ja auch so viele Leute zuhören. Ich habe das wahrscheinlich gar nicht richtig verstanden, was er gesagt hat. Ja, ich habe mich taufen lassen. Ich möchte die Fati ja gar nicht aufzählen, weil ich gar keine Muslima bin. Ich habe mit beiden meiner Eltern keinen Kontakt. Also mein Vater sagt sowieso, dass ich in die Hölle kommen werde. Hat mich auch als Menschenanbeterin betitelt. Ja, genau. Ich habe mich hier bei mir in der Umgebung in einer Gemeinde taufen lassen. Meine Freunde, also ich hatte ja davor viele muslimische Freunde. Manche haben mich dafür respektiert. Manche haben auch die Freundschaft mit mir beendet, haben gesagt, dass ich den falschen Weg gehe. Also ich habe auch sehr viele Freunde dadurch verloren. Ich habe auch kaum muslimische Freunde mehr. Aber das ist auch okay so, weil ich habe meine christlichen Geschwister und damit geht es mir auch gut. Und das ist auch genau das. In Gottes Segen, meine Lieben. Ja, Kringo. Hast du auch die Zungensprache empfangen, Deria? Nein, tatsächlich nicht. Ich war mal mit einer Freundin in einer Gemeinde, freikirchliche Gemeinde war das, glaube ich. Und da haben die mit den Zungen gebetet. Da war ich aber noch ganz frisch im Glauben. Und ich habe selber persönlich noch nie mit Zungen gesprochen. Ja, also ich persönlich halte von Zungensprache auch gar nichts. Keine Ahnung, irgendwie ein bisschen komisch. Aber ja. Doch, es gibt einen Gott außer Allah. Das ist nämlich der Herr Jesus Christus, der auch am Ende siegen wird. Deria, den du da gesehen hast, ist nicht Jesus, sondern der falsche Messias, der dich in die Irre führt. Glaub mir, nein. Ich glaube, wenn er mich in die Irre führen wollte, dann hätte ich mir wahrscheinlich das Leben genommen. Genau, Jesus hat schon gesiegt am Kreuz von Golgatha. Amal, schau mal, du schreibst ja, glaub an, was du willst. Aber ich denke, wenn wir schon das Potenzial haben, das Evangelium zu verkündigen, was uns ja auch gesagt wird, dass wir das tun sollen, warum sollten wir das dann nicht machen? Also wir Christen sind ja dazu da, um die Finsternis aufzudecken. Ich komme aus Rheinland-Pfalz. Ich habe hier gerade eine Benachrichtigung bekommen, dass mein Live für 10 Minuten gesperrt wird. Hat das irgendwie was zu bedeuten? Gehe raus und wieder rein. Okay, Leute, ich gehe raus und komme wieder rein. Bis dann. Und dann, okay. Das war's für heute. 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 Soll ich das so drauf tun? Oder ich mach das hier drauf. Das war's für heute. 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 Dein Hund hat uns unterhalten. Das war's für heute. 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 Ja, bei mir. Das war's für heute. 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 Genau, genau. Das war's für heute. Also, ich kenne, Und wenn ich nicht, das war's für heute, Das war's für heute, Ja, danke, ja. Das war's für heute. Ich profitiere über den Herrn Jesus Christus. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und sie wird ein Kind gewähren, das den Namen Immanuel trägt. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und wenn du weiterlesst, im gleichen zwei Kapitel weiter, Kapitel 9, Vers 5, heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und das ist der Herr Jesus Christus. Okay, okay, also starker Gott. Ja, ja, okay, dort hast du Jesaja Kapitel 9, Vers 6 gerade, sag ich mal, wiedergegeben, genau, okay, alles klar. Aber wenn wir jetzt Psalm 82, Vers 6 lesen, ich glaube, das weißt du auch, dann sagt Gott, besser gesagt, genau, Gott, ich habe gesagt, ihr seid Götter und allzumal Kinder des Höchsten. Was verstehen wir jetzt darunter eigentlich? Ja, Kinder sind wir alle, Kinder des Zorns, Kinder des Herrn Jesus Christus, aber der Herr Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde. Ja, ja, aber hier steht ja auch, ihr seid Götter, also ich will dir nicht zu nahe treten, aber bist du jetzt auch ein Gott? Nein, natürlich nicht. Aber du wirst hier als Gott betitelt und Jesus wurde ebenfalls als Gott betitelt. Und Moses wurde ebenfalls als Gott betitelt. Nein, er wurde nicht als Gott betitelt, der ist ein Prophet, das weißt du auch ganz genau. Nein, 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 zweite Mose Kapitel 7, Vers 1. Siehe zu, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Ja. Hier wird Moses dem Pharao gegenüber als Gott betitelt. Ist er aber auch ein Gott? Ist er ein Gott, wenn jemand ihn einfach so betitelt? Genau, genau. Und Jesus wurde ebenfalls als Gott betitelt, aber er ist nicht der einzig wahre Gott. Nein, 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 mein Lieber. Kann jemand sagen, ich und der Vater sind eins, was meinst du? Ich und Gott sind eins? Johannes 10, Vers 30? Ja. Okay, dann habe ich hier Johannes 17, 21 für dich. Da bleiben wir erst aber bei Johannes 10, Vers 30. Okay, was verstehst du unter der Vater und ich sind eins? Ja, eins im Wesen. Eins im Wesen, okay, sind beide dasselbe? Okay, gibt es einen Propheten, der sagte, ich und Gott sind eins? Wir sind doch alle... Einfach nur mal eine Aussage, egal wie du dreht und wendet, gibt es diese Aussage? Äh, nein. Oh, danke schön, was bedeutet das dann? Was bedeutet das dann? Wir spielen hier nicht mit so einem Idioten. Mach nicht einen auf dumm. Entspann dich doch. Ich entspann mich sehr, aber wenn ich merke, dass du auf einmal so flüchten willst, na, du bleibst schön hier. Du bleibst schön hier und sagst, welcher Prophet hat gesagt, ich und Gott sind eins? Das hat Jesus gesagt. Aha, also was macht er sich in dem Moment? Er macht sich aber nicht Gott gleich. Was macht er sich in dem Moment? Er macht sich nicht Gott gleich. Aha, danke schön. Und jetzt kannst du schön zu deinen antichristlichen Drecksekte gehen und... So. Willst du mit mir spielen oder was? Weißt du, ich weiß nicht, wer diese Leute hier sind? Dieser antichristliche Geist und was für ein Zeugs, der da redet. Genau dahin habe ich dich gebracht. Weil du möchtest die Wahrheit nicht erfahren. Du möchtest die Wahrheit nicht. Deswegen kommst du mit diesem Dreck um die Ecke. Deswegen wollte ich dich schön aus deinem Mund sprechen lassen. Was macht er sich in dem Moment? Ja, er macht sich zu Gott. Dankeschön. Hast du dein eigenes Kriterium, was du gesetzt hast, selber beantwortet. Das war's. So lockt man die ganzen Leute aus. Nur durch ein, zwei Sätze. Das war's. So, jetzt kannst du zuhören. Hör zu, kannst du jetzt machen. Da kannst du mal sehen. Hör zu, kannst du jetzt machen. Bruderherz, Gottes Segen. Ich bin's wieder. Mach ich da irgendwo, wo deine Nase geküsst hat. Amir. Bruder. Hörst du mich? Ja, ich glaube, das ist mein Lieber. Ja, ich glaube, das ist mein Lieber. Ja, aber ich habe dich unterbrochen gehört. Äh, hast du verstanden? Nochmal, sag mal was, weil ich habe dich unterbrochen. Ja, ich bin hier. Amir. Ja, ich bin hier. Bruder, ich habe ein Video gesehen, das geht so von dir, sag ich mal viral. Du hast doch mit einem so debattiert von diesen Moslems. Ähm, es ging doch darum, ähm, die, die Suche, wo es heißt, macht euch Christen und Juden nicht zu Freunden. Weißt du noch? Ja. 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 Und jetzt pass auf, Bruder. Ich habe festgestellt, weil ich habe vier verschiedene Korane in Koran, äh, diese Suche mir angeguckt. Die haben das geändert, man. Schleichend haben die das geändert. Auf Albanisch habe ich das gesehen. Äh, erster Ding, äh, Koran mit Stempel von Mekka, äh, steht drin. So, äh, macht ihr die Christen und Juden nicht zu Freunden, wortwörtlich, okay? Ja. Hörst du mir zu? Ja. Ja. Und dann habe ich eine andere Übersetzung. Da heißt es, macht euch die Christen und Juden nicht zu Freunden und Beschützer. Dann habe ich noch eine Übersetzung, äh, die heißt, macht euch die Christen und Juden nicht zu, äh, Beschützer. Dann haben sie diese Freunde weggelassen. Dann habe ich noch eine, dann habe ich noch eine, die dann, ähm, äh, sagt, macht euch die Christen und Juden nicht zu Schutzherren. Guckt ihr es an, Bruder. Vier verschiedene Dinger. Und das erste war mit Stempeln von Mekka. Das Wort ist Aulia. Ja, Bruder, warte. Ich höre mich doppelt. Ja, ja, ein Moment, warte, warte, kurz. So, jetzt. Warte. Ja. Jetzt, Bruder. Ja, auf jeden Fall, weil der das so hingestellt hat, der hat ja dich als Lügner betitelt. Und ich wollte es nochmal klarstellen, das wurde verändert. Ich habe den Koran vom Mekka mit Stemmen... Hör mal, hör mal, hör mal. Aulia. Aulia. Hast du das gehört? Das ist das Wort. Aulia bedeutet Freunde. Ja. Jeder von euch kann das nehmen. Man kann den Vers kopieren, also den Dings kopieren, das Wort kopieren und dann kann man das einfügen. Amir, Bruder, ja, auf Albanisch ist das auch so übersetzt. 100% mit dem Stempel vom Mekka. Ich sage es dir, die haben das geändert und die ändern es absichtlich. Die machen so eine schleichende Reformation bei ihnen. Und glaubt mir das, ich sehe das so, weil vier verschiedene Dinger und das ist nicht nur da, sondern auch in anderen Stellen. Aber jetzt diese Stelle, die wurde geändert von denen. Ich weiß jetzt nicht, in der neuesten Auflage von irgendwelchen Übersetzungen, 100% haben die das geändert. Aber ich habe diesen Koran daheim. Das steht so da, ne? Das wollte ich mal auf jeden Fall klarstellen. Die ändern das und da geht Takiyah ohne Ende, Bruder. Takiyah ohne Ende. Ja, natürlich. Und dieser hört zu, der ist mit seinen anderen Kollegen. Denk nach, das sind ganz krasse hier. Das sind ganz krasse Hodjas mit Takiyah unterwegs. Das ist auch der Hammer. Ich kenne diese Leute. Deswegen wollte ich nur, dass er den Satz aus seinem Mund zeigt. Damit alle das hören, dass Jesus sich selber zu Gott macht. Deswegen habe ich gesagt, jetzt kannst du wieder zurückgehen zu deiner Sekte. Tschüss. Bruder, die nehmen nur das ganze Gespräch hier auf. Die warten auf einen quasi Fehler oder so. von dir, nehmen das auf und stellen das rein. Ich weiß. Aber ich gebe Dämonen keine Plattform. Dämonen werden hier bei mir plattgemacht. Deswegen. Die kennen Dr. Schema, wo haben wir. Dämonen werden bei mir hier richtig zerbombt. Ganz einfach. Deswegen. Das wollte ich dir sagen. Pass auf, Bruder. Das ist unnötig. Gib denen keine Plattform. Du hast viele Leute, die dir folgen. Und es macht keinen Sinn, mit denen zu debattieren. Das führt zu nichts. Wie gesagt, ich habe schon sehr oft mit diesen Leuten reden. Ich kenne diese Leute, ja. Und ich will sie immer wieder dahingehend bringen, damit sie antworten, damit alle das hören, damit sie ihre Philosophie aufgeben und einfach bloßgestellt werden. Fertig aus. Ganz einfach. Das habe ich bei Denk nachgemacht, wo ich ihnen gesagt habe, wenn Gott uns also nicht bestraft, aber wo bestraft uns denn Gott? Ja, weil wir sündigen. Also wenn wir nicht sündigen, dann bestraft uns Gott nicht. Dann sagt er, nein, auf keinen Fall. Dann sage ich, Dankeschön. Da hast du deine Religion gerade demoliert. Weil Mohammed gesagt hat, dass Allah schon diejenigen für das Völd und Völd und Feuer bereit gemacht hat, die dafür bereit sind. Und die für Paradies, die dafür bereit sind. Ja, super. Ein Kind, das noch nie gesündigt hat, hat auch nicht die Berechtigung, ins Zimmerreich zu gehen. Hat er seine ganze Religion demoliert. Dankeschön. Bruder, du machst es sehr, sehr gut. Du machst es sehr gut. Pass auf, mach das. Das ist nur so von Bruder zu Bruder. Pass auf dich auf. Übertreib mit denen nicht, weil das führt zu nichts. Wenn jemand wirklich was wissen will, soll er fragen. Ich will dir noch was sagen. Die Suche, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wo Allah sein Wort in Maryams Bauch einhaucht, wurde auch verändert. In der albanischen Version mit dem Stempel von Mekka heißt es wortwörtlich, Allah, also er oder wir, wie die immer sagen, wir hauchten Maryam das Wort in ihr ein. Ja, aber wo haupte Allah das Wort in ihr ein? In den Bauch, ne? Im Bauch. Nein. Allah benutzt das Wort Farjaha. Farjaha bedeutet Vulva. Er pustet also in die Vulva von Maria. Guckt ihr diesen Müll an. Was ist das? Bei mir, bei mir, bei mir stand es. Ich bin da hundertprozentig eigentlich sicher, das stand. Es kann sein, dass ich mich jetzt ehre. Aber das stand so da, ne? Das ist eine Balkon. Also ich meine, ja. Was ich meine, ja. Aber wie gesagt, es kann sein, dass sie sich da auch wieder was Neues da eingeändert haben oder was auch immer. Ich habe euch da beigebracht, dass ihr eine Wortstudie unternehmen solltet. Ihr habt also den arabischen Text und eine Transliteration und dann könnt ihr diesen arabischen Text nehmen und dann könnt ihr dieses Wort kopieren und selber mal einfügen in ein arabisches Wörterbuch. Seid doch schlau, Mann. Bruder, aber die sagen, arabisch ist unübersetzbar oder nicht? Dann ist Allah der dümmste Gott, muss man dann sagen. Warum nimmt er denn eine Sprache, die man gar nicht übersetzen kann, um seine Botschaft nach vorne zu bringen? Genau. Hocharabisch. Wie blöd ist dieser Gott dann? Hocharabisch, tiefarabisch, arabisch-arabisch, syrisch-arabisch, irakisch-arabisch. Wenn jemand sagt, arabisch kann man nicht übersetzen, dann sagst du Dankeschön. Dann ist dein Gott der dümmste Gott, den es überhaupt gibt, dass er eine Sprache wird, die man gar nicht übersetzt und wir alle zur Hölle fahren. Super. Dankeschön. Zum Brummen. Hör mal zu, was soll ich jetzt übersetzen? Tiefarabisch, Hocharabisch? Okay, mein Lieber. Möchtest du noch was bitten? Nein, Bruder. Ich küsse dein Herz. Mach's gut. Gott segne dich. Gottes Segen, mein Lieber. Ciao, ciao, ciao. Mach's gut. Ja, moin. Ja, moin. Freund, hörst du mich? Ich höre dich. Ich küsse deine Familie. Ja. Ja. Alla dich auch. Ich habe nur eine Frage. Ob darf ich auch? Vielleicht auch zwei. Ich sah, also Jesus, nicht gesagt, bete nicht mich an, sondern bete den an, den ich anbete. Hat er das gesagt oder nicht? Ich glaube nicht. Du lachst jeden aus. Du verhältst dich alles andere als Nächstenliebend. Du machst jeden runter. Mein Lieber ist nicht die Wahrheit, dass ich die Wahrheit sage. Ja, nein, nein, nein. Du bist weder Nächstenliebend, du bist nur verletzend. Du bist wirklich eine Schande fürs Christentum. Und das sage ich dir. Und meine Eltern sind Christen. Meine Eltern sind Christen. Und du bezeichnest dich als Christ. So, möchtest du dich beruhigen? Was? Möchtest du dich beruhigen? Ja, ich beruhige mich. Beruhigst du dich auch? Ich bin die ganze Zeit ruhig. Ich beöne dich nur. Du machst in meinem Lifestyle nicht den Macker. Nein, nein. Das möchte ich auch gar nicht. Aber du kannst doch nicht jeden runter machen. Du lachst jeden aus. Das ist gar kein Problem. Du erwähnst etwas Lustiges und ich lach aus Menschlichkeit. Siehst du, du lässt mich auch nicht aussehen. Das ist keine Menschlichkeit. Nein, das ist keine Menschlichkeit. Das ist Menschlichkeit. Okay, dann dürfte ich ja auch über manche Dinge lachen. Bitte? Also, Jesus hat gesagt, betet nicht mich an, sondern betet den an, den ich anbete. Ja, das ist der Vater. Oder nicht? Ist Allah der Vater? Allah hat Jesus erschaffen. Ist Allah der Vater. Nein, er hat ihn erschaffen. Also, dann betest du irgendjemand anderes an. Nein, ich bete den an, der Jesus erschaffen hat. Ja, wie nennt denn derjenige, der Jesus erschaffen hat, laut deiner Logik? Wie nennt er ihn denn? Wieso? Wie nennt er ihn denn? Wie nennt denn Jesus Christus denjenigen, der ihn auf diese Welt gebracht hat, also gesandt hat? Er nennt ihn Vater. Ist Allah der Vater. So, Allah ist der Vater aller Menschen. Habt ihr das gehört? Aller Menschen. Guck mal, er hat seinen eigenen Koran gerade demoliert, weil Allah sagt, ich bin von niemandem der Vater. Habt ihr das gehört? Nein, das hat er nirgendwo gesagt. Das hat er nirgendwo gesagt. Er sagt, ich habe nicht gezeugt und ich zeuge nicht. Bist du ruhig, bist du ruhig, bist du ruhig. Surah Almeida, Ayah Abel. Nein, aber lass mich dann auch in Ruhe ausreden. Kannst du bitte mal für uns vorlesen? Du hast gerade deinen eigenen Koran widerlegt. Perfekt, danke schön. Nein, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch, was du da sagst. Doch, dein eigener Gott sagt, ich habe keine Kinder und bin von niemandem der Vater. Du weißt doch, was ist eine Metapher und was nicht. Und du weißt... In jeglicher Beziehung hat Allah keine Kinder, gar nichts. Das, was du und Allah hast, ist ein Sklave Meisterverhältnis. Genau, Allah erschafft. Aber Allah hat auch mich erschaffen. Du kannst Allah den Vater nennen. Nein, Allah hat mich aber doch erschaffen. Ja, aber du hast gerade gesagt, dass Allah der Vater der Menschen ist. Lass mir das mit Allah und Gott, lass mir das. Moment. Wie heißt in der arabischen Bibel, wie heißt Gott in der arabischen Bibel? Habe ich aber recht gehabt mit dem, was ich sage aus dem Koran? Hallo, ist das wahr, was ich gesagt habe? Das ist Allah nicht der Vater der Menschen. Er heißt genau Allah, wie woanders auch. Okay, darf ich dir mal ganz kurz was zitieren? Dann wirst du sehen, dass wir zwei Allahs haben. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Allah die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Allah hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Mein Allah und der Bibel hat einen Sohn. Dein Allah hat keinen. Wen betest du an? Tja, ich bete Allah an. Weil er hat Isa auf die Welt gesandt, beziehungsweise er hat Isa geschaffen, um die Welt zu retten. Und wieder hat die Welt nicht gehört. Oder streitest du das ab? Hallo, mein Lieber, du siehst doch, dass es zwei Allahs sind. Du siehst, hallo, du siehst doch, dass es zwei Allahs sind. Nein, es gibt keine zwei Allahs. Der Gott der Bibel, der Gott der Bibel, mein Lieber, mein Lieber. Ja. Du musst auch mal zuhören und auch mal was lernen. Du siehst also, dass der Gott der Bibel, wenn du ihn schon Allah nennst, weil du hast mir gerade ja das Triterium genannt. Die Christen nennen, die arabischen Christen nennen Gott Allah, richtig? Auf jeden Fall. So. Und wie passt das denn dann zusammen, mein Lieber, wenn auf einmal in Johannes 3, Vers 16 von Allah die Rede ist und es heißt, denn so sehr hat Allah die Welt geliebt, also Gott, denn so sehr hat Gott Allah die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wie geht das denn, wenn Allah keinen Sohn hat? Laut deiner Logik. Na gut. Und du sagst mir, die Bibel ist von vorne bis hinten. Aber du musst jetzt mal einsehen. Du musst jetzt mal einsehen, dass es zwei Allahs gibt, richtig? Ich will doch gerade was sagen. Du lässt mich gar nicht aussprechen. Warum machst du sowas? Ich möchte, dass du erst mal verstehst. Bist du damit einverstanden, dass der Gott der Bibel einen Sohn hat und dein Allah überhaupt keinen Sohn hat? Das mag ja sein. Das mag ja sein. Danke schön. Was du sagst? Ich bestreite gar nicht. Nein, Moment. Ich bestreite gar nicht, dass das so in der Bibel steht. Das bestreite ich überhaupt nicht. Aber möchtest du bestreiten, dass etliche Bücher aus dem Evangelium rausgenommen wurden? Ach so, aus dem Evangelium rausgenommen worden sind. Was ist denn aus dem Evangelium rausgenommen? Ich möchte jetzt nicht, Moment, ich möchte nicht explizit... Kannst du mal deine Hand wegnehmen vom Mikrofon? Ach so, Entschuldigung, ich habe die Hand hier hinter. Entschuldigung, tut mir leid. Ich möchte nicht explizit auf apokryphe Schriften eingehen, aber die Bibel ist doch insoweit verfälscht, indem man etliche Bücher rausgenommen hat. Oder nicht? Was hat man denn rausgenommen? Also ich sage dir mal eins, meine Eltern sind Christen. Ich bin Muslim, meine Eltern sind Christen. Ich bin Deutscholänder. Und ich habe vor zehn Jahren den Islam angenommen. Alhamdulillah. Den schlimmsten Fehler deines Lebens. Ich habe bis jetzt keine negativen Erfahrungen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Und steht im Koran... Weißt du, ich rede nicht über Extremismus. Ich rede nicht über dies oder das oder was auch immer. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Darf ich kurz mal eine Zwischenfrage stellen? Du hast gerade gesagt, dass deine Eltern Christen sind. Ja, natürlich. Und du jetzt zum Islam konvertiert bist. Sind deine Eltern den Islam so abgeneigt? Wollen sie den Islam haben oder nicht so? Oder leben sie einfach ihr Leben? Die sind... Nein, die sind dem Islam nicht abgeneigt. Meine Eltern sind keine trinitarischen Christen. Nein, das habe ich nicht gefragt. Die sind keine... Meine Eltern... Hast du ihnen... Hörst du mir überhaupt zu? Hast du ihnen mal von Islam erzählt? Ja, natürlich höre ich dir zu. Okay, hast du ihnen mal von Islam erzählt? Mein Freund, ich bin 47 Jahre alt. 47 Jahre alt. Ich habe hier eine Frau mit einem elfjährigen Kind. Ja? Moment. Das sind auch keine Muslime. Verstehst du das? Verstehst du das? Also, bist du mit der verheiratet? Und ich sage... Nein, Moment. Das, was ich dir jetzt sagen will, und das trifft nicht... Soll nicht dich treffen oder sonst was. Und genau das sage ich jedem Muslim, der hetzt gegen andere... Du hast dich stumm geschaltet. Natürlich ist da ein Kefir. Der hat auch nichts mit dem Islam zu tun. Der weiß ja noch nicht mal, dass er seine eigenen Familienmitglieder nicht zu Freunden nehmen darf. Suche 9, Vers 23. Da musst du sie verachten. Position ungenau. Suche Satellite. Hallo, du kannst dich nicht hier... Äh, wo bist du? Ah, super. Ja, man merkt richtig, dass diese Leute überhaupt gar keine Ahnung haben, wovon die da reden, ne? Und dann sagen die, ja, in der Bibel ist doch auch Allah, Allah, was Allah? Ja, okay, dann nehmen wir doch dieses Argument mal und dann gehen wir das Ganze mal durch. Allah, okay, perfekt. So, der Gott der Bibel, den die Allah nennen, hat aber einen Sohn. Ja, wie passt das denn mit dem Gott des Islams zusammen? Der sagt, ich habe überhaupt gar keinen Sohn. Suche 5, Vers 18. Ich lese euch das mal vor. Guck mal hier. Was noch schlimmer ist. Er sagt sogar, Fluch sei auf diejenigen, die sagen, dass Allah sich einen Sohn genommen hat. Allahs Fluch über sie. Ja, zehn verschwendete Jahre. Ich weiß nicht, wer den manipuliert hat. Habt ihr das gesehen? Der hat überhaupt gar nichts mit Islam zu tun. Überhaupt nichts mit... Gar nichts, nichts. Suche 5, Vers 18. Suche 9, Vers 30. Das darf ich nicht. Ex-Muslim, Mann. Bist du ein Ex, Schia? Du bist ein Ex, Schia? Nein, ich bin ein Ex, Mia. Ex-Muslim, Mann. Du bist ein Ex, Schia. Als hättet ihr irgendwelche Eidechsen in sich. Ich bin ein Ex, Schia. Uff, 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 Uff. Ach, Uff. Hahaha. Hahaha. Ist das krank, ey? Hallo, Amir. Hallo, da. Hallo, Sugar, Melanie. Es geht sehr gut um dich, dir. Ja, mir geht's, blendet, handel Jesus, mir geht's gut. Ich hätte nur eine Frage. Ich wollte wissen, wegen Muslime, ich check das wirklich nicht und da du den Koran besser kennst. Also ich wollte wissen, die Muslime glauben ja an das alte Testament oder nicht. Ja, aber nur das, was denen gefällt. Sobald das gegen den Koran spricht, da glauben die nicht mehr dran. So bekloppt. Das war doch meine Frage, weil im alten Testament steht doch, dass Jesus kommen wird. Und wieso glauben sie nicht daran? Ja, weil das nicht mehr zu ihrer Theologie passt und man den Koran dann in die Tonne kloppen muss. Deswegen lassen wir es dann sein. Okay, aber die sagen, das ist doch trotzdem Gottes Wort. Das heißt, sie haben selber ausgewählt, welche Worte vom Gott sie glauben werden. So verrückt ist das Ganze im Islam. Aber sie wählen also aus, solange es nicht mit der Theologie des Islams zusammenpasst, ist es verfälscht. Ganz einfach, guck dir das mal an, sie machen es sich ganz einfach. Aber sie dürfen nicht sagen, dass der alte Testament verfälscht ist, oder nicht? Nein, das würde ja Gottes Allmacht in Frage stellen, denn niemand vermag es, die Worte Gottes zu ändern. Dann brauchen wir gar nicht an Gott zu glauben, wenn jemand die Möglichkeit hat, Gottes Worte zu verfälschen. Dann ist Gott ja ein Hampelmann. Und an Hampelmänner kann ich nicht glauben. Keiner kann an Hampelmann glauben. Das ist so behindert. Ich habe niemals behinderte Sachen gehört. Die sind so bekloppt, Mann. Nur wenn man das weiß schon, bist du noch Muslim und du weißt das. Das ist so eindeutig, dass das erfunden wurde, alle diese Sachen. Dann sage ich doch, wenn du dann tief in die Materie eindringst, dann siehst du, dass der Mohammed, wie ich schon das tausendmal erwähnt habe, dass er diese Verse alle gemacht hat, um an Ruhm, Reichtum und Frauen ranzukommen, ne? Ja, ganz genau. Und ich habe noch mit einer Muslimagästin gesprochen. Ich habe ihr gesagt, findest du das normal, dass Al-Ahti 72 Jungfrauen im Himmel verspricht? Sie hat gesagt, nein, das sind nur Lügen von Leuten, die niemals den Koran gelesen haben. Dann habe ich ihr die Suche rausgehauen und dann hat sie gesagt, ja, aber du hast das nicht gut in Arabisch studiert. Und was ist noch schlecht daran? Du hast doch nicht in Arabisch gut studiert. Aber selber spricht die kein Arabisch, ne? Aber wieso würden sie dir zulassen, dass so viele Korane verkauft werden, wenn sie falsch übersetzt sind? Das ist auch nicht so. Das können Leute sich einfach schämen. Mehr ist das gar nicht. Das ist so behindert. Egal, das war es schon. Ich wollte nur besser verstehen. Dankeschön. Okay, meine liebe Gott, segne dich und deine Familie. Halt immer mehr Niesel, du bist das fest. Ja, ganz bestimmt. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Hallo. Hallo, meine liebe Gott, segne dich und deine Familie. Danke. Ich habe eine Frage an dich. Schau mal, ich bin Moslem, ja? Und ich bin nicht so ein aggressiver wie der vorher. Ich habe nur eine Frage. Was gibt, weil ihr Argument... Ich habe viele solche Sprüche gesehen. Nein, in Gottes Willen, nein. Wallah, nein. Also bitte. Du hörst dich ja genauso an wie der. Bruder, ich bin erkältet. Tatsächlich ist meine Frage, die ich euch stellen wollte, also dir und allen Christen, ihr argumentiert immer mit dem Neuen Testament. Aber das Neue Testament ist ja gar nicht von Jesus verfasst, sondern von seinen Jüngern. Richtig oder falsch? Ja, aber dir gibt doch die Worte des Herrn Jesus Christus wieder. Genau, aber... Du siehst, so könnte man auch gegen den Koran argumentieren. Nein, alles gut. Die Worte, die du da ausgeschrieben hast, also die Worte, die du da liest, sind ja nicht von Mohammed oder von Allah. Das hat ja ein Sahabi aufgeschrieben mit seiner Hand. Woher willst du wissen, ob das wirklich von Allah ist? Richtig. Auf jeden Fall ist die Argumentation aber dann beidseitig, weil du sagst, im Koran steht zum Beispiel, Gott hat keinen Sohn und er hat gesagt, es ist Sünde, jeder soll verflucht werden, der behauptet, dass Gott einen Sohn hat. Aber wir haben ja gar nicht die Sicherheit, dass sowohl als auch Gottes Wort ist, weil das wurde nicht von den Propheten niedergeschrieben, sondern von ganz normalen Menschen. Und es gibt gute Menschen, es gibt schlechte Menschen. Wer weiß, ob den Leuten, die das geschrieben haben, nicht ins Ohr geflüstert wurde von der schlechten Seite und die das verfälscht haben. Wir haben ja keine wirkliche, hundertprozentige Garantie, dass das stimmt oder nicht. Ja gut, dann haben wir immer noch Gottes Konzept, denn Gott ist ja allmächtig und würde es ja nicht zulassen, dass seine Botschaft verfälscht werden. Was ist das denn für ein Gott? Kannst du mir so ein bisschen sagen? Wollen wir dann noch an Gott zu glauben, wenn jemand die Macht hat, Gottes Wort zu verfälschen? Ehrlich? Wollen wir jetzt darüber streiten, dass es keine gefälschten Gottesbücher gibt? Ich frage dich nur, kannst du an einen Gott glauben, der nicht in der Lage ist, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen? Ja, definitiv. Ja, siehst du, dann tust du mir leid. Ich glaube niemals an einen Gott, der so schwach ist, dass er nicht mal Menschen aufhalten kann, die sein Wort gerade am Verfälschen sind. Das ist auch Blödsinn. Ich glaube an Gott, dass er durch verschiedene Heilzeiten sein Volk nimmt und daraus Geschichte macht und es geht weiter und es geht weiter bis hin zu seinem angekündigten Tod am Kreuz. Verstehst du? Das ist, was Gott macht. Von anbeginn der Zeit etwas sagen. Verfälschte Gottesbücher gibt oder nicht? Von anbeginn der Zeit etwas sagen und das trifft auch später auch wieder ein. Siehst du? So ist das. Ja, aber wie gesagt, es gibt ja verfälschte Gottesbücher. Es sind ja schon gefälschte Bibeln aufgetaucht, verfälschte Korane, alles Mögliche. Weißt du, was ich meine? Verfälschte Bibeln sind aufgetaucht. Du siehst doch, dass die Wissenschaftler das akribisch untersucht haben und gesehen haben, dass das alles spätere Schriften sind, die überhaupt nichts mit dem Glauben an sich zu tun haben, sondern gnostische Schriften sind. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt eine Sachquelle ist, auf die man sich wirklich beziehen kann oder eine Informationsquelle, der man glauben kann. Aber ich habe letztens tatsächlich ein Video gesehen, dass natürlich keine Originalbibel aufgetaucht ist. Die wurde irgendwie ausgegraben. Nicht mal der Redewelt, das du gerade sagst. Nicht mal der Redewelt. Mit Barnabas Evangelium. Genau. Ja, siehst du? Soll ich dir einen Muslim hier abspielen, der sagt, das ist Verschwendung von Papier? Euer eigener Schäf? Ja, aber das ist ja auch ein Mensch. Menschen sind Sünder. Greift dir nicht an den Kopf? Ja. Schau mal, jeder soll seine Religion haben. Im Endeffekt, solange man wirklich gläubig ist und einen moralischen Leitfaden im Leben hat, ein guter Mensch ist, ist doch alles okay. Einen moralischen Leitfaden? Stell dir mal vor, du nimmst den moralischen Leitfaden von Mohammed an. Was wird dann aus dir? Ein IS-Kämpfer. Du fängst also an, Dörfer anzugreifen. Du fängst also an, das Schwert an den Nacken der Menschen zu halten. Du fängst also an, die Menschen zum Islam zu zwingen. Du fängst also an, mehr als eine Frau zu haben, also 14 Frauen so wie er. Du fängst also an, Kleinkinder zu heiraten. Du fängst also an, Zunge in den Mund von Kindern reinzustecken. Du fängst also an, den PENIS eines Kleinkindes zu küssen. Du fängst also an, unter schwarzer Magie zu stehen, von Satan Einflüsterungen zu bekommen. Ja, was redest du denn da? Ja, aber wie kommst du jetzt zu zwei Sachen? Erstens, die Geschichte mit der Minderjährigen, die er geheiratet hat, solltest du als Ex-Muslim wissen. Er hat das nicht aus romantischen Zwecken gemacht, sondern weil das ein Waisenkind war. Und in der damaligen Zeit hat sich niemand um das Kind gekümmert. Und um gesetzlich für das Kind aufkommen zu können, musste er sie heiraten. Er hatte ja keine andere Möglichkeit. Punkt eins. Und Punkt zwei, vom Teufel reingeflüstert bekommen. Schwarze Magie. Schwarze Magie ist... Das war geil, habt ihr das gerade gehört? Ah, ich habe mal ein Waisenkind. Das war die geilste Erklärung zu Mohammeds Kinder-Ehe. Ja, ihr Lieben, habt ihr gehört? Du kannst ruhig lachen, aber... Ja, guck mal, der Scherz-Lohan hat gesprochen. Der Einzige, der sich gerade... Scherz-Lohan hat gesprochen. Du reibst über andere Religionen, also bitte. Bitte was? Wenn das Gott will, dass man über andere Religionen lacht, dann hast du definitiv die falsche Religion. Tut mir leid. Du willst mich gerade veräppeln? Was erzählst du da über deine eigene Religion? Ah, ich habe einen Waisenkind. Die Wahrheit. Ich erzähle die Wahrheit und du, Patrice, Tatsachen, du sagst, mein Prophet hat sich vom Teufel was reinflüstern lassen, hat schwarze Magie betrieben, obwohl überliefert ist, dass das eine Todsünde ist. Soll ich dir das vorlesen? Soll ich dir das vorlesen? Ja, lies mal vor, wo schwarze Magie steht. Nein, nicht im Internet. Ich will, dass du jetzt einen Koran nimmst und das aus dem Koran vorliest. Ich sage das auch Sahi Bukhari, ist doch genauso. Nein, das ist nicht. Okay, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Danke schön. Ganz genau. Kein Argument. Kein Argument. Habt ihr es gehört? Wie er auf einmal weiß, dass Sahi Bukhari authentisch ist, wo es kein Gelaber gibt? Dann sagt er, kein Argument. Unglaublich. Unglaublich. Ja, der Sahi Bukhari und Sahi Muslim sind den Koran ebenbürtig. Das ist ja die früheste Quelle, wo die Muslime hinlaufen können. Weil er sich schämt. Er schämt sich im Grund und Boden. Ja, guck mal, was der Mohammed widerfahren ist. Guckt euch das mal bitte an. Alle kennt ihr das ja. Ich stand unter schwarzer Magie, war nicht Herr seiner Sinne. So jemandem vertraue ich meine Seele an. Ihr habt sie nicht mehr alle. Sahi Bukhari 5765. Sahi Bukhari 5765. Magie wurde auf dem Gesandten Allahs praktiziert. So dass er sich vorstellte, essexuelle Handlungen mit seinen Frauen zu tätigen. Aber in Wahrheit hat er es nie getan. Das ist krank, ey. Das ist so heftig. Das ist so krass. Genau, da ist es. Sahi Bukhari 5765. Der Mohammed, der denkt einfach, der ist da mit seinen Frauen am Schlafen, obwohl er es in Wahrheit nicht tat. Ich hoffe, du hast das aufgenommen. Der hat gerade gesagt, er hat aus menschlichen, humanitären Gründen ein Mädchen bei sich aufgenommen, hat sie nicht adoptiert, sondern hat sie gerade mal mit neun geballert. Aus humanitären Gründen. Ich wollte ihm noch was sagen, aber als er gesagt hat, sie war ein Waisenkind, da war für mich feinbar. Ich konnte nicht mehr. Eicher war ein Waisenkind. Und aus Nächstenliebe heiratet man das Kind und schläft dann auch mit dir, anstatt sich darum zu kümmern und nicht mit dir zu schlafen. Wäre das nicht ehrenhafter gewesen? Eben, ein Waisenkind. Ein Waisenkind. Wenn du der beste Mensch auf der Welt bist, oder? Dann nimmst du das Waisenkind bei dir auf und kümmerst dich um das Kind. Ja, genau. Ja, aber du fasst das doch nie an. Ja, so sieht es aus. Sie sind sich gar nicht mehr bewusst, was sie da eigentlich sagen. Das ist ja das Problem. Ja, ich könnte ihm strahlkotzen, ehrlich. Ich könnte ihm strahlkotzen. Alle sind fassungslos über den Islam und die Muslime, die hier reinkommen. Alle. Was erzählt er da? Und das Schlimmste ist, er ist zwar ein richtig Unwissner gewesen, aber selbst die Wissenden geben das zu und sagen, ja, wir dürfen Kleinstkinder heiraten. Und das Wort ist Lam Ilam Yahidin. Das heißt Kleinstkinder. Das kannst du nachlesen in Psalm 65, Vers 4. Lam Ilam Yahidin. Das ist der arabische Satz für die, die noch keine Menstruation erlangt haben. Die Muslime heiraten Kleinstkinder und lassen sich dann auch wieder von ihnen scheiden. Und du weißt, wenn sie Frauen heiraten, also wenn sie Kinder heiraten, was sie dann auch mit ihnen machen. Na ja. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Sie dürfen Kinderehen machen. Sie dürfen vier Frauen haben. Sie dürfen Beschneidungen vornehmen. Und wenn sie das dann alles gemacht haben, kommen sie ins Paradies, kriegen 72 Jungfrauen und ihnen wächst ein Palmpenis noch zur Belohnung. Was ist das für eine kranke Scheiße? Jetzt mal ohne Mist. Ja, dann hat der, das hat der versprochen. Maschallah. Ja, was ist das für eine kranke Scheiße? Jetzt mal ohne Mist. Sag ich doch. Deswegen bin ich ja hier, um das Ganze nach ganz Deutschland überall zu, überall allen Leuten zu zeigen. Sag ich, Leute, das ist doch keine Religion mehr. Das ist eine krankhafte Sekte, Mann. Ja. Ja. Da bin ich raus. Nee, ganz, ganz. Da bin ich raus. Bei sowas bin ich raus. Natürlich. Natürlich. Danke für deine Aufklärung. Ich gehe mal wieder runter. Aber das war, das war ja einfach zu viel. Ein Waisenkind. Das verteidigt er noch. Ja, ja. Der hat sich um die gekümmert. Ein Waisenkind aufgenommen. Mit sechs Jahren. Und mit neun Jahren hat er sich dann geballert. Ey, ey, ey. Nicht so was sagen. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ja, aber er hat recht. Ja. Er hat also dieses Waisenkind. Jetzt gehen wir mal nach dieser Logik und nach seiner Auffassung nach. Gehen wir mal mit ihm und sagen, ja gut, er hat also dieses Waisenkind geheiratet. Aber anstatt sich darum zu kümmern, hat er sogar noch mit dem Kind geschlafen. Das ist ja das Kranke. Es blieb also nicht nur sich um das Kind sowohl körperlich zu kümmern, nein, und geistlich zu kümmern, nein. Er nimmt es dann auch ganz schön ernst mit, sie ist meine Frau. Ja, guck mal, da sind schon die Ersten. Der Islam wird siegen. Der Islam wird siegen. Ja, genau. Islam wird siegen. Islam wird biegen. Das ist, was Sieg der Islam ist, was Sieg der Islam ist, Sieg der Islam ist. Bruder, was mich auch damals beschäftigt hatte, bevor ich Jesus angenommen hatte, ich hatte mich immer gefragt, ich bin ein Mann, ich gehe in den Paradies und kriege die Jungfrauen. Aber was ist mit meiner Schwester, die verheiratet ist? Was ist mit meiner Mutter? Diese Fragen habe ich mir gestellt persönlich. Was macht meine Schwester und meine Mutter im Paradies, wenn nur Männer Jungfrauen bekommen? Diese Frage hat mich verrückt gemacht, weil die Antwort war böse, einfach negativ. Was macht meine Mutter da? Was macht meine Schwester da? Das ist doch ungerecht. Was ist das für ein Gott? Und vor allem der Prophet, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kennst du diesen Hadith in Sahih Muslim und Bukhari? Er ist auf einmal, wenn ich auf mein Deutsch sage, auf einmal auf seine Frauen gegangen. Weißt du, er hat so piep, 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 piep gemacht. Als er diese Frau gesehen hat, dann ist er zu seiner Frau gerannt, meinst du? Nein. Er hat eine Runde gemacht bei seinen ganzen Frauen und hat sich einmal gewaschen. Genau. Und diese Frage hat mich auch beschäftigt, wie hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, mit seinen Frauen auf einmal geschlafen? Wie hat es ausgeschaut in dem Moment im Raum? So weißt du, dieser Gedanke. Und Allah, der Bibel, der erlaubt es gar nicht, Ehe zu brechen. Und er erlaubt einen Menschen aus der arabischen Halbinsel Ehe zu brechen. Diese Frage hat mich auch beschäftigt, Bruder. Wie kann ein Gott, der in seinen Geburten sagt, du darfst nicht Ehe brechen, und plötzlich kommt dieser Gott und sagt zu einem aus der arabischen Halbinsel, der null Ahnung hat, nur in der Wüste, du darfst haben, was du willst. Diese Frage hat mich auch beschäftigt. Das heißt, er darf meine Schwester haben, er darf meine Mutter haben, er darf alles haben, was er will. Das erlaube ich mir nicht. Ich erlaube nicht, dass meine Schwester ihm gehört oder meine Mutter ihm gehört oder meine Tante. Ich kämpfe gegen ihn sogar. Was ist das für ein Prophet? Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Was ist das, Bruder? Was ist das für ein Prophet? Ja, aber ehrlich, was ist das für ein Prophet? Das ist das Heftige. Der David im Alten Testament, der schreit ja nach Gott um Vergebung. Aber bei Mohammed und Allah sehen wir, dass Allah ihm sogar noch sagt, geh und schlaf mit diesem Frauen. Mach mal, das ist kein Problem. Ich hab dir erlaubt. Geh mal. Ja, ja. Das stimmt doch was nicht. Also Gott, der Bibel, verurteilt diese Sache und bestraft David. Und der Gott des Dings ist dann nur am Dings, nur am Sünde verteilen. Warte mal, ich komm sofort. Ja, also auf jeden Fall. Es kann nicht sein, dass so ein Prophet zu uns kommt und sagt, ja, er darf alle Frauen haben, die er möchte und darf machen, was er möchte. Also ich werde ihm nicht erlauben, meine Schwester zu haben oder meine Tochter oder meine Mutter oder egal wer. Das ist also, das ist auf jeden Fall, das ist nicht mal menschlich, wenn eine Person jetzt kommt und sagt, ich bin ein Prophet und möchte diejenigen haben und diejenigen haben, also meine Schwester oder meine Mutter oder meine Tante, ich werde ihm das niemals erlauben. Und stellt euch vor, das ist ein Prophet von Gott. Also von Gott. Von Gott. Ja, was ist das für ein Gott, der einfach zuschaut, was für ein Prophet den Frauen antut. Jungs, ein Kind heiraten, ein Kind statt zu adoptieren, zu erziehen, anständig zu erziehen, einfach zu heiraten. Was ist das für ein geisteskranker Mensch? Wie kann ich als Mensch an einen geisteskranken glauben? Niemals, nie im Leben. Passt auf, liest alles durch. Lasst euch retten von Jesus Christus, der reine, der einzig reine, der einzig reine, ist der Herr Jesus Christus, der für uns sich hingegeben hat, weil er uns liebt, weil er uns erretten will. Es steht geschrieben, denn alle haben gesündigt und brauchen die Herrlichkeit des Allmächtigen Gottes, unser Vater. Ein Vater, ein guter Vater liebt seine Kinder. Ein guter Vater gibt sich für seine Kinder, opfert sich für seine Kinder, damit die Kinder überleben können. Ich als Vater würde alles für mein Kind geben, das er überlebt. Wie kann denn der himmlische Vater, also nicht, nicht dieser Allah, Allah, der einen Propheten schickt und sagt, heirate, wenn du willst, Kinder, Frauen und was macht er, was macht er bei uns im Irak? Er ist in den Irak gekommen, hat alle Männer getötet, geschlachtet und hat die Frauen zu sich genommen. Für ihn und für diese Araber damals, die Sa'alik, also die Banden, die damals dort waren, die haben den Irak zerstört und haben sich durchgesetzt, Surah 9, 29 Surah 9, 29 Also, diese Menschen, die gemeint sind, sind damals Christen und Juden gewesen. Die wurden gezwungen, Tribut zu zahlen. Tribut, Kopfsteuer, entweder zahlt ihr Kopfsteuer oder Islam oder wir kämpfen gegen euch. Ist das eine Religion von Allmächtigem Gott? Niemals. Niemals. Das ist nicht Gott. Das ist niemals Gott. Das ist einfach der Satan, die alte Schlange. Das ist die alte Schlange, die die Menschen tötet und versucht, von Jesus Christus abzuwenden, dass die Menschen Jesus nicht kennen und die Wahrheit nicht kennen. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand, niemand kommt zum Vater als durch Jesus Christus, der Herr, alle Herren und Könige, alle Könige. Dann habe ich mich entschieden, zu beten und ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Herr, zeige mich, zeige mir, wer du bist. Da sprach einer zu mir, ich bin der Lebendige. Und wer ist der Lebendige? Alle sind unter der Erde, außer nur Christus, der Herr Jesus, ist der einzig Lebendige. Er hat gesagt, ich bin es, also folge mir, gepriesen sei sein Name, der Herr, alle Herren und Könige, alle Könige. Allah, Allah ist nicht der wahre Gott. Allah sagt, ich bin der wahre Gott. Aber guck mal seine Eigenschaften an. Er befiehlt zu töten, lies, 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 lies dein Buch und schau mal, wie oft Allah sagt, bekämpft, kämpft, bekämpft, kämpft gegen die Ungläubigen. Wer ist ungläubig? Ungläubig ist, wer an Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, nicht glaubt. Und ich bin einer, der nicht an Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, nicht glaubt. Also ich bin ungläubig. Ich muss von euch bekämpft werden. Aber ich habe keine Angst. Niemals. Niemals. Wer Jesus kennt, hat keine Angst. Niemals. Niemals. Deswegen, ich sage euch, kommt zu Herrn, kommt zu der Liebe. Nur die Liebe besiegt. Kein Hass. Kein Kampf besiegt. Nur die Liebe besiegt. Und das ist der Allmächtige Gott, der dich liebt und auf dich wartet. Ich bete für dich. Und wenn du Jesus annehmen willst oder wenn du Jesus kennenlernen willst, bete mit mir. Herr, ich bete. Ich danke dir. Du bist der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Du bist der wahre Gott. Gott Moses, Jesaja. Gott Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Du bist der, der gekommen ist. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war bei Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war bei Gott. Und das Wort wurde Mensch. Und das ist der Herr Jesus Christus, der als Mensch auf unsere Erde gekommen ist. Er hat uns besucht vor 2000 Jahren. Er kam auf diese Erde vor 2000 Jahren. Er hat uns besucht. Er hat gesagt, ich liebe euch. Er ist gegangen, er hat Menschen geheilt. Jeder, der zu ihm gegangen ist, hat gesagt, komm, ich heile dich. Komm, ich befreie dich. Er hat Menschen von bösen Geistern befreit. Gepriesen sei sein Name in aller Höhe. Er hat Menschen, die behindert geboren sind, zum Laufen gebracht. Halleluja. Wie stark und wie gut und wie heftig dieser allmächtige Gott und wie groß seine Liebe ist. Denn die Menschen kommen zu ihm und er sagt, ich schicke euch nicht zurück. Wer will, soll zu mir kommen. Ich gebe ihm vom Wasser, dass er niemals dursten wird. Also er gibt dir einfach die Liebe. Er befüllt dein Herz. Er kommt zu dir und er macht dein Herz voll mit Liebe und mit Frieden. Und er rettet dich sogar. Er sagt, ich bin für dich gekommen und ich werde für dich auch kommen. Er wird wieder kommen. Aber diese Liebe, wenn er kommt, ist die Tür zu. Wenn er kommt, gibt es keine Chance mehr, gibt es keine Gnade mehr, sondern er kommt zu Seinen. Also er kommt zu uns. Er nimmt uns zu sich. Halleluja. Halleluja. Ich preise dich, Herr. Ich biete dich an. Amen. Halleluja. Amen, Amen. Ja, sehr gut. Ich habe einiges mitbekommen, was du gesagt hast. Die armen Iraker, die Syrer und alle islamischen Länder, die heute islamisch sind, haben die Suche 9, Vers 29 zu spüren bekommen. Ja, Bruder. Also auf jeden Fall, ich spreche von mir. Die denken, weil du gerade eben das gesagt hast, dass du das erfunden hast, dass Mohammed so seine Runde macht bei seinen Frauen und dann auf einmal der neun Frauen hatte, die denken, du bist ein Wahnsinn, der sowas erfindet. Er findet, nein, das steht in Saibukhari, 5068, wo es heißt, der Prophet machte seine Runde, hatte sexuelle Beziehungen zu ihnen mit all seinen Frauen in einer Nacht und er hatte in der Zeit neun Frauen. Ja. Der ist heftig. Ja. So ist das, Bruder. Ich lasse Zeit für andere, dass andere hochkommen können. Kein Problem. Ich danke, ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Ja. Bist du im Irak, ne? Ich bin im Irak, ich bin ein Taxifahrer, ich habe keine Angst. Meine Angst ist verschwunden von meinem Herz. Mein Herz ist tot, mein Gehör gehört dem Himmel. Gibt's nicht mehr Erde. Verstehst? Ja, wundervoll. Ja, halleluja. Halleluja. Wundervoll. Wundervoll. Schön, Bruder. Andere warten, ich komme anderer Zeit zu dir. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gottes Segen, Amen, dir auch. Verbreite das Wort dort in Irak. Gott segne dich. Absolut. Amen, Amen. Amen. Ferti, ciao. Okay, ciao. Wisst ihr, was dem Ganzen noch einen draufsetzt, ihr Lieben? Guck mal, wohin das sind? Buluch al-Maran. Buluch al-Maran. Maram. Buch der Heirat. Kapitel 8. Der Prophet. Guck mal hier. Kapitel 8. Hadith 73. Buluch al-Maram. Buch der Heirat. Also Buch 8. Hadith 73. Heißt es, der Prophet hatte sexuellen Verkehr mit all seinen Frauen, eine nach der anderen, one after another, Mit einem, mit einem, mit einem Bad. Einmal hat er sich nur gewaschen, nach diesem Akt. Mit neun Frauen schläft er und hat er sich nur einmal gewaschen. Absoluter Wahnsinn. Guckt euch das bitte an. Das ist auch heftig. Warte. 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 Das ist auch heftig. Sunan Abidawut 68. Sunan Abidawut 68. Guckt euch das bitte an. Richtig unter schwarzer Magie. Eine der Frauen des Propheten nahm ein Bad aus einer großen Schüssel. Der Prophet wollte die Waschung durchführen oder das übrig gebliebene Wasser entnehmen. Sie sagte zu ihm, oh Prophet Allahs, weil ich, ich wurde sexuell befliegt damit und habe mich damit gereinigt. Der Prophet sagte, das Wasser ist nicht verunreinigt. Absolut heftig. Absolut heftig. Die Authentifizierung ist sahil bei Al-Albani. Absolut krank. Ja, wohl bekommst, ne? Hallo. Hallo. Is it me who's out of the door? Hallo. 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 Do you hear me? What are you doing? Hallo. Hello. 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 Hallo. In your eyes You're all I can I can't see you on my own I can't see you on my own Cause you know just what's to say And you know just what to do I don't know what to do Hello He's so keen to have you Hello Hallo? Hallo? Hey, Krimusli? Ja, was kann ich für Sie tun? Du bist der King, wollte ich erst mal sagen, zu Anfang. Nein, Jesus Christus ist der King, ich bin nicht der King. Ja, aber du... Du bist... Du bist gut. Deine Wörter... Danke dir Gott, wirklich in deine Familie. Ja, da kriege ich manchmal so ein Ding. Aber ich habe mal eine Frage, so... Sure14 zum Beispiel, ne? Ja. Wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, ich bin halt Deutscher. Kein Problem. Kannst du mir was dazu sagen? Das ist für mich ein bisschen komisch, so... Sure14 ist für dich komisch? Ich glaube, das war jetzt 14. 24 war das jetzt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja... Der ganze Koran ist für mich komisch, aber... Was genau... Darauf speziell ist jetzt nur meine Frage, so... Erstmal... Surenisa, wer ist mein... Vers 24? Surenisa, 24... Wer hat dir das da geflüstert? Der kann ja direkt mit mir dann reden. Wer hat was gemacht? Wer hat dir gerade was in das Ohr geflüstert? Wir haben es gehört. Oh, shit. Okay, äh... Äh... Ja, äh... Kannst du uns was zu, äh... Anisa 24 sagen? Ach so, suche 4 Vers 24, ja. Das ist natürlich ein berühmter, berühmter Vers, da wo man zweierlei Dinge dann herausfindet über den Islam. Sowohl einmal die Kriegsgefangenen, als auch die Zeit, die die Schiiten auch praktizieren in der heutigen Zeit. Was auch niemals abogiert wurde. Denn die Muslime finden keinen Vers im Koran, der das abogiert. Also ist das alles Bullshit? Bitte? Ist alles Bullshit, oder? Ja, alles, natürlich. Aber sowas von... Was findest du ist das? Ist die schlimmste Lüge in dem Koran? Die schlimmste Lüge ist Sura 86, Vers 6 bis 7, wo der... Sura 8? Sura 86, Vers 6 bis 7. Sura 86, Vers 6. Okay, warum? Weil der ignorante Gott behauptet, dass die Frauen Spermien haben, das in den Rippen sitzt. Ach du meine Güte. Ja. Das ist ja... Das ist eine Katastrophe, eine riesen Katastrophe. Das ist ja Quatsch. Ich stelle das mal für die Leute vor. Warte. Tafsir ibn Kathil. Tafsir ibn Kathil zu Sura 86, 7. Hier. Damit die Leute nicht mich anmachen, sondern ihren eigenen Ibn Kaffee. Ich verstehe. Guck mal hier. Ja, genau. Bitte. Die Art und Weise, wie der Mensch erschaffen wurde, ist ein Beweis dafür, dass Allah ihn zu sich zurückbringen kann. Allah sagt, lassen Sie den Menschen also erkennen, woraus er erschaffen wurde. Dies macht den Menschen auf die Schwäche seines Ursprungs aufmerksam, aus dem er erschaffen wurde. Die Absicht besteht darin, den Menschen dazu zu bringen, das Jenseits, die Realität zu akzeptieren. Denn wer in der Lage ist, mit der Schöpfung zu beginnen, der ist auch in der Lage, sie auf die gleiche Weise zu wiederholen. Dies ist, wie Allah sagt, jetzt pass auf, und er ist es, der die Schöpfung hervorbringt, dann wird er sie wiederholen und das ist für ihn einfacher. Versuche 30, Vers 29. Dann sagt Allah, er wird aus einem hervorspulenden Wasser erschaffen, das heißt, die essexuelle Flüssigkeit, die aus dem Mann und der Frau hervorströmt. Ach du meine Güte. Somit wurde das Kind von beiden mit der Erlaubnis Allahs gezeugt. Ach du meine Güte, was für eine Mensch. Dann lass die Lüge namens Islam, diese Lüge, Lüge. Diese Lüge namens Islam. Ist der Erlaubnis von Allah? Wo ist denn das Ei, das befruchtet wird, ihr Wahnsinnigen hier? Wir haben zu viel Kamelurin getrunken. Zu viel Kamelurin. Was für ein peinlicher Gott. Und das wollen die uns verkaufen? Und wegen das müssen unsere Geschwister leiden in den islamischen Ländern. Das würde ich am liebsten ausflippen. Ausflippen würde ich am liebsten über diese Muslime. Ausflippen. Ich bin komplett deiner Meinung darauf. Falls ich auch nochmal zukomme. Ich bin jetzt gar nicht mit dem Thema auch so beschäftigt. Du kennst ja komplett aus mit dem Koran und alles. Ich weiß ja, du bist ja der Ex-Moslim. Auf jeden Fall, wie du gerade schon sagst, mit den Kopftüchern und so weiter. Was da alles gibt. Das ist doch auch... Was ist das? Wenn ich bitten darf. Wozu? Das ist doch... Wir sind in Deutschland. Warte ganz kurz. Ich muss mal telefonieren. Nein, Moment. Ich muss mal telefonieren. Ja... Also Leute. Ja... Nicht zu viel Camelo gering trinken, ne? Wartet auf euer fliegendes Schinbein! An alle 400 Zuschauer. Vielleicht kommt das ja irgendwann angeflogen. Ihr habt den Kaiser gehört, alle durchfolgen. Ja, oder Sura 18, Vers 77, auch bombastisch. Hier, einmal, einmal für euch. Aber ich kann das nicht, ich kann das nicht so... Alles gebührt Allah, das Buch auf seine... Das ist Bullshit, das Bullshit. Das ist alles Bullshit. Wenn gleich der Meister wieder da ist, dann kann er uns über den King mehr erzählen, anstatt über den... Satan. Satan. Ihr seid alle gepredigt. So, da bin ich wieder. Sehr top, sehr top. Wo sind wir stehen geblieben? Ah, ich hab's, ich hab's. Das mit den Kopftüchern, zum Beispiel. Ja. Was, was, was hat das denn damit auf sich? Weil, das finde ich ja kompletter Quatsch. Ja, das mit den Kopftüchern wissen die ganzen Muslimas gar nicht. Die sind ja total gehirngewaschen. Und stellen auch keine Nachforschung an, warum dieser Vers überhaupt herabgesandt wurde. Genau. Dieser Vers wurde herabgesandt, weil Omar ebn al-Khatab die Frauen des Propheten abends beim Kacken zugeguckt hat. So ist das. Dann hat er gesagt, ey, Sauda, ich seh dich beim Kacken. Geh und... Dann ist er zu Mohammed gegangen und er hat gesagt, geh und sag deinen Frauen, die sollen sich verhüllen. Deswegen wurde der Vers herabgesandt. Kannst du dir vorstellen? Weil die schalten war. Nicht wegen der Ehre der Frau und so. Nein, weil ihm Omar die Frauen von Mohammed beim Kacken am Abend zugeguckt hat. Was? Ja, das könnt ihr alles nachschlagen, ehrlich. Ich lüge euch nicht an. Nein, ich glaub dir. Ich glaub dir. Wir glauben dir jedes Wort. Nein, ihr sollt mir nicht jedes Wort glauben, sondern ihr sollt. Alle kennen das ja. Alle wissen ganz genau, wovon ich hier rede. Ja, wir wollen grad von dir lernen. Ich kenn dich auch. Ich hoffe, das greift jetzt nicht an. Also, ich kenn dich von, sag ich jetzt mal damals von mir aus gesprochen. Das sind jetzt fünf Jahre, glaube ich, her. Mit John Broke und AB Kader, diese Videos. Aber da stand ich komplett auch hinter dir. Ich kenn dich jetzt von damals schon, weißt du? Ja. So, das ist ja eh jetzt pappalapapp, egal, beiseite. Äh, ja. Wir finden dich einfach gut, deswegen sag ich das mit deinen Wörtern, weißt du? Und stimmt das, dass wenn Muslime sich die Augenbrauen zupfen und sie schminken, kommen die dann direkt in die Hölle oder haben die dann noch ne Chance irgendwie daraus zu kommen? Nee, eine Muslime, die sich die Gesichtsbehaarung entfernt, ist bei Allah verflucht und landet im Höllenfeuer. Okay, und warum sollte man als Frau zum, äh, zum Satan wechseln? Da gibt's doch gar keinen Grund, oder? Da frage ich mich ja bis heute, warum Frauen sich überhaupt für den Islam entscheiden. Das ist ja nur für Männer. Das ist eine männerdominierende Religion, genau. Das ist von einem Mann für einen Mann geschaffen. Aber die Frau hat überhaupt nicht zu melden. Ja. Die Musliminnen wurden, die Musliminnen sind so weit gehirngewaschen, dass sie denken, dass der Euro-Islam der richtige Islam wäre. Aber sie waren ja noch niemals unter der Scharia am Leben. Wo die Frau dann komplett ihre Rechte wegbekommt und dann wird sie sehen, was ihre Religion in Wahrheit ist. Was für Rechte würde sie denn am Ende denn noch besitzen? Gar keine. Sie darf dann das Haus ohne die Erlaubnis des Mannes nicht verlassen. Was meinst du, wie wundervoll das für die, äh, für die arabischen Männer ist. Ihren Frauen zu befehlen, nicht die Haustür zu verlassen ohne ihre Erlaubnis. Und wenn sie sich widersetzen, dann darf der Mann aber sowas von Gewalt anwenden, aber vom Feinsten. Das ist dann Widersetzlichkeit. Wenn ihr befürchtet, dass sie widersetzlich ist, also euch nicht gehorcht, meidet sie im Ehebett und... Was, 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 meine Güte. Darf man, guck mal, wenn ein Muslim kein Dings haben kann, darf man dann als muslimischer Mann eine andere nehmen? Der muslimische Mann darf bis zu vier Frauen haben. Ah, vier Frauen! Er braucht die andere Frau überhaupt nicht zu fragen nach einer anderen Frau. Er kann sofort eine nächste Frau heiraten. Auf Lock. Egal, egal wie. Ganz locker. Die haben verschiedene Ehen. Die haben einmal die Missiade-Ehe, die haben die Mutter-Ehe, die haben ganz andere verschiedene Ehe. Das hat ja nichts mehr mit Gott zu tun. Der Islam ist etwas ganz Unheiliges. Der Gott der Bibel sagt, dass der Mann seine Eltern verlässt, damit er seine Frau anhängt, und sie beide werden ein Fleisch. Der Gott des Islam sagt, daher verlässt der Mann seine Familie und er heiratet vier und sie werden aus vier ein Fleisch. Ach du meine Güte! Das ist ja eine größte Trotz! Das ist ja eine größte Trotz! Ja, sieh mal, unheilig, unheilig! Wie konnte man nochmal beweisen? Kannst du mir die Suche nehmen, wo Allah sagt, der will die alle in... Guck mal, wenn man... Wenn die Hölle werfen! Ja, genau, genau! Suche 11, Vers 119. Suche 11, ich schreib mir nämlich 119. Weil viele Muslime sagen dann zu mir ja, das ist aus dem Kontext gerissen, das ist nicht wirklich authentisch, so und so... Ja, selbst der Koran ist auf einmal daiv! Wenn es darauf ankommt, verleugnet sie ihren eigenen Koran, das ist das! Darf man das eigentlich? Lügen ist ja auch... Um Gottes Willen, sobald du ein Buchstaben aus dem Koran leugnest, bist du ein Ungläubiger! Aber war es nicht so, dass man lügen darf? Ja, das darfst du, damit du die Ungläubigen anbelügen und betrügen darfst! Und wenn es zum Beispiel in so einer Situation kommt, dann ist das doch eigentlich ein Widerspruch, oder nicht? Ja, natürlich! Die Christen müssen bereit sein, für ihren Glauben in den Tod zu gehen! Die Muslime dürfen lügen und betrügen, um an ihr Ziel zu kommen! Siehst du? Das ist ja echt... Da kann man ja... Ja, also ich kann euch alle sagen, finde ich zum Herrn und bitte nicht zum Satan! Das ist ja... Das kann man uns ja nicht ausmalen, vor allem als Frau! Als Frau, da hast du ja gar nichts! Was kriegt man denn im Himmel, wenn man nur Frau ist? Bestimmt, was soll man ja auch werden! Du bekommst den letzten Mann, den du hier in Dunja hattest, und dann darfst du dabei zugucken, wie dein Mann im Himmelreich dann die ganzen Hurl-En am Zerfetzen ist! Was heißt? Dann macht sie so Chili da! Go! 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 Mach dir alle Platz! Das muss man... Okay, als weibliche Person sieht man das dann im muslimischen Himmel! Ja genau, dann siehst du diese ganzen Cheerleader-Frauen, die dann ihren Männern hinterher klatschen! Go! Go! Mach dir nicht die Platz! Also speziell die Frauen, wissen die das nicht? Das wissen... Sie wissen es alle, die blenden es nur aus! Sie blenden es alle aus! Sie wissen genau, was das für eine Religion ist, aber sie denken nicht weiter darüber nach! Denn wenn sie weiter darüber nachdenken, dann kommen sie ja raus aus der Religion! Und dann sehen sie ja den Schwachsinn-Daten! Verstehst du? Ja... Ja, das ist äh... Wer kann denn daran glauben, dass Gott ihm wie... Dass Gott wie Hugh Hefner im Himmelreich ist, und da mit seinen Frauen da steht, um die zu geben? Was ist das bitte, Mann? Ja, das ist Betrug! Das ist äh... Nein, 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 nein! Wer hat sich... Das ist original vom Satan, diese Buch geschrieben! Siehst du? Das siehst du? Alle checken das! Nur Satan verspricht da solche irdischen Dinge! Verstehst du das? Ja, Allah verspricht da nur so irdische Dinge! Er sagt, ihr werdet Betten bekommen, ihr werdet so eine... Eine Ruhestätte bekommen mit... Mit Gucci und Prada und David gesehen! Das gibt's im Himmel dann von Allah! Und das grandiose ist, da gibt's einen Markt, da sagt Mohammed im Paradies, gibt's einen Markt, wo nur Bilder sind! Und so... Von Männern und Frauen! Und sobald du dieses Bild von einem Mann oder einer Frau siehst, wirst du mit ihr einen Verkehr haben! Wahnsinn, ne? Das ist krass! Warum machen wir nicht einfach mit deiner ganzen Army einfach mal ne Demo? Ja! So mal! Eine Demo machen? Ja, so mal! Das ist ja Wahnsinn! Da kommt ja eine Gegenbewegung, aber fragt nicht wie! Aber wir haben ja Polizeischutz! Und wir haben einen Eheschutz vom allergrößten! Ja! Ich denke, diese Internetarbeit ist schon sehr, sehr gut und äh... Ja, das ist vielleicht auch besser! Da hab ich schon sehr, sehr viele Menschen erreicht, ne? Ja, du... Das war wirklich eine... Also da hast du wirklich einen... Ja! Dank diesen ganzen kleinen YouTubern, die auf mich aufmerksam gemacht haben, konnte ich sehr viele Menschen aufklären über den Islam, ne? Richtig, richtig! Das meinte auch mein Homie mit ABK und so, ne? Genau, genau! Ja! 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 Das Krasse ist... Ja! Ich... Ja! 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 Naja, ich möchte dann mal Platz für andere machen. Amir, Gott segne dich und deine ganze Familie. Ich danke dir. Für dich ja auch, mein Lieber. Gott segne dich und deinen Kollegen da. Gott segne euch beide. Ich sage dir, ich sage dir, ja. Yeah. Ja, lasst euch niemals vom Islam täuschen. Der Islam ist eine Lüge. Jesus Christus ist die einzige Wahl. Du sagst es. Er sagt es. Der Finger ist gehoben. Allah ist Satan, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott, Allah ist Satan. Denn wir beten nicht denselben Gott an. Somit ist Allah Satan. Gottes Segen, mein Bruderherz. Gottes Segen, mein Bruderherz. Gott segne dich und deine Familie. Mein Bruderherz, ich danke dir. Du machst alles richtig. So viele sind von dir zum Muslim. Die sind zum Christentum konfittiert. Nur wegen dir. Ich auch. Ich habe auch den Islam verlassen, wegen dir. Ich habe viele Videos geguckt. Ich habe mir angeguckt, dann habe ich viel, habe ich auch selber nachgeguckt, ob das alles stimmt. Dann habe ich das nachgeguckt und das ist so krass. Das ist heftig. Hammer, Hammer. Du machst schon richtig. Du machst den Tag in deinem Leben. Ja, auf jeden Fall. Ehrlich. Das ist das Beste, was es jemals passieren kann. Dass ich Jesus kennengelernt habe, dass er mich gefunden hat, eigentlich. Dass ich eine der verlorene Schaffen war von den 99 Schaffen. Das ist heftig, was Jesus gemacht hat. Und ich liebe auch Jesus, dass er alles gemacht hat. Wahnsinn. Ja, und das steht selber in Matthäus 7, 7. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Leute sind geöffnet. Und das ist Liebe von Jesus Christus. Und Amir, Ex-Muslim, Habib, ich küsse dein Herz, du bist wirklich der Beste. Nein, Jesus Christus ist der Beste. Jesus ist der Beste sowieso. Aber du hast nur viele Leute den richtigen Weg gezeigt dann. Ja, ich konnte vielen ins Herz reden. Ja, ich danke Gott, dass er mich benutzt hat. Dass ich viele, viele Menschen erreicht habe. Also, dass sie sich Gedanken machen. Amen, Amen. Du machst alles richtig, ehrlich. Mach weiterhin so. Und ich hoffe, viele werden auch verlassen und Jesus Christus finden. Amen, Amen. Das wird so sein. So Gott will, werden wir noch viele, viele Menschen erreichen. Auf jeden Fall, ehrlich. Bevor die Gnade zu ist, Amen. Auf jeden Fall, ehrlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jeder, auf die ganze vielen Leute hier drin sind. Ich seid eine der verlorenen Schafe. Jesus wird euch finden. Glaub mir. Jesus hat mich selbst gefunden und hat auch Ami gefunden. Er wird jeden finden. Amen, wundervoll. Amen, mein guter Herr. Wo ist das? Deswegen kannst du auch Gott vertrauen. Weil wenn Gott etwas sagt, dann ist er kein Hampelmann und zieht seine Aussage zurück. Nein, er wird sein Wort vollenden. Und da kann nicht jemand kommen und sagen, das ist verfälscht. Oder Gott lässt dies und das. Nein, nein, nein. Gott hält sein Versprechen und er wird sein Wort auch halten. So ist das. Das ist genau richtig, ehrlich. Das ist genau richtig, was du gesagt hast. Und ich habe heute auch in der Bibel gelesen. Ich habe Johannes Kapitel jetzt fertig und da habe ich was gelesen. Johannes Kapitel, das Gebot der Liebe. Und als ich das gelesen habe, boah, mein Herz ist aufgegangen. Er sagt, ihr dürft nicht hassen. Ihr sollt nur lieben. Ihr sollt nur lieben. Liebt eure Feinde. Und als ich das gelesen habe, boah, mein Herz ist aufgegangen. Ich habe Gänsehaut bekommen, mein Bruderherz. Hammer. Sehr, sehr schön. Wundervoll. Ja. Ja, da siehst du mal, wenn du Geist Gottes liest und der Geist Gottes dich dann fragt, dann merkst du schon, wer der wahrhaftige Gott ist. Auf jeden Fall, Armin, mach weiterhin so. Jetzt höre ich dich, ja, ich höre dich jetzt. Ja, okay, alles klar. Hallo? Ja. Okay, mach weiterhin weiter so, sei stark. Gott ist immer bei dir, Jesus Christus. Amen, Amen, Amen. Amen. Gottes Segen auch die ganzen Leute. Gottes Segen, meine ich. Dankeschön, mein Bruderherz. Ciao, ciao. Ja, wundervoll. Hammer, wie viele Menschen wir erreichen, ne? Ist das nicht wundervoll? Hammer. Der Koran hat mehr Widersprüche als Mutter Scholz. Ja, der ist gut. Hallo, Armin, grüß dich. Hallo, mein Lieber, grüß dich. Gott segne dich und deine Familie. Hallo, danke dir. Ich bin also zuerst einmal jemand, der im Islam praktisch noch Zweifel hat. Ja. Ich beschäftige mich natürlich mit beiden Seiten. Ich habe mir zum Beispiel auch so Diskussionen angeschaut zwischen Christen und Muslimen. Ich weiß nicht, ob die Hamdi etwas sagt, Hamdi und der christliche Missionar Petro. Da habe ich mir mal eine Diskussion zu angeschaut. Kennst du das Video? Mit vier Teilen war das insgesamt. Ich glaube, ich meine da irgendwas da hat er mit diesem Petro, der diskutiert oder was, ja? Genau, ja. Genau. Ich habe mir versucht, auch aus christlicher Perspektive viel rauszuholen, viel zu lernen. Und vieles hat tatsächlich für mich Sinn gemacht. Ich beschäftige mich gerade noch mit dem Christentum. Und dazu würde ich aber noch gerne ein paar Fragen stellen, weil mir noch viele Fragen offenstehen. Das Zweite Testament ist ja praktisch auch zusammen mit dem Evangelium, was offenbart wurde, oder? Das Neue Testament, das sind die Evangelien und die Bücher, also die Briefe des Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, Gottes Worte. Genau. Und das steht ja auch im Koran, dass das Evangelium praktisch offenbart wurde. Richtig, ja. Suche 3, Vers 3. Suche 5, Vers 44 bis 48. Genau. Ich habe selber im Koran zu Hause, ich habe da nachgelesen, das steht auch so drin. Das Evangelium wurde praktisch offenbart. Gibt es denn praktisch originale Inhalte des Evangelium, wo man nochmal nachlesen kann? Weil es wurde halt gesagt, dass das originale Evangelium offenbart wurde und nach einer Zeit wurde es verfälscht, wird gesagt. Aber wo findet man vielleicht das Originale? Das ist es ja, wir haben ja vor Mohammeds Leben haben wir Abschriften, die mit unserer heutigen Bibel ja übereinstimmen. Wir haben ja die Kumran-Rollen, die gefunden wurden und die stimmen mit unserer Bibel überein. Es gibt gar keine Bibelverfälschung. Selbst Allah sagt, guck mal wie dumm das ist, Allah sagt selber, ihr sollt an das Evangelium, an die Tora glauben, was wir herabgesandt haben und da nachrichten. Warum sollte denn Gott etwas herabsetzen und uns dazu befehlen, an etwas zu glauben, was verfälscht ist? Das ist auch billiger Blödsinn. Die Bibel ist nicht verfälscht. Die Gelehrten sagen, die Bibel ist nicht verfälscht. Das ist das Dilemma, was die Muslime haben. Aber wenn die Bibel nicht gefälscht ist und wenn wir zurückgehen zur Bibel, sehen wir, dass der Koran falsch ist. Somit ist die Bibel akkurat und der Koran ist falsch. Das ist das Dilemma. Das ist das Dilemma, in dem sich der Koran befindet. Ja, du meinst, weil ja auch im Koran drin steht, dass das Evangelium die Offenbarung ist. Richtig. Und du weißt ja, dass niemand die Offenbarung Allahs ändern kann, beziehungsweise die Worte Allahs verfälschen kann oder ändern kann. Natürlich, natürlich. Es wird ja auch über den, um das jetzt objektiv zu betrachten, es wird ja auch über den Koran gesagt, dass der Koran nicht änderbar sei. Dass es da mathematische Wunder gibt. Es gibt kein einziges Wunder. Alles wurde widerlegt. Selbst die Muslime gibt es zu. Es wird halt so gesagt, dass man den Koran gar nicht ändern kann. Dann frage ich mich aber, den Koran kann man zwar nicht ändern, aber wie kann man das Evangelium verändern, was von Gott offenbart wurde? Das ist das, was ich mich von Frage habe. Genau, das ist auch wieder ein Widerspruch. Entweder ist dann Allah nicht der Urheber von dem Evangelium oder der Gott des Islams lügt einfach. Also derjenige, der den Koran in die Welt gebracht hat. Das bringt dann so Verschwörungstheorien in den Umlauf. So genau und das wollte ich jetzt mal fragen. Ihr glaubt ja, dass Jesus praktisch Gott ist. Also Jesus ist eine Gestaltung, eine menschliche Gestaltung, aber er besitzt eine Gottheit in sich. Das ist ja der Heilige Geist. Der Herr Jesus Christus war schon von Ewigkeit Herr Gott. Nur es gab diesen Zeitpunkt, wo er dann Mensch wurde und die zwei Naturen lehre dann an. Also diese zwei Wesen, diese zwei, wie nennt man das? Er hat auf jeden Fall eine Mensch, diese Seite angenommen und eine göttliche Seite. Das ist diese zwei Hypostasen, die er hat. Sowohl diese menschliche Seite, die wir auch sehen in den Evangelien, als aber auch die göttliche, wo er sagt, Ihr Abraham ward bin ich oder Vater verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, eh die Welt war. Wir sehen also, dass der Herr Jesus Christus immer wieder auf seine Präexistenz aufmerksam macht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Die Lehren, die ich jetzt vom Christentum beispielsweise sehe, dass es diese Dreifaltigkeit gibt und so weiter, die Trinität, die habe ich jetzt beispielsweise bei der originalen Tora so nicht gefunden. Ganz im Gegenteil, also man hört so viel von der Tora, von den Juden, dass sie praktisch Jesus nicht als Gott erkennen. Was sagst du dazu eigentlich? Im Alten Testament heißt es doch schon in Sprüche 30. Ab Vers 1 bis 4, das kannst du ja selber mal lesen, da wird Gott genannt und sein Sohn, dem Allerhöchsten. Wie gehen wir denn damit um? Oder dass der David sagt in Psalm 110, der Herr spricht zu meinem Herrn, setze dich zu meinen Rechten. Was ist das denn? Wir sehen also, dass die Juden sehr ignorant sind, wie sie mit ihren Schriften umgehen. Das ist das, genau wie Muslime. Es hat also nicht mit Intelligenz zu tun, sondern mit Ignoranz und das ist das Problem, was wir haben. Was steht in der Tora, also in der originalen Tora? In der originalen Tora steht, dass Gott sich öfters in drei Personen auch gezeigt hat. Und das sehen wir als der, als die drei Personen, dem, wem war das nochmal, dem, dem Abraham erschienen sind, ne? Ja. Jakob. Wer war das, Jakob? Also ich weiß nicht mehr, warte, ich muss nochmal googeln. Abraham war das, ne? Genesis 18, genau, Abraham. Genau, aber kannst du mir vielleicht die Verse nennen aus der Tora, wo man das nochmal nachschauen kann? Ja, du kannst ja einfach eingeben, Dreieinigkeit im Alten Testament, dann wird dir alles gezeigt. Wir leben ja am Seiten des Internets. Du kannst dann direkt eine Studie unternehmen. Sogar kein Problem, das kann ja jeder. Ja, ich hab halt nur öfters mitbekommen, dass im Alten Testament die Gottheit Jesu nicht beschrieben wird, sondern eher der Messias. Das hab ich mitbekommen. Ja, du kannst ja Jesaja 9, 5 lesen, du kannst Jesaja 7, Vers 14 lesen, du kannst Jesaja 40, 3 lesen, Jesaja 35. Die ganze Bibel spricht über die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Zacharia 12, 10, Misha 5. Verstehe. Also du meinst auch im Ersten Testament, im Alten Testament, da wird Jesus praktisch mit Gott helfen. Genau, in den ersten fünf Büchern, Mose ist schon die Andeutung, da sehen wir schon die Dreieinigkeit in den ersten Versen der Bibel, wo es heißt, dass Gott sprach, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich nach unseren Bildern. Und Gott sprach, sei und es ist und es entstand. Also Gott spricht durch sein Wort und das Wort, er schafft alles. Und dann sehen wir auf einmal, dass die Erde wüst und leer war und der Geist Gottes auf dem Wasser schwebte. Ja, ich verstehe. Du hast also einmal Gott, das Wort und das Geist. Direkt zu Beginn der Tora. Erste Buch Mose. Schöpfungsbericht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und dann gibt es ja noch die Aussage, dass im Neuen Testament, da hat mal ein Muslim nachgefragt, das war so ein YouTuber, der hat gefragt, wo steht im Neuen Testament, unabhängig von den vier Evangelisten, dass Jesus selber sagte, dass er Gott ist. Gibt es da vielleicht auch so ein Vers zu? Ja, Offenbarung 21, 7. Kannst du aufstarten. Ja, aber unabhängig von den, genau, ich meine unabhängig von den vier Evangelisten, unabhängig. Ja, genau. Kannst du einfach Offenbarung Kapitel 21, Vers 7 lesen und dann siehst du, dass der Jesus Christus sagt, ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne sein. Wo steht das Offenbarung Kapitel? 21, Vers 7. Ja. Und dann liest du ein Vers davor und dann wird dir klar, wer da gerade spricht. Da steht nämlich, ich bin das Alpha und das Omega, das A und das O und dann siehst du, dass der Jesus Christus selber sagt, in Offenbarung 1, 18, dass er das Alpha ist und das Omega. Also spricht der Jesus Christus dort. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Gut. Und also, wie gesagt, du meinst, das steht auch in der Tora, in der originalen Tora. Da wird ja praktisch Jesus mit Gottheit verbunden. Ja, Jesus ist ja Gott. Also das wird auch in der Tora so beschrieben. Genau, der Jesus Christus nimmt ja auch Bezug zu dem Ereignis, als Gott sich dem Mose im Dornbusch präsentiert hat. Kennst du noch diese Geschichte? Habe ich mir vorhin mitbekommen. Genau. Also Gott stellte sich seinem Volk vor, beziehungsweise in dem Moment dann Mose. Und Mose hat ihn gefragt, ja, Gott, wie soll ich dich denn vorstellen? Wie ist denn dein Name? Und dann hat er zu ihm gesagt, geh und sag den Kindern Israels, ich bin, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Und so sollst du sagen, ich bin, der hat mich zu euch geschickt. Das ist der Name Gottes. Ja, weh, ich bin. Der Ewige. Und dann siehst du, wie Jesus Christus im Neuen Testament darauf Bezug nimmt und sagt zu den Juden, ehe Abraham ward, bin ich. Und die Juden sind ausgewählt und wollten ihn steinigen. Verstehst du? Du bist nicht mal 15 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Da sagt Jesus Christus, ehe Abraham ward, bin ich. Und die Juden wissen ganz genau, wenn jemand den Terminus, ich bin, dieses Egoämie im Griechischen, ich bin oder bin ich benutzt, dann heißt es, dass er behauptet, Gott zu sein. Krass, ne? Ja, ich versuche da mal ein bisschen so nachzurecherchieren und versuche das Ganze von... Aber selbst der Koran bezeugt, also selbst der Koran bezeugt, dass Jesus Gott ist. Du siehst, dass der Allah 99 Namen hat und keiner dieser Namen darf sich einfach irgendein Geschöpf oder Prophet geben, denn sonst würdest du dich Gott gleich machen, richtig? All Esma, All Hüsna. Du weißt ja, die schönsten Namen Allahs gehören nur ihm. Ich weiß ja nicht, wie gut du dich auskennst. Da gab es auch einen Namen, ich habe vergessen, wie der Nummer hieß, das definiert war auf der Lebendige. Der Lebendige, genau. Genau, das war auch ein Name. Natürlich, Al Ba'ez, glaube ich, ist das, der Lebendige oder der Lebende. Da bin ich mir tatsächlich gerade unsicher, aber das war auf jeden Fall auch ein Name von Allah. Genau, deswegen bin ich mir gerade unsicher. Du siehst ja, einer der 99 Namen Allahs ist Al-Haq, die Wahrheit. Und Jesus Christus sagt selber, ich bin die Wahrheit. Er sagt, ich bin Al-Haq. Verstehe, und wie wird denn eigentlich... Da gab es ja noch ein Argument, was ich gehört habe, und zwar die arabischen Christen. Sie sagen nicht Isa, der Name Isa, der kam später, sie sagen wohl Jesua Al-Masih, stimmt das? Jesua Al-Masih, genau. Und sowas wie Isa... Sie kennen keinen Isa Ebed-Mariyam, weil ihr Herr, Arab Jesua Al-Masih, sie nennen Arab den Herrn, Jesus Christus. Jesua Al-Masih, Jesus den Messias. Genau, was ich dann aber wiederum nicht verstehe, ist, woher kommt der Name Isa? Dann habe ich mal einen Muslim gefragt gehabt, wo der Name Isa herkommt. Und da wurde mir gesagt, ja, warum sollte man sowas hinterfragen? Es gibt wichtigere Sachen. Und Allah wollte es so. Allah wollte es so. Der Name Isa ist einfach eine Kopie von... Ich kann dir das mal zeigen, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Rob Christian hat dazu ein sehr, sehr gutes Video gemacht. Was der Name Isa überhaupt bedeutet. Was ist das? Das musst du dir mal angucken. Das ist sehr, sehr heftig, sehr, sehr heftig. Ja, und dann habe ich mir auch gedacht, ja, okay, dann ist es halt der Name, der vielleicht nicht eins zu eins gleich ist, aber vielleicht ist die Geschichte gleich von Isa und von Jesus. Und da habe ich mir angeschaut, nee, die Geschichte ist gar nicht gleich, weil Isa lehnt ja im Koran die Gottheit ab und sagt halt für Allah, die Gottheit gebührt dir allein. Und Jesus, als die Person, über die wir sprechen, betont halt selber, dass er Gott ist. Genau so sieht es aus. So, das sind ja nicht nur zwei verschiedene Namen, das sind ja auch zwei verschiedene Geschichten. Ja. Das ist das Ding. Und vor allem auch bei der Kreuzigung wird zum Beispiel aus islamischer Perspektive gesagt, derjenige, der am Kreuz war, das war nicht Jesus selbst, das erschien denen praktisch so. Ja genau, da kommt es noch dicker, dass Allah einfach so ein Betrüger ist und die Last von Jesus jemand anderen tragen lässt. Das ist auch krank. Du weißt ja, dass Allah sagt, keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Und dann sehen wir aber auf der anderen Seite, dass Allah wieder sein Wort bricht und die Last von Jesus Christus Judas tragen lässt. Guck mal, wie krank. Ja. Und davor habe ich mich auch immer gefragt und es gibt ja auch viele Muslime immer, die zum Beispiel fragen, wie kann jemand für die Sünden anderer Menschen leiden? Aber das steht ja auch im Alten Testament. Das waren ja auch die Eigenschaften des Messias beispielsweise. Eine Eigenschaft ist ja beispielsweise, dass er, oder Eigenschaft oder eine Prophezeiung, dass er für die Sünden anderer Menschen leiden oder sterben will. So sieht es aus. So sieht es aus. Messias, der Terminus Messias ist ja der Gesalbte, derjenige, der die Sünden der Menschheit wegnehmen wird. Warum soll denn der Jesus aus dem Koran der Messias genannt werden? Wofür? Nur weil er so ein mächtiger Prophet ist. Messias bedeutet der Retter der Welt. Der Gesalbte, der Gesalbte Gottes. Erlöser. Du siehst also, dass der Islam einfach diese Namen nimmt und sie einfach in eine neue Religion reinpackt und das Ganze dann auseinanderfliegt. Weil es gibt Juden, sehr viele sogar, Rabbiner, die eindeutig sagen, dass der Messias Gott ist. Aber wie kann es dann sein, dass die Muslime behaupten, also mit welchem Argument, dass das Evangelium verfälscht wurde? Warum sagen sie das? Weil das einfach weiter verbreitet wurde. Und du kennst das doch, mündliche Propaganda. Der eine sagt das so und die andere sagen es alle nach. Das ist ja das Problem, was wir haben. Verstehe. Also gibt es da keine klaren Beweise, sagst du, weil du hast ja öfters Debatten geführt mit denen. Ja, es gibt keinen einzigen Beweis für eine Bibelfälschung. Nicht einen einzigen. Also aus dem Koran findest du nicht eine einzige. Eher vielmehr die Bestätigung. Und du siehst, dass Gott selber im Koran, also beziehungsweise Allah sagt, niemand hat die Macht, die Worte Allahs zu ändern. Dann fragt man sich allen Ernstes, ja ist denn das Evangelium und die Tora nicht dein Wort Allah? Doch, das steht ja vor allem, genau, das steht ja, das ist ja das, was ich nicht sage. Ich weiß, was die Muslime dann sagen, ja, okay, ja stimmt, das ist von Allah, aber es wurde den Juden und Christen aufgetragen, sein Wort zu beschützen. Guck mal, wie verblödet Allah ist in dem Moment. Er vertraut einfach Menschen sein Wort an und ist nicht in der Lage, weitsichtig zu sehen mit seiner Allwissenheit, um zu sehen, dass die Menschen das nicht schaffen, um sein Wort zu bewahren. Guck mal. Ja, ich habe auch öfters mitbekommen, dass jetzt Muslime zum Beispiel jetzt darauf argumentieren würden, dass die letzte Offenbarung ja der Islam sei, vom Propheten Mohammed. Das ist praktisch die letzte Offenbarung, wird gesagt. Ja, da hat Allah sich dann entschieden, auf sein Wort auf einmal aufzupassen. Was ist das, was für einen Sinn ergibt das? Wie blöd muss man sein, an sowas zu glauben, Mann? Also ich sage dir ehrlich, ich habe mir diese Debatte, wie gesagt, von Hamdi und von dem christlichen Missionar angeschaut und aus christlicher Perspektive, wenn ich jetzt meinen Verstand einsetze, meine Logik einsetze, hat das für mich viel mehr Sinn ergeben. Das muss ich ehrlich so jemand sagen, der nicht christlich ist. Ja, aber sehr gut. Ich versuche jetzt gerade weiter zu recherchieren und ich versuche als Quelle jetzt nicht nur den Koran zu nehmen, sondern auch die Tora, die originale Tora und das Alte Testament und das Evangelium, versuche ich so miteinander noch zu vergleichen. Weil das sind ja auch Sachen, die im Koran bestätigt werden. Ja. Ja, genau. Ich glaube, damit lässt sich eine bessere Schlussfolgerung bilden, was am Ende praktisch die Wahrheit ist. Du siehst also, dass der Herr dich gerade zieht. Man merkt das. Du wirst bestimmt nach deiner Reise, wirst du den Herrn Jesus Christus hundertprozentig annehmen, weil es keinen anderen Weg gibt. Ich war genauso bei meiner Recherche, als ich dann anfing nachzuschauen, ob der Jesus Christus gekreuzigt wurde, ob er auferstanden ist. Du siehst also, dass es unfassbar wundervolle Beweise dafür gibt, sowohl von Historikern als auch von der Bibel selber. Also nicht nur von der Bibel, sondern auch außerbiblische Beweise haben. So fliegt der Islam auseinander und das war's. Das ist das. Die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi ist das bestbehüteteste und bestbezeugteste Geschichte aus der Antike. Da gibt es nichts dran rumzurütteln. Das war's. Ja. Da können wir noch von morgens bis abends darüber reden, was da in der Bibel steht und was da in der Bibel steht. Deine Religion ist eine falsche Religion, die von Satan in die Welt gerufen wurde. So einfach ist das. Fertig aus. Und das erstmal zu erkennen, ist ein langer Prozess und ein langer Weg. Und hier schreibt auch jemand, dass das Alte Testament die originale Tora ist. Stimmt das so? Weil ich kenne mich mit der Thematik nicht sehr gut aus. Das Alte Testament beinhaltet die fünf Bücher Mose und dann der Tanach, die Propheten, die über den Messias und das Kommen des Messias berichtet haben. Also auch die Inhalte von der Tora sagst du? Die Inhalte von der Tora sind ja die fünf Bücher Mose. Da wird ja auch schon Prophezeiungen abgegeben über den Messias, über Gott selber, dass er kommen wird. Und dann siehst du durch die Propheten, durch den Tanach, dass die Propheten von nichts anderes reden, als dass Gott selber für die Menschen, also zu den Menschen komplett und die ganz nah sein wird. Ja, aber weißt du, was hierbei das Interessante ist? Im Alten Testament wird ja praktisch auf die Eigenschaften von dem Messias deutlich gemacht, dass er beispielsweise für die Sünden zahlt oder sich opfert oder dafür leidet. Das wird ja im Alten Testament so deutlich gemacht. Und im Neuen Testament finden wir Jesus wieder, der das praktisch wiedergibt. So sieht's aus. Das habe ich ja gesagt. Das ist ja nur ein Beispiel mit diesem, er Abraham war, bin ich. Und dieses bin ich ist ja der Name Gottes. Ja, genau. Also nochmal, um da Klarheit zu beschaffen. Es gibt auch im Neuen Testament, unabhängig von den vier Evangelisten, gibt es ja auch Aussagen von Jesus selbst, wo er sagt, ich bin Gott, oder? Natürlich. Habe ich ja gerade eben, wie gesagt, mit Offenbarung 21, 7. 21, 7. Aber das hat dann nichts mit den vier Evangelisten zu tun, ne? Ja. Einer der, ja gut, Offenbarung ist natürlich von Johannes, dem Apostel Johannes. Aber dort spricht ja auch der Herr Jesus Christus zu ihm, ne? Verstehe. Also, ja, ja. Aber so dieses komplett Unabhängige, gibt's das? Ja, komplett Unabhängige. Du siehst doch, dass die Leute sein Wort wiedergeben. Die Leute haben ihn also gesehen, er redet mit ihm und sie haben es aufgeschrieben. Fertig aus. Gibt es hier doch Muslime, die einen von diesen Evangelisten praktisch annehmen? Weil Paulus wird ja zum Beispiel auf jeden Fall als jemand beschrieben, der das Wort gefälscht hat. Ja, aber gut, der ist ein Gesandter des Messias. Da steht im Koran, Surah 38, Vers 14. Der Gesandter des Messias. Aber Paulus ist jetzt kein Prophet, oder? Ich bin jetzt nicht tief in der Materie. Ja, was ist denn ein Prophet, der im Namen Gottes spricht? Ja. Der Prophezeiungen gibt. Paulus hat ja auch Prophezeiungen gegeben. Also, was ist dann Paulus? Ein Prophet. So, sieht es aus. Ein Gesandter. Nicht nur ein Apostel, sondern auch, die haben Prophezeiungen abgegeben. Ja. Deswegen warnt dir Herr Jesus Christus aus, uns auch vor falschen Propheten, wie Mohammed, der mit einer ganz anderen Lehre um die Ecke kommt. Du siehst also, dass Paulus, Johannes, Jakobus und die anderen von nichts anderes geredet haben, als vom Evangelium, das Reich Gottes, dass Jesus Christus selber auf diese Erde kommt und für uns bezahlt. Das ist das. Ja. Kein Apostel oder was hat sich da widersprochen. Alle sagen dasselbe, dass Jesus Christus gekreuzigt und auferstanden ist und dass er für die Sünden der Menschen bezahlt hat. Das ist das Evangelium. Das sind die Apostel, die das bestätigen und mit diesem Glauben in den Tod gegangen sind. Und daran glaube ich auch ganz fest. Warum sollten denn diese Leute für eine Lüge in den Tod gehen? Kannst du mir das mal bitte sagen? Was für einen Sinn ergibt das denn bitte? Sie haben doch nur das gesehen, was vor ihnen abgespielt war. Verstehst du das? Herr Jesus Christus, sie sehen ihn da gerade, wie er gekreuzigt wird und sie glauben daran, sehen, dass der Herr Jesus Christus aufersteht, vor ihnen steht und zum Thomas sagt, komm her Thomas, glaube, dass ich es bin. Und da legt der Thomas die Finger in die Wunde des Herrn Jesus Christus und fällt zu Boden und betet ihn an und sagt, mein Herr und mein Gott. Verstehst du? Und Jesus Christus sagt, weil du gesehen hast, glaubst du, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Verstehst du? Jesus Christus nimmt sogar Gebete in der Bibel an. Wenn Jesus Christus nicht Gott wäre, müsste er den Leuten sagen, hey, das was dir gemacht ist doch gerade Anbetung. Ich bin nicht Gott, betet mich nicht an. Er nimmt die ganze Zeit die Gebete seiner Jünger an. Jedes Mal aufs Neueste. Immer und immer wieder. Soweit ich weiß, steht über den Kontext im Koran, dass es praktisch den Leuten so erschien, dass Jesus praktisch gekreuzigt wurde. Es erschien ihn praktisch so und das war in Wirklichkeit nicht so, wird gesagt. Ach so, beim Koran, ja, das erschien ihn noch viel mehr so. Genau, manche sagen auch dazu, das war praktisch eine andere Person, der aber das Gesicht von Jesus hatte. Ja, aber das ist ja Quatsch, Mann. Wenn du behauptest, dass jemand die Form von Jesus einfach annimmt und Jesus wie ein Feigling jemand anderes für sich sterben lässt, ist das dann die wahre Heldengeschichte oder was? Oder ist das ein Feigling, der einfach daneben steht und zusieht, wie ein anderer gekreuzigt wird? Ist das schön? Hat das was mit Heldentum zu tun oder ist das Feigheit? Ja, ja. Beantworte dir das selber, wenn du so eine Frage stellst. Hat das noch was mit Heldentum zu tun oder was ist das? Nee, weil danach gibt es ja Aussagen von Jesus, die du jetzt gerade auch genannt hast. Und die Person, die keine Heiligkeit oder Göttlichkeit in sich hätte, das hätte ja keinen Sinn gemacht, wenn dann eine random Person einfach sowas sagt. Ja. Du kannst ja zum Beispiel die Anbetung in der Bibel des Herrn Jesus Christus, kannst du zum Beispiel in Matthäus 28, Abvers 8 und 9 lesen, in Markus 16, 1, in Lukas 24, 10. Da siehst du auf einmal, dass die Jünger den Herrn Jesus Christus anbeten. Wo genau nochmal? In Matthäus 28, Vers 8 bis 9, in Markus 16, 1 und in Lukas 24, 10. Kannst du es nachlesen. Jesus Christus nimmt die Gebete von seinen Jüngern an. Meine Frage ist, wenn Jesus Christus nicht Gott wäre, dann würde er sofort den Leuten ja sagen, hey, hört auf mich an zu beten, aber er nimmt die Gebete von ihnen an. Ja, das ist ja, also guck mal, im Neuen Testament ist das ja umunstritten. Also das ist ja, kann man ja nicht abstreiten, aber das ist halt, die Muslime würden jetzt in dem Fall behaupten, ja, das steht da, weil es wurde verfälscht und die vier Evangelisten, die haben da einfach irgendwas gemacht. Das ist die Argumentation. Dass die Bär hat was falsch gemacht? Nee, also guck mal, die Muslime behaupten ja, dass das Neue Testament verfälscht wurde von den vier Evangelisten. Und deswegen würden jetzt auch viele behaupten, ja, das steht da jetzt so drin, weil die Bibel verfälscht wurde, das Neue Testament wurde verfälscht. Ja, aber dann haben wir doch, wann sollte das denn verfälscht sein? Wir haben doch Abschriften vor Mohammeds Lebenszeiten, erstes Jahrhundert, zweites Jahrhundert, drittes Jahrhundert. Wann soll sowas passiert sein? Wir haben die Kumranrollen, die Muslime sind am Ende, das ist ja das Problem, was wir haben mit denen. Das versuche ich dir die ganze Zeit zu sagen, das ist einfach Mundpropaganda. Oder die Kumranrollen, die durch einen Hirten namens Mohammed gefunden sind, guck mal die Ironie. Ein Hirte namens Mohammed findet die unbezahlbaren Schriftrollen Jesajas, die mit unseren Bibeln übereinstimmen. Weißt du, was das bedeutet? Das ist ein Schlag ins Gesicht der ganzen muslimischen Welt. Weißt du, wie viele Muslime den Islam verlassen gerade? Ohne Ende. Sind das viele momentan? Ach, selbst Muslime geben dazu und sagen, wir haben ein Tsunami der Apostasie. Wahnsinn. Ja, durch das Internet. Wir können ja die ganze Zeit miteinander, sag mal schnell, Informationen tauschen. Du siehst ja, ich bin hier mit dir und kann alles abrufen aus meinem Kopf und dann kann ich dir das ja sofort sagen. Und wir sind verbunden im Internet und so diskutieren wir alle miteinander und derjenige kann dann das Ganze dann sofort nachschlagen, nachprüfen. Und dann sehen wir, dass das alles so stimmt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Klar. Ja, vieles lässt mich halt verzweifeln, wenn du verstehst, was ich meine. Weil es gibt halt viele, das erlebe ich jetzt vor allem auch bei der sunnitischen Strömung, die als der einzig wahre Weg beschrieben wird. Denn da gibt es ja beispielsweise sehr viele, die beispielsweise Tech-Feedies sind oder zum Beispiel dieses Land verachten. Die Demokratie, sie verachten die Demokratie beispielsweise, die Rolle der Frau ist einfach unerträglich, wie Kinder beschrieben werden und und und. So viele grausame Sachen und vor allem diese Radikalität im jungen Alter. Ich habe mir da die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht irgendwo herkommen. Ja, natürlich. Woher kommt das her? Genau, genau. Die nehmen sich immer die Rechtfertigung von der Religion und deswegen habe ich immer gesagt, ey, wenn der Sunnitentum schon die Wahrheit ist, dann sind 90% davon Sekten. Weil wie die sich verhalten, ist überhaupt nicht normal. Das macht ja einen Angst. Verstehst du? Ja. Und deswegen fing bei mir langsam so der Zweifel an. Und vor allem das Interessante auch hierbei ist, im Sunnitentum selbst, da spricht sich jede Glaubensrichtung praktisch gegenseitig den Glauben ab. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Christentum genauso ist. Ja, nicht nur das, aber sie bekämpfen sich auch aufs Übelste. Bei uns ist das ja so, dass wir dem einen oder anderen sagen, wenn wir nicht mit dem einverstanden sind, gut, dann kann jeder seines Weges gehen. Aber beim Islam ist das ja nicht so. Wenn die Gruppierungen aufeinander treffen, darf es ja keine Fitna im Land geben. Das heißt, eine Gruppierung muss über die andere herrschen, sonst gibt es ja ohne Ende Fitna im Land. Und dann siehst du, wie die Takfir machen und dann auf einmal dein Blut für Halal erklären, obwohl du an Allah und Mohammed glaubst. Das ist so krank, ey. Ja, richtig. Also mir gegenüber wurde auch schon etwas... Wissen Sie, wie gefährlich der Islam ist? Selbst für praktizierende Muslime ist der Islam so gefährlich, weil wenn du mit der falschen Akrida irgendwo ankommst, in einer Gesellschaft, wo anders gelehrt wird, bist du dran. Das ist das Problem, was wir haben. Das stimmt. Die Muslime raten das ja nicht. Genau, das stimmt. Das beste Beispiel ist ja Pierre Vogel und der islamische Staat. Der Pierre Vogel ist ja mächtig genug, um in die islamischen Schriften einzutauchen, um zu sehen, warum der islamische Staat das macht, was er macht. Und dann müsste der Pierre Vogel ja auf die Idee kommen, einmal das Leben von Mohammed sich zu betrachten und dann zu sehen, wie der islamische Staat davor geht. Du siehst, dass sie eins zu eins akrimisch alles nachprüfen und Mohammed und die Sahaba in Wort und Schrift nachahmen. Ja, und dann sind sie natürlich sehr, sehr sauer auf Pierre Vogel, weil er halt diese Reuchelei dann praktiziert. Diese Tapia, nur damit die hier ein schönes Leben haben kann. Das ist ja Wahnsinn. Also, wer ist deiner Meinung nach die Gruppierung oder die Glaubensrichtung, die eins zu eins das praktiziert, was der Islam wiedergibt? Da ist also Daulat al-Islam, der islamische Staat. Das sind die wahren Muslime. Sie haben einen Kalifat ausgerufen und sie werden jeden platt machen, der nicht mit ihnen einverstanden ist. So wie Abu Bakr das getan hat, so wie Omar das getan hat, so wie die ganzen Kalifen das getan haben, die alle mit dem Schwert nach vorne gekommen sind und das an sich gerissen haben, das Kalifat. Das ist was. Aber die bringen ja auch beispielsweise Kinder um, also TikTok-sportlich. Das hat Mohammed ja auch. Das hat er auch befohlen. Die Muslime haben ihn ja gefragt. Ja, Mohammed, bei unseren nächtlichen Angriffen kommen ja auch Frauen und Kinder um. Was sollen wir tun? Das ist kein Problem. Mohammed hat gesagt, inhum minhum. Sie sind von ihnen Macht. Also der Kollateralschaden wird in Kauf genommen. Siehst du? Mohammed lässt ab einem gewissen Alter von zehn Jahren die Menschen enthaupten. So ist das. Kleine Kinder, wo Schambehaarung eingesetzt war. Ab wie vielen Jahren setzt die Schambehaarung denn bei einem Kind ein? Ab zehn, elf oder so fängt das so langsam an. Ja, ja. Da gibt es ja auch kein genaues Alter, wann jemand ein Kind ist. Weil ich habe mal auch so von jemandem mitbekommen. Ja, ich gehe jetzt rein von der wissenschaftlich hier aus. Also, guck mal, wir können das mal googeln. Ab wann wächst Schambehaarung hin? In der Regel beginnen bei dir als Junge im Alter von zehn Jahren die ersten Schamhaare zu wachsen. So, Mohammed hat zehnjährige Kinder nackentherapiert. Und kannst du mir vielleicht da die Sura auch aufsagen, damit ich da nochmal selber nachschauen kann? Ja, das ist in einem Hadith. Warte, zeige ich dir. Ja. Also, blendest du dir ein? Und das widerlegt auch den Islam. Weil in dieser Geschichte geht es darum, dass die nach der Tora geurteilt haben. Wenn die Tora verfälscht ist, wie können sie nach einem verfälschten Buch urteilen? Meine Frage. Damit ist der Islam ruiniert. Sobald ein Muslim seinen Mund aufmacht. Würdest du dann zu einem verfälschten Buch gehen, um dort dein Urteil rauszuholen? Nee, das geht ja gar nicht. Aber die Frage stellt sich ja, wie es sein kann, dass man Gottes Wort fälschen kann. Das ist auch so eine Sache. Ja, aber unabhängig jetzt mal davon. Die Muslime sagen ja, dass es verfälscht. Aber würdest du zu einem, wenn du jetzt in der Situation wärst und gesagt hast, Saad bin Mwaz. Komm mal her, entscheide du was mit der Banu Kureyza passiert. Da hat er entschieden, ich entscheide nach der Tora. Sie sollen alle nackentherapiert werden. Meine Frage, wenn die Tora verfälscht ist, wie kann es sein, dass der Typ auf ein verfälschtes Urteil dann, auf ein verfälschtes Buch sein Urteil spricht? Wie geht das denn? Es gibt ja keine Logik, wenn man nach etwas Gefälschtem geht. Weil man sagt ja selbst, dass es gefälscht ist. Das geht ja gar nicht. Ja, sehr gut. Siehst du, wie du den Islam ruiniert hast? Selbst ohne Unbewusst. Guck dir das mal an, wie schlau du denkst. Ja. Ja, natürlich versucht das von beiden Seiten zu blicken. Um das Ganze so objektiv zu machen. Ich will das ganz kurz sagen. Ja. Bist du noch da, oder? Ja, ja, ich bin nur gerade am Suchen. Wenn du willst, kannst du weiter etwas sagen. Ach so. Ja, genau. Dann würde ich direkt die nächste Frage nochmal fragen wollen. Also bevor du mir das zeigst, oder vielleicht danach. Es wird auch von vielen Muslimen argumentiert, wenn Jesus doch Gott ist, warum ist er als menschliche Gestalt gestorben? Denn Gott kann ja gar nicht sterben, wird gesagt. Ja, ja, das Fleisch ist gestorben, doch nicht Gott. Jesus als Gott kann nicht sterben. Jesus einem Fleisch, natürlich. Kannst du Gottes Wort kaputt machen? Kann man nicht. Ja, aber in physischer Form kann man das? In physischer Form würde es gehen, ja. Kann man den Koran kaputt machen? Kann man Allahs Wort kaputt machen? Zerstören? Also, meinst du, wenn man jetzt zum Beispiel den Koran, also den Koran... Ja, kann man den Koran verbrennen, zerreißen, zerstören? Kann man das machen? Das geht, ja. Das Wort Gottes so. Siehst du, Gott, das Wort, das Wort warat Fleisch und wohnte unter uns, siehst du? Gott selber ist das Wort und das Wort warat Fleisch und wohnte unter uns und sie haben das Fleisch getötet, nicht Jesus als Gott. So musst du dir das immer vorstellen, dass Gott niemanden töten kann. Das ist ja Quatsch. Wer kann denn Gott töten? Sie haben das Fleisch getötet. Das ist doch nur die Hülle. Ja. Aber Gott ist unsterblich. Er kann sowohl in menschlicher Form kommen, sterben, drei Tage im Schoß der Erde sein und dann wieder auferstehen. Gott kann auch alles. Wir dürfen Gott nicht einschränken in unserem Verstand. Das ist ja das Problem, was wir haben. Ja, der christliche Missionar Pietro, der hat, Pietro, hat so ein Beispiel nochmal aufgezeigt, indem er beispielsweise so eine Flasche genommen hat, da war auch Wasser, der hat gesagt, die Plastikflasche ist die Hülle und der Inhalt praktisch ist das Wasser. Und die Hülle kann praktisch kaputt gehen, aber das Wasser, das geht ja nicht kaputt. Ja. Deswegen, du kannst Gott nicht zerstören. Aber wenn Gott sich entscheidet, eine physische Form anzunehmen, so hast du nur diese Hülle kaputt gemacht, aber doch nicht Gott. Gott bleibt für immer existieren. Deswegen sagt der Herr Jesus Christus in Offenbarung 1,18, siehe, ich war tot. Ich bin das Alpha und das Omega, das A und das O, da nennt er sich schon wieder einer der 99 Stammalas. Siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Guck dir nur diesen Satz an, wie gewaltig der ist. Ja, es wird ja auch über die Auferstehung prophezeit. Natürlich. Ja. Natürlich, Psalm 22 ist das Allerheftigste überhaupt. Psalm 22, Jesaja 53. Es gibt messianische Psalme, die atemberaubend sind, wo David in prophetischer Form darüber gesprochen hat, dass der Messias Leiden gekreuzigt und auferstehen wird. So einfach ist das. Ja. Steht das auch im Koran so? Steht das auch im Koran so? Guck mal hier, ich lese dir mal vor, was der Prophet Zachariah schreibt. Pass mal auf, was er sagt. Das ist heftig. Das ist auch eine Sensation. Im Koran sagst du? Nein, der Prophet Zachariah. Guck mal, was er sagt. Ja. Zachariah 12, 10. Guck mal her. Abvers erhebt. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitte, wo ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper. Unglaublich. Was für eine Prophetie, wo Gott selber sagt, sie werden auf mich schauen, den sie durchs Wort haben. Oh, dankeschön, Jan. Vielen Dank, lieber Jan. Und das steht im Neuen oder im Alten Testament. Im Alten Testament. Gott kündigt sich an. Ich lese es dir nochmal vor. Leute, hört nochmal zu. Ich lese es euch vor. Zachariah 12, Kapitel 12, Vers 10. Aber über das Haus David und die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich schauen, den sie durchstochen haben. Kann man Gott durchstechen? Nee. Wie kann das so möglich sein? Nur in menschlicher Gestalt. Nur in menschlicher Gestalt. Du hast es. Du hast es. Siehst du? Du hast es. Du hast es verstanden. Verstehst du? Das ist das Problem. Die Muslime dürfen das Alte Testament nicht mehr lesen. Sie dürfen die Bibel nicht lesen. Weißt du, was einer der Gelehrten von Al-Azhar-Universität sagt? Wir dürfen uns mit dem Tora und dem Evangelium den Hintern abwischen. Schau dir diesen Dreck an. Das ist schrecklich. Natürlich. Das ist also Respekt haben vor Schriften. Und dann sagen die Arme, es ist respektlos. Guck dir das mal bitte an. Aber die Tora, die Seiten der Tora und die Seiten des Evangeliums rausreizen und sich damit den Hintern abwischen, das steht in dem Buch von Abishujana. Und weißt du, was das für eine hohe Nummer ist, der Typ? Das sind ja heilige Schriften. Das ist definitiv respektlos. Außer Frage. Natürlich. Meinst du, irgendeiner von uns würde es wagen, eine Seite aus dem Koran rausreizen und uns mit dem Hintern abzuwischen, obwohl wir nicht damit einverstanden sind und sagen, für uns ist der Koran das Buch des Teufels? Trotzdem würde ich niemals eine Seite davon rausreißen und mir damit den Hintern abwischen oder es anzünden oder was auch immer. Ich rate immer meinen Geschwistern und Leuten, die sich damit auseinandersetzen, liest den Koran, eignet euch Wissen an und dann werdet ihr mit Wissen in dieser Religion widerlegen und zerbomben. Nur mit Wissen. Wissen ist Macht. Ja. Amir, kannst du vielleicht nochmal diesen einen Vers vorlesen? Ich würde das nochmal aufnehmen. Bitte, ja. Genau, um mich da nochmal austauschen mit anderen Personen. Moment. Ich nehme das auf, wenn das in Ordnung ist. Ja, gerne, klar. Okay, könntest du das nochmal vorlesen? Ja, also wir haben im Alten Testament eine Prophezeiung, wo Gott selber sagt, sie werden mich durchstechen, durchbohren, den sie selber gesehen haben. Und ich lese euch das mal vor. Das ist aus Zacharia 12, 10. Das ist eine Prophezeiung auf Gott selber, wie er sich ankündigt, hier in menschlicher Form zu kommen, um durchstochen zu werden. Guck mal hier. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich schauen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihr Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Wahnsinn. Wahnsinn, allein dieser Vers reicht aus, um die Gänsehaut am gesamten Körper zu geben. Da wird ja auch der Begriff auch Sohn, das kommt ja auch davor, ne? Sehr gut, genau. Du hast jetzt einen eingeborenen Sohn. Wer ist der eingeborene Sohn vom Vater? Natürlich Jesus, ja. Perfekt, sehr gut. Siehst du, wie deine Augen aufgehen, wenn du das liest, wie dein Verstand auf einmal sagt, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das Alte Testament redet darüber, dass Gott sich ankündigt, durchstochen zu werden. Wie geht das denn? Ah, er muss also die menschliche, physische Form annehmen, damit das möglich ist. Danke Gott, dass ich das erkennen darf. Danke, dass du das schon ankündigst und ich nicht ein Ignorant bin, der das einfach außer Acht lässt, weil ich lese weiter. Ich gucke, was du prophezeit hast durch deine Propheten. Ich danke dir Gott, dass du dein Wort bewahrt hast und ich das lesen darf. Und ich staune über dein Wort und über deine Gesetze, die du gegeben hast. Das ist mein Herr und mein Gott. Gibt es vielleicht noch weitere Verse im Alten Testament? Natürlich, natürlich. Pass mal auf. Jesaja 40, 3. Pass mal auf. In Kombination mit Matthäus 3, 3. Pass mal auf, wie heftig das ist. Ohne Ende. Pass mal auf. Guck dir das mal an. Jesaja 40, Abvers 3. Guck dir das an. Das ist so genial, wie Gott arbeitet. Und du weißt ja, die Qumran-Rollen wurden ja die Jesaja-Schrift-Rollen mitgefunden. Unbezahlbar. Und sie stimmen mit unseren Bibelübersetzungen überein. Wahnsinn. Jesaja 40, Vers 3. Guck mal. Jesaja 40, Vers 3. So, Abvers 1. Die Überschrift heißt, die gute Botschaft von der Erlösung. Guck mal. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Guck mal. Was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Er spricht eine Stimme. Verkündige. Das ist der, das ist der, hier, Johannes der Täufer. Guck. Das ist die Prophezeiung. Da wird ja auch das, hier vom Sehen wird ja auch da gesprochen. Natürlich. Pass mal auf jetzt. Wo finden wir diese Prophezeiung, die sich erfüllt hat? In Matthäus 3, 3. Wo der, wo der, wo der Johannes der Täufer das hier ausspricht. Guck mal. Johannes 3, Vers 3. Matthäus 3, Vers 3. Hier. Ab Vers 1. Und die Überschrift ist die Verkündigung Johannes des Täufers. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigte in der Wüste von Judäa und spricht. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herabgekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde, durch den Propheten Jesaja, der spricht die Stimme eines Rufenden, ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seinen Länden. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurde von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Wahnsinn. Der Herr selbst kommt. Und Johannes der Täufer sagt, ich bin nicht mal wert, seine Schuhriemen zuzumachen. So heilig ist der Herr Jesus Christus. Ja, und vor allem die Sache ist ja, im Koran wird ja das Alte Testament bestätigt. Also müssen wir das praktisch, wir müssen also mit wir, auch die Muslime, müssen das ja annehmen, was da drin steht. Ja, natürlich muss man daran glauben, das ist ja das Problem. Aber wenn du daran glaubst und zurückgehst zum Alten Testament und beziehungsweise auch zum Neuen Testament, siehst du, dass Mohammed kein Prophet war und allem widersprochen hat und du den Koran beiseite lässt. Das ist das Dilemma, was der Koran hat. Vor allem gibt es ja auch eine Sache, die mich sehr überrascht hat. Es wurde ja im Alten Testament auch prophezeit, dass Jesus Immanuel genannt werden sollte. Genau, was bedeutet das? Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Sehr gut, perfekt. Gott ist mit uns. Genau, und als ich da nochmal meine muslimischen Freunde so nachgefragt habe, also konnten die da auch keine Antwort geben. Oder die haben gesagt, ja es ist einfach nur so ein Name. Und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich mir in dem Moment gedacht, das macht ja keinen Sinn. Warum wird prophezeit, dass Jesus so genannt werden soll? Warum wird das im Alten Testament so prophezeit? Warum wird ein Name prophezeit mit so einer Bedeutung? Das kann ja für mich... Aber nicht nur das, sie lassen auch außer Acht, dass dort ein, zwei Sätze vorsteht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger. Das ist ja das Heftige. Die Jungfrau wird schwanger. Und wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt Gott mit uns. Ja, und in Bezug auf Maria, sie mischen halt... Also im Islam wird ja auch gesagt, dass Maria keinen Mann hatte. Wie sieht man das aus christlicher Perspektive? Ja, in den ersten Zeiten war sie ja verlobt mit Josef. Aber Josef hat sie ja niemals angefasst. Sie war ja Jungfrau. Und dann, als der Herr Jesus Christus durch sie geboren wurde, hatte Josef sie dann zur Frau gerichtet, zur Frau genommen. Und dann hatte der mit ihr Kinder. Und der Herr Jesus Christus hatte dann in dem Falle dann auch Brüder. Aber deswegen siehst du, dass der Herr Jesus Christus zu seiner Mutter sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Als sie ihn gefragt hat, die Leute rufen nach dir, Jesus. Da hat er gesagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Du bist quasi nur eine Frau, die mich hier auf diese Welt gebracht hat. Ja, aber ich bin weitaus höher, als ihr alle euch vorstellen könnt. Wer ist denn in dem Moment Maria? Ja, sie spricht gerade mit dem Herrn der Welt, die alles erschaffen hat. Verstehst du? Ja. Und dann sagen die Muslime, guck mal, wie respektlos Jesus mit seiner Mutter redet. Ja, wer ist denn in seiner Mutter in dem Moment, der gerade der Herr zu ihr sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Was habe ich mit dir zu schaffen? Nennt sie Frau. Ja, und was ist denn das Problem dabei? Aber dass Mohammed seine Eltern als Kofar und Nejes betitelt, das ist kein Thema. Suche 9, Vers 28. Das macht wirklich Sinn, vor allem, weil ich ja auch so Radikale kenne, die wirklich ihre Eltern als Ungläubigen betiteln. Solche Leute gibt es auch. Und das spiegelt ja alles von der Geschichte auch wieder. Ja. Guck mal hier, was der Prophet Jesaja sagt in Jesaja 44,6. Und dann stelle ich dir eine Frage, guck mal. Jesaja 44,6. Der Titel ist, der Herr allein ist Gott, die Torheit des Götzendienstes. Ab Vers 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr, der Herrscher. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Wer ist der Erste und der Letzte? Gott natürlich. Gott natürlich, guck mal hier. Was sagt Jesus Christus in Offenbarung 1,18? Pass mal auf. Im Neuen Testament, ne? Im Neuen Testament, guck mal hier. Wer ist also der Erste und Letzte, hast du gerade gesagt? Gott. Okay. Offenbarung 1, Abvers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebende. Und ich war tot. Der Lebende, der Lebende ist ja auch ein Name von Allah. Sehr gut. Sehr gut. Und der Lebende. Und ich war tot. Allah ist also gestorben? Gott ist tot? Wie kann das denn sein? Das war ja mit dem, ich war ja tot, das war ja die Wiederauferstehung, oder? Sag ich ja, aber kann Gott in dem Falle sterben oder was ist passiert? Nein, er ist ja nicht gestorben, er ist ja wieder aufgestanden. Ja, aber er hat ja diese physische Form angenommen, also einen menschlichen Körper. Nur so kann er ja sterben. Genau. Also sein Geist ist ja nicht gestorben. Die Gottheit ist ja nicht gestorben. Nein, natürlich nicht. Die Hülle, genau. Genau, die Hülle. Und er sagt weiter, und der Lebende, ich war tot und sie, ich lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehst du? Der Herr Jesus Christus, der gekreuzigt wurde, wer ist er, laut Jesaja 44,6? Das ist ja Gott in dem Fall. Amen. Siehst du? Jetzt hast du ja gar nicht gesagt. Das wird ja, also von der Logik her wird das ja im Alten Testament, wie du eben diesen Vers genannt hast, genauso beschrieben wie im Neuen Testament. So sieht es aus, mein Bestand. Du hast es begriffen und du weißt ganz genau, dass du auf dem besten Weg bist, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Ich bin davon sehr, sehr überzeugt. Sein sehr, sehr schlauer Junge. Ja, natürlich. Also ich versuche das wirklich von beiden Seiten zu blicken. Deswegen schaue ich mir meistens diese Diskussion an und jetzt nicht nochmal einzeln komplett an diesen Bibel lesen. Du siehst, dass der christliche Glaube dir mehr zusagt als der Islam, weil im Islam findest du überhaupt gar nichts. Kein Frieden, keine Nächstenliebe sowieso überhaupt gar nicht und auch keine Vergebung. Du siehst ja, im Islam gibt es nur einen Weg der Erlösung. Weißt du das? Einen Weg der Erlösung, das ist ja, wenn man den Glauben richtig praktiziert, oder? Ja, aber was heißt das im Glauben richtig praktiziert? Gibt es einen, Allah sagt in Sura 66, Vers 8, vielleicht werde ich euch eure Missetaten zudecken, vielleicht. Allah ist sich noch nicht mal sicher, er weiß noch nicht. Wenn er einen guten Tag hat, vielleicht wird er dir vergeben. Heftig, ne? Boah. Vielleicht, Gott sagt vielleicht. Ja, natürlich, natürlich. Das macht ja auch einen Angst, um ehrlich zu sein, was da an der islamischen Gemeinschaft abgeht. Leider. Ja, was verlangt denn jetzt Allah, um dass du sicher gerettet wirst? Gibt es da irgendeine Doktrin, die sagt, nur unter dieser Bedingung wirst du sicher errettet werden? Soweit ich weiß, gibt es dazu ja diesen, den Hadith oder die Botschaft vom Propheten Mohammed, dass da gesagt wird, von 73 Gruppen sind 72 Irre geleitet und die eine Gruppe, die Achles Sunder. Also, wer seinem Weg praktisch folgt, ist rechtgeleitet. Ja, aber meine Frage nochmal speziell zu äußern. Wie wird man denn sicher gerettet im Islam? Gibt es einen Weg, wo man sicher direkt ins Paradies kommt? Wenn man der Sunder folgt, soweit ich weiß. Also aus islamischer Perspektive. Du kannst mit Allah einen Vertrag eingehen und dann sehen wir, dass der Teufel da dich gerade am Rufen ist. Du musst Dschihad machen. Und das ist in Surah 9, Vers 111. Du musst auf Allahs Wege kämpfen, töten und getötet werden, TikTok-sportlich. Steht das genau so explizit da drin oder? Ja, soll ich das vorlesen? Ja, bitte. Ja. So, 9, 111. Das ist der einzige Weg, um sicher in Allahs Himmelreich einzukehren, damit du dein Leben opferst und das Leben anderer. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg, fisa bidelela kämpfen, Dschihad machen, und so töten sie und werden getötet. Dies ist ein für ihn bindendes Versprechen in der Wahrheit, in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt, denn das ist der großartige Erfolg. Das merkst du nicht, wer hier gerade spricht, der deine Seele abfordert. Da komm, opfere dich für mich und ich gebe dir das Paradies. Wer spricht dir gerade? Das ist ja praktisch dann Allah in dem Fall. Ja, aber wer spricht in Wahrheit, spricht dir und will, dass du Menschen tötest und getötet wirst und dann um sicher ins Paradies zu gehen? Wer spricht dir? Ja, da kann man jetzt natürlich sagen, wenn man das andersweitig betrachtet, man kann ja auch andersweitig betrachten, der Satan, der versucht einen in die Irre zu leiten. Satan ist es, der die Menschen in die Irre leitet? Soweit ich weiß, ja, der Teufel. Ja, da haben wir ja einen Widerspruch, denn in Suche 15, Vers 39 und Suche 4, 119 heißt es, dass Schätan die Menschen in die Irre führt. Und dann steht da im anderen Vers, in Suche 13, Vers 27, in Suche 16, Vers 93 und Suche 35, Vers 8, Allah ist derjenige, der die Menschen in die Irre führt. Wahnsinn, ne? Natürlich. Also ich muss das weiterhin miteinander vergleichen, aber ich sage dir ehrlich bis jetzt, ich habe mir wenige Tage nur diese Recherche gemacht. Und zumeist macht der Christentum meiner Meinung nach Sinn, aber ich muss halt weiter dranbleiben. Ich möchte wirklich gefesselt sein bei der Wahrheit und schauen, was wirklich der Wahrheit entspricht, was den Tatsachen entspricht. Ja, aber ich merke schon, du bist ein ganz, ganz schlauer und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auf jeden Fall hinkriegst, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Und ich möchte dir eins noch mitgeben. Ich möchte dir Johannes Kapitel 4, Vers 14 mitgeben und dann möchte ich dir noch einen anderen Vers dazu sagen, dann weißt du, wer Jesus Christus ist. Johannes 4, Vers 14. So, ich lese ab Vers 11. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Wo hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihm, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Er wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Mein Lieber, ich habe eine Frage an dich. Jesus Christus spricht hier, er wird uns das Wasser des Lebens geben, richtig? Ja. Okay, pass mal auf, was der Herr Jesus Christus in Offenbarung 21, 7 sagt. Und damit möchte ich dann auch dich dann mitten dazu recherchieren. Das ist ja Jesus dann in dem Fall. So, was sagt er danach? Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Was sagt Jesus? Ja, dass er Gott ist. Alles klar, das war's. Damit hast du das alles beantwortet bekommen. Und jetzt bist du natürlich in deiner Beweis, also in deiner Pflicht, da nachzugehen und dir auch ehrlich gegenüber zu stehen und einzugestehen, dass Jesus Christus absolut behauptet, Gott selbst zu sein. So sieht's aus. Ja. Ich kann das alles nicht mehr leugnen. Genau, da will ich mich bei dir bedanken, Amir, für das Gespräch. Gerne, war nett mit dir zu reden. Möge der Herr Jesus Christus dein Herz öffnen für die Wahrheit. Ich bete für dich, wir beten gleich alle für dich. Ja, danke dir. Ja, schönen Abend dir noch. Dir auch, mein Lieber. Gott segne dich an deiner Familie. Ja, dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Ja, wundervolles Gespräch. Ja, möge der Herr Jesus Christus ihn segnen, bieten und beschützen in seiner ganzen Familie. Ja, sowas vermisst man natürlich ab und zu mal, dass die Leute zuhören und lernen wollen und selber auch sich ins Gespräch einbringen. Und dann kann man natürlich auf einer ganz anderen Ebene dann mit jemandem reden, anstatt der eine schreit, der andere schreit auch. Und was bringt das denn? Was ist das bitte? Natürlich, ich bin auch emotionsgeladen, weil ich immer im Hinterkopf habe, dass Muslime Schriften hervorbringen, die ultra brutal sind und unsere Geschwister jeden Tag am Leiden sind wegen sowas. Und diese Leute, die das einfach am Verleugnen sind, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist für mich unfassbar. Ja, also merkt euch das. Johannes Kapitel 4, Vers 14, wo der Herr Jesus Christus mit der Samariterin redet und sagt, ich werde dem Dürsten aus dem Quell des Wassers des Lebens geben umsonst. Und dann sehen wir, dass der Herr Jesus Christus in Offenbarung 21, 7 sagt, ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Kinder sein. Denn er ist derjenige, der das Wasser des Lebens gibt. Ja, wundervoll. Wundervoll. 15 Jahre mit Sicherheitsverwahrung hätte Mohammed bekommen. Ja, genau, das ist heftig. Ja, ich hoffe natürlich, dass er sich auch das Vorbild Mohammed betrachtet, dass er sich eingesteckt, dass er ihn niemals als Vorbild nehmen kann. Der einfach so sagt, dass Frauen den Männern ihre Brüste zum Stillen geben sollen. Das ist der absolute Wahnsinn, Mann. Ja, ich hoffe, dass du gerade mir noch zuhörst, wenn du hier drin bist. Mohammed hat eine Praktik erlaubt, die unglaublich ist. Sowas nennt sich Reda al-Kabir. Das ist die Stillung eines Erwachsenen. Und das findest du in Sunan Ibn Majah, Hadith 1943. Ich lese dir das mal vor. Guck dir das mal bitte an, was Mohammed anordnet. Du gehst kaputt. Das ist so krank. 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 Sunan Ibn Majah, Hadith 1943. Sahola bin Suhail kam zum Propheten und sagte, Oh Gesandte Allahs, ich sehe Zeichen des Unmuts auf dem Gesicht von Abu Hudaifah, als Salim auf mich zukommt. Der Prophet sagte, still ihn. Sie sagte, wie kann ich ihn denn stillen, wenn er ein erwachsener Mann ist? Der Gesandte Allahs lächelte und sagte, ich weiß, dass er ein erwachsener Mann ist. Also tat sie das. Dann kam sie zum Propheten und sagte, ich habe danach nie wieder Anzeichen von Missfallen im Gesicht von Abu Hudaifah gesehen. Und er war bei der Schlacht von Badr anwesend. Ja, natürlich hat sie nie wieder irgendwie Zeichen von Ekel gesehen, nachdem sie an den Busen von dieser Frau genuckelt hat. Wahnsinn, ne? Der hat sich also gefreut. Er hat gesagt, hmm, köstlich. Schöne Buselinas. Ist das heftig, Leute? Ist das krass? Busowski ist... Immer dein Busowski, ja. Ist das krass? Das darfst du niemandem erzählen, ey. Stell dir mal vor, du bist ein Muslim sagen. Ey, mein lieber Muslim, dein Prophet hat angeordnet, dass man erwachsene Männern stillen soll. Das nennt sich bei euch so der Dahlkabel. Was meinst du, wie der guckt? Der sagt, halt bloß deine Klappe, willst du mich verarschen? Nein, das glaube ich nicht. Doch, mein Lieber, ja, das musst du leider glauben. Das musst du leider glauben, denn das wurde als authentisch klassifiziert. Oh, gib mir Busowskis her. Gib mir dein Busowski her. Ich brauche Busowskis. Ich glaube, ja, sehr gut. Ich glaube, ja, das ist ein Prophet Gottes, der sowas anordnet. Ich hoffe, dass du dir Gedanken machst, wer Mohammed war, ehrlich. Ich hoffe, dass du dir Gedanken machst, wer dieser Prophet war. Wo der Herr Jesus Christus uns gewarnt hat in Matthäus 7. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen in Schafskladdern zu euch. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Absolut wahnsinnig. Absolut wahnsinnig. Von Busowskis wird man Busowskis. Das ist doch heftig. Ja, das ist das. Wenn du Mohammed als Vorbild nimmst, hast du dann sowas. Stell dir mal vor, der Herr Jesus hätte sowas gesagt. Mr. Wutsch ist krönig müde. Der ist nur am Schnarchen, der Arme. Der kann schon nicht mehr. Der ist nur am Schnarchen, der Kleine. Wo steht das nochmal, dass Allah ein Bett hat, sage ich dir sofort. Einen Moment. Ich helfe meinen Geschwistern hier. Ich helfe euch, wo ich nur kann. Damit wir dieser Religion Einheit gebieten können. Ja, hier ist das. Ich zitiere erstmal aus dem Deutschen, dann genenne ich dir die Quelle. So kam ich zur Tür des Paradieses und sie wurde für mich geöffnet. Und so kam ich zu meinem Herrn, gesegnet und gepriesen sei er, und er saß auf seinem Stuhl oder seinem Bett. Also verneigte ich mich vor ihm. Erzähler ist Anas bin Malik, aktualisiert Al-Dahabi. Quelle, der goldene Thron, die Seitennummer ist 42. Zusammenfassung des aktualisierten Urteils. Die Befehlskette ist korrekt. Also, Isnadu Sahih. Wahnsinn, ne? Der goldene Thron, die Seitennummer ist 42. Also, das ist so eine arabische Quelle. Das findest du so, findest du das niemals. Nie, nie, nie. Niemals. Und sowas findest du. Oh, dankeschön, Abu Hansi. Abu Hansi? Abu Hansi, schick Liebe. So. Also, so wie es hier übersetzt ist, heißt es, Erzähler ist Anas bin Malik, aktualisiert von Al-Dahabi. Quelle Al-Arsch von Al-Dahabi. Seite oder Nummer 42, Zusammenfassung der Entscheidung des Hadiths. Seine Überlieferungskette ist authentisch. Abschluss überliefert von Abu Ahmad Al-Assal in Al-Ma'arifah. Wie in Al-Alwa von Al-Dahabi, Seite 36. Es ist schwierig, diese Sachen auszusprechen. Aber die, ähm, wer Al-Arsch? Ja, die Muslime nennen Arsch, heißt bei ihnen, äh, Ja, der Thron, ne? Al-Arsch. Oder Himmel, warte. Ich guck mal, Al-Arsch. Ja, der Thron. Der Thron von Allah ist Al-Arsch. Gahabi, Dahabi, D-H, 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 D-H. Mohammed hat Allah und 360 Götter in der Kaaba angebetet. Amir, kannst du darüber aufklären? Ja, deshalb haben wir schon sehr oft angesprochen, dass die Kaaba ein Götzenhaus war, wo die Quraysh ihre Götzen da drin aufgestellt haben. Und der Hauptgott war Allah, ne? Hubal. Und den haben die, ähm, Quraysh auch verehrt. Beziehungsweise auch die Muslime. Und Mohammed hat gesagt, wir dürfen nur einen, einen von diesen Götzen aufbewahren. Ja. Und hat alle anderen zerschlagen und hat Monotheismus. Das war für Mohammed Monotheismus. Indem sie Allah, den Hauptgötzen, am Leben erhielten. Wahnsinn, ne? Die Töchter Allahs, genau, so 53 Vers 19 bis 23. Allah beschwert sich darüber, dass die Muslime ihm Töchter zuschreiben anstatt Söhne. Allah will Söhne. Er sagt, hey, warum gibt ihr mir, warum schreibt ihr mir Töchter zu, obwohl ich Jungs haben will? Das ist doch krass, warte, ich lese euch was mal vor. Habt ihr von sowas schon mal gehört? Der Gott des Islams beschwert sich bei den, äh, bei den Muslimen und sagt, hey, ich wollte Söhne haben anstatt Töchter. Was macht ihr da? 53 Vers 19 bis 23. 23. Haben sie nun über die Götzenbilder von Lad und Uzzanach gedacht und der dritte Manat auch? Möchtest du lieber Söhne haben, während du ihm Töchter zuschreibst? Dann ist dies wirklich eine voreingenommene Verteilung. Also Allah, Allah beschwert sich darüber, dass ihm Töchter zugeteilt werden anstatt Söhne. Ist das krass? Ja, das sind die sogenannten satanischen Verse, die dann abgeändert wurden, ne? Das ist das. Das sind diese sogenannten satanischen Verse, die dann von Mohammed und, also beziehungsweise von Allah dann abogiert wurden. Wie lange Mohammed diese satanischen Verse zitiert hat, das ist unglaublich, ey. Amir, zeig dich, man sieht dich ja nicht. Hier. Hier I am. Devil Batshabar Siddha Allah, ja genau so sieht's aus. Professor Doktor Rabbi, bist du Iraner oder was? So, was ist denn hier los? Möchtest du? Feierabend habe ich schon längst. Ich habe schon längst Feierabend. Ich sitze jetzt noch ein bisschen hier und unterhalte mich noch ein bisschen mit euch und danach gehe ich. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Aslach, Aslach, Aslachs 913. Hallo Marcel. Hi Amir, Gottes Segen und an alle anderen. Ich habe mal eine Frage und zwar habe ich vor ein paar Tagen mit dir schon mal gesprochen und da hatten wir über die Abrogation von den friedlichen Versen gesprochen. Ja. Und da hast du zu mir gemeint, dass da irgendwo immer stehen müsste, wann die Sure herabgesandt wurde. Hast du da jetzt im Koran gemeint oder in dem Tafsir? Ja, die Abrogation besteht darin, dass ein Vers den anderen auflöst. Und die späteren Verse lösen die früheren ab. So ist das. Und jeder gewalttätige Vers hat eine friedliche Verse aufgehoben. Ganz einfach. Ja, ja, richtig. Das habe ich ja verstanden. Aber du hast doch gemeint, da wird irgendwo immer dabei stehen, wann diese Sure herabgesandt worden ist. In Medina oder in Neckar. Ja, das steht immer zu Anfang eines Kapitels. Also sobald du den Koran aufmachst und ganz oben steht dann immer zu Mekka geoffenbart oder zu Medina geoffenbart, Sure 22 oder Sure 25 oder 30 oder was auch immer. Also ich habe jetzt hier den Koran von Bubenheim und hier steht jetzt nichts, wann die offenbart war. Hier steht nur Sure 1, Al-Fatiha, die eröffnete. Hier steht aber jetzt nirgendwo, wann diese Sure herabgesandt worden ist. Ja, also in manchen Koranen gibt es das nicht. Aber einige Korane haben das enthalten, dass du immer da oben drüber, bevor das überhaupt anfängt, dort steht zu Mekka oder zu Medina geoffenbart. Ah, okay, gut, dann muss ich nochmal gucken, dann muss ich mir noch einen anderen Koran holen. Gut, das war es eigentlich schon, Amir. Und vielen Dank für deine Arbeit, alle Ehre dem Herrn Jesus, aber schön, dass du da bist, dass er dich schicken konnte. Allen einen Gottesdiensten und einen schönen Abend. Dir auch, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Tschau. Tschau. Guten Abend. Ich möchte mich taufen lassen, trotzdem, Allah hat alle Religionen erschaffen. Was ist das denn? Oh, danke, Flanky. Thank you very much. Hat ich Liebe dich geschickt. Danke. Flanky hat ich Liebe dich geschickt. Flanky schickt immer viel Herz und Liebe. Den hört man nur schnarchen, der ist nur am Schlafen, der kleine, der kleine, Chumbolumbo. Sorry, ihr Lieben, ich denke, wir machen jetzt langsam mal Schluss oder was, ne? Das war heute wieder sehr, sehr ein guter Stream, denke ich. Wie fandet ihr den Stream? War der eigentlich okay, ne? Ein Gucci. Das ist eine Gucci, ist das eine richtige Mucci. Ja, der war heute gesegnet, ne? Sollen wir noch für den, äh, sollen wir noch beten, ne? Für den einen, der auch gerade hier drin war, ne? Wie wundervoll. Ja, machen wir das? Ja, okay. Herr Jesus Christus, mein Herr, mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen her, dass ich zu dir beten darf, Herr, und dass ich deinen heiligen Namen vor allen Menschen kundtun darf. und dich loben, preisen, ehren und anbeten darf, Herr Jesus Christus. Danke, Herr, dass du stellvertretend für uns bezahlt hast, für jeden Einzelnen, der hier drin ist, Herr. Bitte segne uns weiterhin, gebe uns die Kraft, weiterhin auszuhalten, auszuharren, Herr, bis zum Ende und nicht von deiner Seite zu weichen, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich von ganzem Herzen für die Gespräche, die wir hier geführt haben und dass du die Seelen, die hier mit uns am Reden waren, dass du sie segnest, dass du sie zu dir ziehst, Herr, dass du ihre Herzen öffnest für die Wahrheit, dass sie durch dich die Rettung erlangen dürfen, Herr Jesus, denn du bist der Retter, der in diese Welt gekommen ist, um uns aus dieser Welt eines Tages auch rauszuschaffen. Denn ich bete auch für jeden Einzelnen, dass der bei der Entrückung dabei ist und seine Seele in Ewigkeit gerettet ist, Herr Jesus Christus. Bitte, Herr, wir möchten auch wieder in jedem unserer Gebete unsere Geschwister, die verfolgt werden durch die Hände der Muslime, Herr, dass du ihnen Erleichterung verschaffst, Herr, dass du ihnen Auswege gibst und ihnen Kraft, Mut und Trost schenkst in ihrer schwierigen Zeit, Herr. Wir werden unsere Geschwister niemals vergessen, Herr, und wir werden weiterhin machen und die Finsternis aufdecken, Herr Jesus Christus. Aus das sind wir ihnen schuldig, Herr. Und, Herr, bitte behüte und beschütze uns vor den Angriffen des Teufels, Herr Jesus Christus. Und, ja, lasse dein Angesicht über uns leuchten, Herr, denn deine Herrlichkeit wollen wir eines Tages sehen und, ja, schauen, wie du bist, Herr. Danke für alles, was du tust und noch tun wirst, Herr Jesus Christus. Und dies alles, erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Ja, ihr Lieben, ne, so ist das. So ist das. Ja, mögen die Augen wirklich aufgehen von dem einen oder anderen, dass sie Jesus Christus als ihren Vorbild auch akzeptieren, als ihr Herrn und Heiland, als ihr Messias, der gekommen ist, um sie zu erlösen von ihren Sünden. Ja, wir haben, jeder, jeder Stream scheint irgendwie immer was Gutes hervorzubringen, ne. Zwischendurch kommen natürlich so ein bisschen hier und da mal, äh, Leute, die ein bisschen auf Krawall aus sind, aber ist kein Problem. Antwortet dem Tore nach seiner Torheit, ne, damit er sich nicht rühme. Ja, ich lasse mir das nicht gefallen von diesen Leuten, wenn ich merke, dass das so, wenn es so, dieses Gespräch anfängt, dann muss man natürlich dementsprechend dann auch handeln. Das geht nicht anders. So, okay. Will noch jemand irgendwas sagen, will noch jemand irgendwie hoch was sagen, ansonsten beende ich dann den Livestream, ihr Lieben. Ja, möge auch, äh, der Herr Jesus Christus Amal segnen, die die ganze Zeit hier im Chat nur am, nur, nur am, äh, hier. Ja. Quatsch machen das. Amal. Amal. Weißt du, was Amal bedeutet auf Persisch? Operation. Amal, Kaldi? Amal. Amal, möchtest du noch was sagen, Amal? Amal, Habib, komm, sag uns mal was. Amal, komm, komm, du hast jetzt die ganze Zeit hier im Chat, hast du die ganze Zeit nicht bemerkbar gemacht. Komm, du hast 2600 Abonnenten. Warum kommst du nicht einmal hoch, um zu reden? Hier, ich schicke dir eine Anfrage, komm. Amal. Talon, Amal. Amal braucht Amal vom Herrn. Ich habe eine Operation vom Herrn, genau, hauptvoll. Ist ja auch Iranerin. Amal, Kaldi, genau, sehr gut. Ja. Warum, was hast du denn, Amal? Du bist doch, du siehst doch aus wie eine Ungläubige. Du hast doch nichts mit dem Islam zu tun. Also rate ich dir auch einfach, dich zum Herrn Jesus Christus zu bekennen und deine Schuld vor ihm zu bereuen, damit du wegkommst von dieser Religion, die dich verurteilt für dein Aussehen. Weil wir Christen verurteilen dich nicht für dein Aussehen. Du kannst so rumlaufen, wie du willst. Gott geht es nicht darum, ob du ein Kopftuch anziehst oder nicht. Gott geht es darum, dass du deine Seele und deinem Herz ihm übergibst. Und nicht, dass du Tabarruc begehst, so wie dein Prophet gesagt hat, dass wenn eine Frau ihr Gesicht zeigt, eine H-U-R-E ist. Was soll das, Mann? Was ist das überhaupt für eine Religion für dich? Ist das eine Religion für Frauen? Amal ist seit heute Morgen hier drin. Ja, Amal liebt mich. Amal, she loves me. Sie ist immer hier drin. Sei bitte ruhig. Amal, komm doch zum Herrn Jesus Christus. Oh, Kosinus. Der Kosinus, der sendet immer die passenden Stunde immer die Sachen rein. Amal, lass doch diese Religion beiseite. Komm zum wahrhaftigen Gott und das ewige Leben und rette doch deine Seele. Was willst du als Frau in dieser Religion? Was bietet der Islam dir als Frau? Du wirst von deinen eigenen Glaubensgeschwistern verurteilt, weil du kein Kopftuch anziehst. Dein Gott sagt im Koran, du sollst Kopftuch anziehen und ziehst das nicht an. Was soll das? Amal. Guck mal hier, mein Hund, der ist nur am Schnarchen. Die Schnauze voll von dem Ganzen hier. Der ist müde geworden. Amal stalkt dich jetzt. Ja, keine Ahnung. Ja, aber das Problem ist, sie möchte auch ein bisschen was lernen. Innerlich ist sie natürlich ein bisschen aufgewühlt. Und die Amal weiß ganz genau, dass mit dem Islam irgendwas nicht stimmt. Sie hat auch bestimmte Sachen schon herausgefunden. Ja, welche Frau kann denn damit umgehen, dass ihr Vorbild gesagt hat, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau wegboxt. Das ist unglaublich. Der Umar ibn al-Khatab hat seine Frau in der Nacht so weggeboxt, dass der Aschars sie auseinanderhalten musste. Amal, komm hoch. Ich rede mit dir ganz vernünftig. Ich lasse dich ausreden. Du kannst reden. Wir werden uns deine Probleme annehmen. Ich bin nicht umsonst, Dr. Scheer. Meine Therapiestunde hat begonnen. Komm zur Therapiestunde mit Dr. Scheer. Nein, sag nicht, wie peinlich. Jemand, der glaubt, dass Gott ihm Frauen mit schwellenden Brüsten verspricht, das ist peinlich. Das weißt du auch. Jemand, der glaubt, dass du deinen letzten Ehemann bekommst, den du hier in der Dunja hattest, und dann zusehen musst, wie dein Mann in der Ewigkeit hudel ein zerfetzt, das ist wirklich peinlich. Das ist peinlich. Mohammed hat den Mann entspannt schon erfunden. Sie ist halt neugierig. Sie ist schon seit heute Morgen drin. Ja, natürlich, klar. Sie weiß ja ganz genau, dass ich über den Islam rede und einige Quellen immer zeige. Denn ich rede nicht einfach so, sondern ich zeige ja auch immer Beweise. Sodass die Muslime und alle, die hier drin sind, auch selber nachschlagen können. Was versuchst du hier? Ja, dir ein wenig deine geistliche Fähigkeit, die Dinge bei klarem Verstand wieder normal zu erblicken. Erblicken zu dürfen. Oh, wie der am Schnarchen ist. Hallo. Hallo. Hey. Der Blocker. Amal, komm. Komm, rede mit mir. Ich bin ganz lieb. Ich tue dir nichts. Nur wenn ich merke, dass du auf einmal ignorant wirst, dann flippe ich aus. Nein, ich versuche mich zu beheirchen. Ich versuche mich zu beheirchen. Ich versuche mich zu beheirchen. Amal. 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 Wo bist du, Amal? Where do you go? I wanna know. Nicht weggehen. Where do you go? Amal, komm hoch jetzt. Komm, reicht jetzt. Lass mich nicht hier wieder zum DJ Dr. Cheikh abonnieren werden. Amal. Tawaruj, meine Tawaruj-Begehrerin. Sie begeht Tawaruj. Eine Frau, die Tawaruj begeht, ist eine Frau, die ihren Schmuck vor allen Männern präsentiert. Und sie wird das Himmelreich niemals sehen, sagt der Mohammed. Unglaublich. Amal ist schüchtern. Ja, ist ja nicht schlimm. Jeder ist ein bisschen schüchtern. Ich bin auch schüchtern. Aber wir müssen überwinden. Das bringt nichts, wenn wir so nur schüchtern sind. Wir müssen auch uns überwinden können. Und wir müssen das Eis brechen. Ich bring das Eis zum Schmelzen. Nein, ihr Lieben, komm. Dann machen wir langsam Schluss für heute, oder? Oder möchte noch jemand von euch was sagen? Möchte noch jemand von euch was loswerden? Oder möchte noch jemand irgendwas sagen? Raus mit dir und dein Gelaber. Okay, einmal, okay, jetzt reicht es langsam. Jetzt gehst du aufs Stummschaltpaket, es reicht. Ich habe ein bisschen mit dir Spaß gemacht, damit wir ein bisschen lachen, komm. Aber jetzt kriegst du ein Stummschaltpaket, jetzt reicht es auch mal. Langsam nervt das wirklich. Du selber hast nichts zu tun mit deiner Religion und verteidigst eine Religion, die dich absolut umbringen würde für dein unislamisches Verhalten. Also sowas Heftiges habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Hat mit ihrer Religion nichts zu tun. Fühlt sich aber irgendwie in der Pflicht, irgendwas zu sagen, obwohl ihre eigene Religion ihr zum Verhängnis wird irgendwann. Es ist, das Geisteskrank ist das, Leute, Mann. Ich verstehe das nicht. Wieso, wieso Muslime, die mit dem Islam nichts zu tun haben, aussehen wie was weiß ich was, und dann noch diese Religion verteidigen. Das, das kommt noch dazu. Wo die Muslime dann, wenn sie die Oberhand haben, sie zur Rechenschaft ziehen für ihr unislamisches Verhalten. Das ist unfassbar. Das kann doch nicht, das kann doch kein gesunder Menschenverstand mehr sein. Die kriegt zu Hause keine Aufmerksamkeit deswegen. Nein, das würde ich nicht sagen, diese Aufmerksamkeit. Sie sieht also, dass ich hier bin und mich traue, Dinge zu äußern, die so nicht jeder äußern würde, und dann sieht sie auf einmal in ihren eigenen Schriften, dass ich hier Quellen erwähne, wo sie dann eventuell selber nachschlägt und sagt, oh, was ist das denn auf einmal? Und das will sie nicht, dass ich das, beziehungsweise die ganzen Muslime wollen nicht, dass ich die Muslime da aufkläre. Es ist der Stolz. Sie ist damit aufgewachsen. Ihr müsst es verstehen. Ich würde es verstehen, wenn sie wenigstens einen Niqab tragen würde und sich darüber beschweren. Aber sie selber zupft ihre Augen vor und kriegt nicht mal Hijab. Gar nichts. Und verteidigt noch diese Religion, die sie absolut in den Boden stampfen würde für ihr unislamisches Verhalten. Das ist das kranke Mann, was ich nicht verstehe. Ja, sie hat sich leider noch nie Gedanken gemacht. Sie denkt also nicht weiter darüber nach. Sie denkt, was habe ich denn eigentlich mit dem Islam zu tun? Ich habe doch überhaupt gar nichts mit dieser Religion zu tun. Der kommt immer auf die heftigsten Sachen auf einmal. Danke dir. Schön Schminke auf die Lippe mir drauf. Gib Kuss. Ja, aber das ist ja der Wahnsinn, was ihr auch bestimmt nicht versteht. Wie kann das sein, wenn zum Beispiel diese Itakulla, sie trägt ja wenigstens so ein Niqab, das sieht man ja auch. Die Itakulla, unsere Lieblings-Nikabi. Nikabi-Frau. Sie ist wenigstens jemand, wo man sagt, okay, sie praktiziert wenigstens ihre Religion, aber da kommt auf einmal und verteidigt ihre Religion. Aber da kommt auf einmal so eine Amal, die aussieht wie, was ist denn der Unterschied zwischen ihr und... Ich sage das ja gar nichts mehr, ehrlich. Ami auf Tournee, Max Schmeling, alle. Da müssten wir uns aber alle eine schutzsichere Weste anziehen. Weil ich glaube, das würden wir nicht überleben. Alle mit schutzsicherem Weste und Helm und alle sehen wir aus wie Soldaten. Mit so Dings hier drauf. Überall Polizei mit Kalaschnikopfen. Ja, ich glaube, mein Festival müsste dann, glaube ich, von GSG 9 bewacht werden, damit da keiner stört. Dr. Sheikh Abouamils Festival. Bewacht und powered bei Staatsschutz und Verfassungsschutz. Beschützt von GSG 9 und SEK. Terror-Einsatz-Kommandos. Michael Kuh klärt das schon. Ich glaube auch, der Michael Kuh, der wird das für mich machen. Der wird sagen, Dr. Sheikh Abouamil, mach dir keine Sorgen. Ich kenne diese ganzen Muslimanen. Sie hören auf mich. Mach deine Show, zieh durch. Mach das. Mach deine Meinung äußern und weiter geht's. Ich hüte dich. Ich beschütze dich. Ja, hier. Ein Bärchen. Dankeschön. Zack, Norris. Ja, das ist das Heftige. Die Muslime dürfen sich versammeln und die brauchen auch niemals Angst zu haben, dass irgendwie irgendwas passiert. Aber wenn auf einmal irgendwie eine Demonstration ist gegen den Islam oder Aufklärungsarbeit wie zum Beispiel der Stürzenberger das macht auf der Straße, da gibt es natürlich fast Mord und Totschlag. Wenn zum Beispiel die Polizei nicht da wäre. Absolut kranke. Armin macht Comedy schon mit Allah. Was hat du? Ah! Ilaha! Ah! Illallah! Ah! Beste Konvertierung aller Zeiten. Ah! Immer ah! Anstatt die das niemals da rausgehauen haben. Niemals rausgehauen hätten. Ja. Also ich frage jetzt nochmal, möchte jemand nochmal reinkommen oder irgendwas sagen. Ansonsten beende ich das Ganze. Jetzt komm. Wir haben schon fünf Uhr. Wir haben 348.000 geknackt heute. Wundervoll. Bro, nicht beenden. Ja, was soll ich denn noch machen hier? Wir haben doch schon alles heute zerbombt. Wir haben gute Gespräche geführt und haben den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt. Das ist auch gut. Singen? Soll ich für euch singen? Ihr habt euch dran gewöhnt, dass ich immer singe, ne? Wie heißt das Video mit dem Afrikaner? Das musst du in TikTok, glaube ich, eingeben. Warte mal, wie heißt das? Wie heißt das denn? Oh, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe es bei mir nur abgespeichert. Oh, danke, Kornblume. Ich habe es bei mir. schon wieder Einschränkung Live-Sichtbarkeit eingeschränkt Dein Live ist nicht für Empfehlungen qualifiziert und in Suchergebnissen eingeschränkt Dein Live möglicherweise die für dich Feed-Qualifikationsstandards in unseren Community-Richtlinien nicht erfüllt Grund, hast erfülltes Verhalten Unglaublich, hast erfülltes Verhalten Ja, weil du immer schreist Nein, ich schreie nicht Das kommt immer, wenn ich auf einmal weg bin Dann steht da 10 Minuten Sichtbarkeit, Einschränkungen Und ich drücke dann auf einmal auf Widerspruch Und der Widerspruch wird nicht genehmigt Und dann kommt sowas dann Und jetzt kommt das Okay, jetzt geht es um Und jetzt geht es um Wo ist abo jetzt da? Wo ist abo jetzt, man? Der ist auch immer irgendwo da, wo ist man? Oh, Dankeschön, Majena. Was ist das? Pilz oder was ist das? Ein Cookie? Was war das? Panettone? Hat Panettone gesendet. Panettone? Oh, Dankeschön, Majena. Guschelbärchen. Panettone. Ich lese euch mal ein bisschen was aus dem Johannes-Evangelium vor. Komm. Kapitel 20. Die Auferstehung Jesu Christi. Schaut euch das mal an. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Oh, danke, Majena. Und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die Leinentücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war. Und er sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstanden müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr Frau. Warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabbuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Als es nun an jedem Tag, den ersten der Woche Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, und aus Furcht vor den Juden kam und da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach ihnen, Empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergibt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas, aber einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägel mal sehe und meinen Finger in das Nägel mal lege und meine Hand an seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihnen, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt. In seinem Namen. Amen. Wow, heftig. Wundervoll, ne? Wie der Herr Jesus Christus den Tod besiegt hat, ne? Alle sind gestorben, alle sind im Grab geblieben, außer er. Er hat den Tod besiegt. Siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Danke, Cousinus. Herrlich. Herrlich. Ja, ihr habt, wir haben einen lebendigen Glauben, ne? Keinen toten Glauben. Wir haben keine Religion, sondern die lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Der, der ist Gott, der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist. Amen. Okay. Ja, okay, ihr Lieben, dann beende ich jetzt den Livestream, ihr wundervoll. Abo Hansi, danke dir. Bleibt noch, Brate. Ja, weißt du was, ich lese noch ein Kapitel. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathaniel von Cana in Galiläa und die Söhne des Zebedeos und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen so gleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er aber spricht zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus. So werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Und die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 eilenweit und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153 und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Wahnsinn. Wundervoll, wundervoll. Das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die sie zu schreiben wären. Amen. Wahnsinn. Das ist heftig. Die Bibel ist so ein kraftvolles Buch, das ist unglaublich. Alle liken, wir müssen die 400.000 voll machen. Das ist unfassbar. Ja, das war der letzte Kapitel im Johannes-Evangelium, Kapitel 21. Römer 12. Römerbrief, Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf die Bescheidenheit bedacht sei. Seht ihr, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselben Tätigkeiten haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagungen haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Mahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hass das Böse. Haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch da herunter. Zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das Bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt. So haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte. Sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohle auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wahnsinn. Das sind wahrhaftige Worte Gottes. Geführt vom Heiligen Geist. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Habt ihr was Heiligeres als das gelesen? Seine Feinde zu speisen und zu tränken. Während Mohammed sagt, kill die Feinde. Kill deine Feinde. Kill die Feinde Allahs. Mach sie alle platt. Nimm von ihnen Jizia. Römer Kapitel 13 Vers 8 Wundervoll. Und zu unserem Staunen stellen wir fest, dass in Leviticus Kapitel 19 Vers 33 steht. Pass mal auf. Drittes Buch Mose. Leviticus Kapitel 19 Vers 33. Ich lese mal vor. Ab Vers 32. Vor einem grauen Hopp sollst du aufstehen und die Person eines alten ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei dir in eurem Land wohnen wird, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Der Fremdling, der sich bei euch aufhält, soll euch gelten, als wäre er bei euch geboren. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ich, der Herr, bin euer Gott. Siehst du, der Gott des Islams sagt, nimm Jizia von ihnen. Unterdrückt sie. Macht sie. Der Gott der Bibel sagt, wenn ein Fremdling bei dir in eurem Land wohnen wird, so sollt ihr nicht ihn bedrücken. Der Fremdling, der sich bei euch aufhält, soll euch gelten, als wäre er bei euch selber geboren. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Wahnsinn, ne? Das, der Gott des Alten Testaments, ist der Gott des Neuen Testaments. Eindeutig. Danke schön. Merkt euch das. Leviticus, Kapitel 19, Vers 33. Der Gott des Alten Testaments ist immer schon Liebe gewesen. Und seine Liebe hat er dadurch auch ausgedrückt, dass er seinem Volk befiehlt, die Menschen mit Liebe und Barmherzigkeit zu behandeln. So einfach ist das. Ganz einfache Mathematik, ganz einfache Kiste. Ich lese es nochmal vor. Das geht ja, das ist ja wie Honig. Das ist ja wie, geht runter wie Honig. Wenn ein Fremdling bei dir in eurem Land wohnen wird, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Der Fremdling, der sich bei euch aufhält, soll euch gelten, als wäre er bei euch geboren. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ich, der Herr, bin euer Gott. Wahnsinn. Und der Apostel Paulus sagt in Römer 13 nichts anderes, was im Alten Testament geschrieben steht. Denn die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Amen. Ist das nicht wundervoll? Seid niemand etwas schuldig, außer dass sie einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugnisse ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in dem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Seht ihr? Ein Christ kann niemals irgendwo hingehen, auf einmal jemanden ermorden, weil die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. So einfach ist das. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandern wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkenlagen, nicht in Unzut und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Amen. Wie der Apostel Paulus uns immer wieder so zurückholen will, von allem Möglichen, was wir in unserem Leben so erleben und machen und tun. Und jetzt Kapitel 14, pass mal auf. Nehmt den Schwachen im Glauben an, was wir heute beredet haben mit dem einen, der reingekommen ist. Ja, wir können die Leute doch nicht einfach so abstoßen, nur weil sie Sünden begehen. Wir müssen den Schwachen also aufnehmen. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfrage zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Das machen diese Judaisierer. Die sagen, guck mal, diese gesetzlosen Christen. Das spricht der Apostel Paulus jetzt gerade hier an. Die machen dich ja an, weil du zum Beispiel Speisegebote nicht aus dem Alten Testament einhältst, was nicht für dich gilt. Du bist ja kein Jude. Da sagt der Apostel Paulus folgendes. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Es steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jeder hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn. Denn er denkt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn. Und dank Gott auch. Seht ihr? Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Halleluja. Amen. Wie wundervoll er die Worte bringt. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden. Siehst du, erklärt das der Apostel Paulus. Und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über die lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das Richten richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an für sich unrein ist, sondern es ist für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe, siehst du. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist, siehst du. Die Gnade, dass wir Heiden zum Glauben kommen dürfen und errettet sind, dass wir nicht auf irgendwie Speisen oder irgendwas, dass alles eine Nichtigkeit ist im Vergleich, was Jesus gemacht hat. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist gottwohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem sterben, was zum Frieden und zum gegenseitigen Erbauen dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise, das wäre Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist denjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt. Wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wie der Apostel Paulus das präzise erklärt. Wundervoll. Amir, bitte, spielt Psalm 103 ab, zum Abschluss, ja. Psalm 103. Psalm 103. Jetzt passt los bei E-Mail-F-Poff. Boah, das kann doch nicht wahr sein, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel, sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergeht uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Hund halten. Und gedenken an seine Gebote, das sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Felden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Lobet den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, ein heiliger Name. Was für ein kraftvoller Psalm. Wundervoll. Wundervoll. Aber mir hat nicht Mohammed einen Platz im Paradies versprochen für Geld. Ja, Suche 64 für 17. Suche 64 für 17. Tafsir ibn Khathir. Oder Al-Kurtubi ist egal. Oh, danke, Matthias. Nun entrückt doch endlich. Willst du mich loswerden? Jetzt bleibe ich erst recht. Nein! Wer ist Wake Up? Wo ist Wake Up? Wacke ab. Kann sich Wake Up hier nicht benehmen? Wake Up. Oh. Ja! Komm her! Wake Up! Ach da, Wake Up. Wake Up. Sie hat ein Stumm-Schalt-Paket bekommen, oder wer auch immer das war. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Yes, Amen. Oh, danke, Toni. Okay, Gott segne euch und eure Familie, wundervoll. Psalm 91-Song, ja, der ging mir auch die ganze Zeit in den Kopf. Aber ich wollte nochmal die großen Ich-Bin-Worte des Herrn hören. Was ist das denn? Ich guck mal. Ich bin das Wort des Lebens, Arme. Oh, danke, Toni. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Amen. Du legst über dich selbst Zeugnis ab. Ich muss dir mal vorstellen, die Muslime lesen in unserer Bibel, im Neuen Testament, dass Jesus Christus sagt, ich bin Al-Nur. Jeder, der mir folgt, wird nicht mehr in Finsternis wandeln. Er sagt, ich bin Allah. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln. Das ist so krass. Es ist nicht gültig. Auch wenn ich Zeugnis über mich ablege, ist mein Zeugnis gültig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr urteilt wie Menschen urteilen. Ich urteile über keinen. Wenn ich aber urteile, ist mein Urteil gültig, denn ich urteile nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch in eurem Gesetz heißt es, erst das Zeugnis von zwei Menschen ist gültig. Ich bin es, der über mich Zeugnis ablegt und auch der Vater, der mich gesandt hat, legt über mich Zeugnis ab. Wo ist dein Vater? Wo ist dein Vater? Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr meinen Vater kennen, dann würdet ihr auch mich kennen. Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Johannes 8, Vers 24. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Ich bin von oben. Und ihr seid aus dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Wahnsinn. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Propheten reden so. Also sie sagen, ich bin nicht von dieser Welt. Natürlich, klar. Normale, gewöhnliche Menschen sagen einfach, ich bin nicht von dieser Welt. Natürlich. Das ist ja klar. Jesus ist ja nur ein gewöhnlicher Mensch oder nur ein Prophet. Sie sprechen, ich bin nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin von oben. Natürlich. Propheten sagen, ich bin von oben. Klar. Wen wollt ihr veräppeln? Wollt ihr euch selber anlügen? Das kann doch nicht mehr wahr sein, was ihr da macht, Mann. Propheten sagen, ich bin von oben. Das ist doch krank, ey. Das ist doch nicht mehr normal, ey. Wie könnt ihr das denn nicht erkennen, die Worte des Herrn? Hier, Katnijow. Es ist nicht zu fassen, was ihr da macht, Mann. Was sagt der Herr Jesus Christus? Dass er von oben ist. Aus dem Himmelreich. Unglaublich. Hör nochmal. Ihr stammt von unten. Ich stamme von oben. Ihr stammt von unten. Ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Also Propheten sagen, ich bin von oben, ihr seid von unten. Ihr seid von dieser Welt. Ich stamme nicht von dieser Welt. Das können Propheten einfach so sagen. Oder ist das nur Gott, der sowas spricht? Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Wer bist du? Wer bist du? Der, von dem ich bereits gesagt habe, dass ich es bin. Ich hätte noch viel über euch zu sagen und zu richten. Aber der, der mich gesandt hat, wirkt für die Wahrheit. Und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Wenn ihr den Menschen so erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und dass ich nichts im eigenen Namen tue. Sondern das, was mein Vater mich gelehrt hat, zu tun, was ihm gefällt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr meine Jünger. Und werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Und die Wahrheit wird euch befreien. Wir sind Abrahams Nachkommen. Und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Ihr habt den toll fixiert. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe. Und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. Jetzt aber wollt ihr mich töten. Einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet, wie ich von Gott gehört habe. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr habt den Teufel zum Vater. Er war ein Mörder von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit. Denn es ist keine Wahrheit in ihm. Ihr aber glaubt ihr nicht, weil ich die Wahrheit sage. Amen, Amen, ich sage euch, wer an meinem Wort festhält wird, auf ewig den Tod nicht schauen. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Ja, Vater Abraham jubelt über meinen Tag. Er sah ihn und freute sich. Vater Abraham jubelt über meinen Tag. Er sah ihn und freute sich. Abraham sah den Tag des Herrn, des Herrn Jesus. Und war liebten sich. Was? Du willst Abraham gesehen haben. Du willst Abraham gesehen haben. Amen, Amen, ich sage euch. Ich sage euch. Doch ihr Abraham wurde. War ich, bin ich. Bin ich. Wahnsinn. Ganz wunderbar. Und Juden. Juden. Ausrüstchen. Wie kann das sein? Was sagt ihr da? Wahnsinn. So sieht's aus. Das ist es. Das ist es. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin die Rewe. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Rewe. Wer an mir bleibt, der bringt Früchte. Solidio Gloria. Amen. Ja, ihr Lieben. Ja, gut, Nigel. Okay, ihr Lieben, dann mach ich jetzt langsam mal für heute Feierabend. Ich denke, ihr habt auch noch einige Sachen zu erledigen. Amir, du machst dir keine Freunde bei den Muslimanen. Ich bin auch nicht hier, um mir irgendwie Freunde zu machen, mein Lieber. Denn sonst wäre ich nicht ein Knecht des Herrn. Das ist das. Denn man sollte sich überlegen, ob man sich Freunde macht oder ob man zu der Wahrheit steht. Mach alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, mein Lieber. Okay, ihr Lieben, dann mach ich jetzt langsam Feierabend. Mein Dienst für heute. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch weiterhin im Wort fleißig liest, den Herrn Jesus Christus lobt, ehrt und preist. Und ja, einfach wo ihr könnt, den Herrn Jesus Christus verkündigt auf irgendeine Art und Weise. Das soll ich euch dann überlassen, ne? Gott segne euch, ihr Wundervollen. Oh, Dankeschön, danke, ihr Lieben, danke, Kursus, danke euch allen. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen, euch das Zehnfache zurückgeben für das, was ihr für mich schon hundertmillionfache zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Möge der Herr jeden Einzelnen von euch das geben, was ihr wirklich verdient habt und zwar das ewige Leben. Jeder Einzelne von euch, ob das ein Muslim ist oder ob er sowieso im Glauben ist. Amen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder Einzelne, der das sieht, das ewige Leben in Christus erhält. Amen. Denn das ist es, was wir unserem Nächsten wünschen sollten. Das ewige Leben. Und nicht hier Hass, Wut und weiß ich nicht was. Nein. Die Vergebung in Christus. Die Gnade. Möge die Gnade des Herrn mit euch allen sein. Amen. Okay, lieben Gott, segne euch. Ich denke dann bis morgen. Morgen sehen wir uns dann wieder. Gottes Segen, ihr Wundervollen. Halt den Mann, mein Jesus Christus fest, auch wenn ich nicht mehr da bin. Gottes Segen. Was ist das denn? Achso. Ich glaube, der ist jetzt live. Babu. Komm. Ich schicke mal Babu eine Einladung. Babu, wie geht's dir? Gut an mir, danke. Und dir? Ja, Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Danke, Gottes Segen, Bruder. Du bist auch fleißig dabei, ne? Mit deiner Aufklärungsarbeit. Du bist gut. Du bist gut. Dein Vorteil ist, dass du Arabisch lesen und sprechen kannst. Das ist für dich das Heftigste. Ja, aber für dich, du kannst, du kennst auch die meisten Hadith und so. Ich war auch überrascht von deinem Wissen. Also, du kennst auch schon das, die ganz geheime Sachen kennst du ja auch. Ja, Gott segne dich, aber du musst ganz tief eintauchen in die islamischen Geschichten und Materien und alles und rausholen für alle. Ja, vor allem, wo du gelesen hast, das mit Ibn al-Qayyim, ne, von Ramadan tagsüber mit den kleinen Kindern. Da war ich richtig überraschend. Ich habe gesagt, hä, wie hat der das jetzt rausgefunden? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, die Leute, deswegen sind die alle schockiert über das, was ich da alles herausgefunden habe und wollen mich um Untot machen. Das ist ja, dass der islamische Staat mich umbringen wollte, ne? Haben aus Afghanistan einen Mordauftrag gegeben gegen mich. Ja, natürlich. Das ist mir bewusst. Die schreiben ja auch hier, wir schneiden deine Zunge, wir machen dies, wir machen das. Sie lassen mich auch nicht. Also, ich habe gestern wieder so eine Beleidigung, wo ich schockiert war. Also, richtig, nicht nur Beleidigung, sondern Drohung. Ja, wir kennen, die kommen hier hoch. Wir wissen, wer du bist. Hör auf, lieber, hör auf. Es ist besser für dich. Ich habe gesagt, hä? Das ist heftig, heftig, heftig. Ja, weil du Araber bist. Für dich ist das nochmal heftiger, weil du kannst das Ganze in Arabisch nochmal lesen, ne? Ich sage, ich bin ein Verräter, weil ich Araber bin. Ich habe meine Leute verraten. Was ist denn Verräter? Ich erzähle doch nur die Wahrheit. Wenn ich damit nicht einverstanden bin, wenn ich schockiert bin, was habt ihr dann zu sagen hier? Ja. Das, was mich beruhigt, ist, dass in unserer Länder die Leute viel den Islam verlassen. Das, weil die wissen das nicht. Sie werden schockiert werden, wenn sie wissen, wie viele Leute den Islam verlassen, in arabische Länder. Das sind richtig viele Leute. Jedes Jahr. Aber sie können es nicht frei äußern, sonst werden sie umgebracht, sonst gibt es da, ne? Das können sie nicht, aber wir machen jedes Jahr eine Zählung und da wissen wir, wie viele Leute es gibt. Also Online-Zählung und da wissen wir auf einer Seite am 22. Februar jedes Jahr machen wir eine Zählung. Und da kommen alle, nur arabischsprachige Muslime melden sich dann und geben ein. So wie die Schiuch gesagt haben, das ist ein Tsunami der Apostasie auf uns am Zurasen ist. Viele verlassen den Islam, das ist unfassbar. Ja, ja, da sagen die Niedel, der Islam verbreitet sich. Ich sage, das ist nur die Geburtrate. Das sind nur Afgai-Pfalen-Dings. Die Muslime haben sehr viele Kinder. Und die meisten es nicht verstehen. Die, die es verstehen, die sind geäkelt einfach von der Religion, ehrlich gesagt. Ja. Das sind ja keine, da kann man es nicht mehr, warum mache ich den Islam schlecht? Ich meine, aber wenn der ist schon schlecht, ist, was kann ich dafür? Wenn ein Muslim sowas lag, wenn ein Muslim sagt, warum machst du den Islam schlecht, indem du islamische Schriften vorliest, dann sagt er, dass der Islam schlecht ist. Er ist ja das Kranke, was sie nicht verstehen. Ja, oder ihr sucht nur die schlechten Sachen. Ich sage, ey, du redest hier von einem Gott, der hat gar kein Recht auf Fehler oder auf falsche Sachen. Der muss schon wissen, alles. So, so klar. Ja, oder die sagen mir, die Sklaverei gab es schon, Kinderheirat gab es vor dem Islam. Ich sage, ja, warum kam überhaupt dieser Mohammed? Warum redet er über mit uns, dieser Allah, wenn er schon alles bestätigt, was die gemacht haben? Dann haben die doch alles richtig gemacht, oder nicht? Warum will er einen Prophet schicken, wenn sie schon alles richtig machen? Also der hat alles, was sie gemacht haben, einfach legalisiert. Ob jetzt Pilgerfahrt, gab es schon vorher. Sklaverei gab es vorher, hat er gelassen. Kinderheirat gab es vorher, hat er gelassen. Ramadan gab es vorher, hat er gelassen. Also was hat er zu diesen Leuten zugefügt? Was hat er diesen Leuten gegeben? Ja, er hat einfach diese gürzellinerischen Praktiken in seine neue Religion eingefügt. Das war's. Genau, alles, alles. Auch diese Hajj, das war ja wirklich, die haben damals einfach Statuen gebeten in den Hajj. Das war der Grund. Ich weiß nicht. Die machen es noch bis heute. Ja, wahnsinnig. Wahnsinnig. Das ist für sie eine Identitätsstörung, Bruder. Die nehmen den Islam als Identität. Und das ist das Problem. Die können nicht sagen einfach, ja, ich bin einfach ein Mensch oder ich bin dies oder... Nein, ich bin Muslim. Die denken, dass es in Blut fließt. Ich weiß nicht. Die haben wirklich ein Problem damit. Die fühlen sich dann einfach fremd oder... Ja, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht, warum. Und die hier sind die noch schlimmer als bei uns in unseren Ländern, weil da haben wir keine anderen Religionen, keine... Und die sehen es hier als Konkurrenz mit den Christen und so. Die sehen es als Krieg. Aber nicht nur das. Das Problem ist ja auch, die wollen ja dieses Land, so wie Mohammed ja gesagt hat, wenn ihr in einem Land einmarschiert, Zuge 9, Vers 123, so lasst sie in euch hier Härte auch vorfinden, ne? So ist das. Die wollen langsam, langsam, bis sie sich ja hier... Aber die haben sich jetzt getäuscht letztes Mal, wo sie die Demonstrationen gemacht haben. Die dachten, die hätten schon Macht, aber die haben ja keine Macht, ne? Das war zu früh. Aber die versuchen, ne? Die zeigen so Präsenz, die versuchen alles, ne? Das ist das, ne? Wir wollen natürlich aus Deutschland was ganz Bösartiges machen, ne? Die lauten sind die Salafisten. Die lauten, die ganz netten Muslime hören wir nicht. Die machen nicht. Und die bekämpfen auch nicht, diese Salafisten. Also, wenn ihr sie nicht bekämpft, dann halt einfach die Klappe und lasst uns machen. Ja. Und sagt nicht, nein, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Oder nee, das ist nicht der Islam. Die wollen, jeder will jetzt seine eigene Tafsir bringen. Jeder will seine... Das ist bescheuert. Sachen, wo es Ijmer gibt, da kann man gar nicht mehr sagen. Du kannst so sagen, über Kindesheirat, da gab es noch nie ein Problem. 1400 Jahre erst jetzt, weil ihr das unmoralisch findet, und wenn ihr jetzt kritisiert dafür werdet, wollt ihr irgendein anderer Tafsir. Aber die können nicht. Die können wirklich nicht. Die meisten problematischen Sachen gibt es ein Ijmer dafür. Weißt du, das ist das Problem. Die meisten, die schlimmsten Sachen gibt es ein Ijmer. Ja, da gibt es keine Zweifel drauf. Da kann man nichts machen, leider. Sie können drohen, wie sie wollen. Ich höre nicht auf. Ich höre nicht auf. Ich hoffe natürlich, dass du dir auch selber Gedanken machst um deine Ewigkeit. Weil du eines Tages gehst ja auch in den Tod. Dass du wenigstens eine Versicherung für dein ewiges Leben abschließt. Das ist was. Ich habe auch hier christliche Freunde, die mir... Ich hoffe, dass wir dir auch immer von Jesus Christus erzählen, Babu. Weil du weißt ja, Islamaufklärung ist schön und gut. Aber du weißt, wie gefährlich das ist. Und dass du wenigstens eine Versicherung für dich hast. Dass du den Herrn Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland annimmst. Und dann auch nach deinem Tod in Sicherheit gebracht wirst. Verstehst du? Verstehe ich, Bruder. Verstehe ich. Ja, ich will aber dann auch wirklich... Ich will das richtig lernen. Ich werde dann auch angegriffen. Wenn ich eine Religion annehme, dann wird auch meine Religion angegriffen. Und ich musste da schon Wissen haben, damit ich es auch verteidigen kann. Verstehst du? Wenn ich unwissend bin und die kommen und dann kritisieren meine Religion. Oder zum Beispiel, wenn ich ein Christ bin. Und dann kann ich ja auch nichts sagen. Verstehst du? Ja, klar. Aber gut, in Jesus Christus hast du gar nichts zu kritisieren. Weil er ist sündlos. Selbst im Koran, in Surah 19, Vers 19 heißt es, ich schenke dir einen reinen, einen lauteren. Der hat niemals gesündigt. Und in Sahih Bukhari heißt es, dass Allah den Satan erlaubt hat, jeden Menschen anzutasten. Außer zwei, Mariam und Jesus Christus. Guck mal, wie heilig. Ja, ich weiß, dass er in seinen Seiten, in seinen Seiten, ja, ich weiß, Jesus hatte ein schwert. Er hat keine Menschen versklavt, er hat keine Kinder, er hat mir schon bewusst, dass er gar keine Sünden gemacht hat. Ja, aber Mohammed, das war der größte, er hat alle Arten von Sünden gemacht, alles, ob jetzt töten, ob Kindesmissbrauch, ob alles versklavt. Er war gegen Sklavenbefreiung. Und dann kommen sie und sagen, nee, er wollte die Menschen befreien. Und wenn ich in die Hadith lese, finde ich, da hat die Leute beleidigt, die die Leute befreit wollen. Der Typ wollte sechs Männer befreien, der hat ihn beleidigt. Und er hat vier Leute zurück zur Sklaverei geführt. Du kennst wahrscheinlich den Hadith, wo der alte Mann sechs Sklaven befreien wollte. Und dann geht es zu Mohammed. Kennst du diesen Hadith, wo der Mohammed, ein Meister, gestorben ist und der Sklave endlich seine Freiheit haben wollte, der Mohammed aber das mitbekommen hat, den Sklaven genommen hat und ihn verkauft hat an den Nächsten. Ja, der war dagegen, der war dagegen. Sogar hier, der Typ hatte sich schon befreit, sechs Stunden, das ist doch ein Jackpot, der sollte froh sein. Sechs Leute wurden befreit. Und der sagte Mohammed, nein, er hat drei geteilt, zwei, zwei, zwei Gruppen, hat nur zwei freigelassen und vier zurück in die Sklaverei geschickt. Und er hat ihn noch beleidigt, weil er die Leute befreien wollte. Wahnsinn. Ja, das ist, da siehst du, wie es hört sich an, wie der islamische Staat, ne, so ist, da ist, ne? Ja, genau, ja, ja. Und nur, und diese Sache mit Sklaven befreien, nur der Moslem-Sklave darfst du befreien und nur wenn du eine Sünde begehst. Also wenn du ein guter Moslem bist, brauchst du keine zu befreien. Ja, heftig. Und das ist eine Bestrafung für dich, damit du das nicht mehr machst und dann eine Sklave befreien musst. Außerdem, ich könnte sagen, ich brauche einen Sklavenmarkt, weil ich will die Leute befreien. Wo soll ich die Leute befreien, weil ich keinen Sklavenmarkt habe? Das ist alles kontraproduktiv in dem Islam. Ja. Es ist nicht, macht gar keinen Sinn. Ja, Freunde, willkommen, danke. Ja, das ist schon krass, wie die hier einfach stur sind und egal, was du ihnen sagst, die verstehen das einfach nicht. Wo finden wir nochmal den Hadith? In sunnah.com ist er auch, ne, mit dem Verkaufen des Eins-Sklaven, wo der Meister stirbt, ne? Du musst dich gucken, warte mal, der von sechs ist tausendmal besser, warte, Bruder, zeig mal den von sechs, wo der sie... nicht befreien wollte, warte, ich sag dir, wo... Oder das von seiner Frau Meimuna, wo sie ihre Sklaven befreit hat und er sagte, hättest du sie lieber deine Onkels verschenkt? Also hättest du mehr Belohnung von Allah und sie nicht befreien. Also man bekommt mehr Belohnung, wenn man die Sklaven verschenkt und nicht befreit. Das ist schon krass, gell? Im Rahm geborener Hussein berichtete, dass eine Person, die kein anderes Eigentum hatte, sondern sie zum Zeitpunkt seines Todes sechs seiner Sklaven freiließ. Allahs Gesandter rief sie und teilte sie in drei Gruppen, warf das los unter ihnen und ließ zwei frei und hielt vier in der Sklaverei. Und der heilige Prophet sprach streng über ihn. Der hat ihn beleidigt, also der hat ihn noch beleidigt, weil er die Leute befreien wollte. Im Arabischen ist es noch heftiger, ne? Ja, der hat ihm richtig harte Wörter gesagt, der hat ihn richtig beleidigt, weil er die Leute befreien wollte. Schadid ist auch bei uns im Persischen, also so kraftvoll, also kräftig, ne? Schadid. Also wenn das hier ein Beweis, wenn das hier irgendwas beweist, dass Mohammed gegen Befreiung von Sklaven war, oder nicht? Das ist doch ein klarer Beweis. Das ist doch krass. Und das mit seiner Frau, Meimona, kennst du, wo sie die Sklavin befreit hatte? Warte, ich sage dir die Nummer. Speichere das, was ich dir... Ja, natürlich, ich habe das abgespeichert. Okay. Ja, hier. Hier, ja. Sahih ibn Khuzima oder Sahih Bukhari ist einfacher für die meisten, gell? Sahih Bukhari 2592. Sahih Bukhari 2598? Nein, 2592. Ah, 2592. Ja. Zeig uns, Bruder, kannst du lesen, bitte? Ja, sofort. Sahih Bukhari 2592. Ich weiß, 2592, ne? Richtig. So. Hey, Mohammed hatte 54 Sklaven, die sind alle mit Namen bekannt. 54 Sklaven hatte ich. Maimona bin Harid, die freigelassene Sklavin von Ibn Abbas, erzählte ihm, dass sie eine Sklavin freigelassen habe, ohne die Erlaubnis des Propheten einzuholen. An dem Tag, als sie an der Reihe war, beim Propheten zu sein, sagte sie, weißt du, oh Gesandte Allahs, dass ich meine Sklaven freigelassen habe? Er sagte, hast du das wirklich? Sie antwortete mit, ja. Er sagte, du hättest mehr Belohnung bekommen, wenn du sie, das heißt die Sklaven, einem deiner Onkel mit der Lisev sei, als gegeben hättest. Also, du fährst du? Also, Allah belohnt nicht die Leute, weil sie die Sklaven befreien, sondern der belohnt die Leute, weil sie die Leute weiter versklaven. Wie krank ist das? Das ist doch nicht normal. Also, das ist jetzt noch ein Beweis, dass er gegen Befreiung vom Sklaven war und dass er für die Sklaverei war. Wo war denn dieser eine Hadith, wo der Mohammed den Sklaven nimmt und ihn einfach verkauft, obwohl dieser Sklave endlich sich freut, frei zu sein? Ja, aber der ist ja wirklich, dieser Hadith, den ich meine, der ist ja wirklich sehr, sehr krank. Der ist ja wirklich so krank. Wie bösartig. Warte. Warte. Ist das auf Bukhari? Ich weiß nicht wo. Ich denke, das ist in Bukhari oder sei in Muslim. Ich versuche das auch gerade. Ach, das mit den zwei schwarzen Sklaven ist auch heftig, ne? Wo er einen weißen Sklaven gegen zwei schwarze Sklaven eintauscht, der Mohammed, ne? Auch Safira. Wie kann ein Afrikaner, wie kann ein Afrikaner zum Islam stehen und zu Mohammed, der schwarzafrikanische Sklaven hatte und sie eintauschte gegen einen weißen Sklaven? Das musst du dir mal vorstellen, was hier los ist. Der hat aber doch, Safira hat ja auch gegen sechs Sklaven getauscht. Also Safira war ja nicht von Mohammed Anfang an. Sie war, sie hat, sie war die Beute von Dehiel Kelbi, ne? Safira. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Sondan Abidawud 3955. Sondan Abidawud 3955. Leute, zieht euch das mal bitte rein. Ein Mann erklärte, dass sein Sklave nach seinem Tod frei sein würde, aber er hatte kein anderes Eigentum. Also befahl der Prophet, ihn zu verkaufen. Dann wurde er für 700 oder 900 Dirhem verkauft. Der Sklave. Wahnsinn, ne? Ja. Und Safira, die war doch seine Frau, gell? Als er. Also die hatten doch einen Krieg, gell? Ja. Und dann kamen Leute zu Mohammed, die haben gesagt, ey, die hat eine sehr schöne Frau bekommen, die haben das geteilt und wir wünschten, sie wäre deins, ne? Und dann Mohammed ist zu Dehiel gegangen und der hat Safira gesehen, die hat ihm gefallen. Dann hat er ihm gesagt, okay, willst du mit mir tauschen? Ich gebe dir sechs Sklaven und gib mir Safira. Also der hat sechs Sklaven gegeben für Dehiel, getauscht gegen Safira. Warte, hier. Dehiel Kelbi. Dehiel Kelbi. Der war doch Jibril, diese Dehiel Kelbi. Der hat immer die Rolle von Jibril, der hat immer den Leuten gesagt, das ist nicht Jibril. Das ist nicht Dehiel, das war gerade Jibril, der im Bild von Dehiel kam. Der hat es immer gemacht. Hier. Ja, warte. Bukhari, glaube ich. Ja. Ja, hier. Sahih Bukhari 371. Aber das ist eine lange Hadith. Sahih Bukhari 371. 2, 7, was sagst du? Sahih Bukhari 371. 371. Ja. Boah, das ist ein riesen Hadith. Ja, ja. Der hat getauscht mit Sklaven. Der hat die ganzen Sklaven von Benukhoreda verkauft. In so einer Stadt. Hat er dann mit dem Geld Waffen und Pferde gekauft. Für die, die sagen, dass Mohammed noch nie Sklaven verkauft hat. Danke, Freunde. Danke. Hallo an euch alle. Ja. Anas sagte Allahs Gesandter in Chaiwad ein Fehl. Verrichteten wir dort am frühen Morgen das Fajr-Gebet. Als es noch dunkel war. Der Prophet ritt und Abu Tala ritt auch und ich ritt hinter Abu Tala. Der Prophet ging schnell durch die Gasse von Chaiwad und mein Knie berührte den Oberschenkel des Propheten. Er entlöste seinen Oberschenkel und ich sah das Weiß des Oberschenkels des Propheten. Als er die Stadt betrat, sagte er, Allahu Akbar, Chaiwad ist ruiniert. Immer wenn wir uns einer feindlichen Nation nähern, um zu kämpfen, wird das Böse der Morgen derer sein, die gewarnt wurden. Er wiederholte dies dreimal. Die Leute kamen, um ihre Arbeit zu erledigen. Und einige von ihnen sagten, Mohammed ist gekommen. Einige unserer Gefährten fügten hinzu mit seiner Armee. Wir eroberten Chaiwad, machten die Gefangenen und die Beute wurde eingesammelt. Dahir kam und sagte, oh Allahs Prophet, gib mir eine Sklavin aus den Gefangenen. Der Prophet sagte, geh und nimm eine beliebige Sklavin. Er nahm Safiyah bin Hunay mit. Ein Mann kam zum Propheten und sagte, oh Allahs Gesandter, du hast Dahir Safiyah bin Hunay gegeben. Und sie ist die Oberherrin der Stämme, Hunayda und Anadir. Und sie gebührt niemand außer dir. Also sagte der Prophet, bring ihn mit. Also kam Dahir mit ihr und als der Prophet sie sah, sagte er zu Dahir, nimm jede andere Sklavin außer ihr aus den Gefangenen. Anas fügte hinzu. Der Prophet ließ sie dann frei und heiratete sie. Thabit fragte Anas, oh Abu Hamza, was hat der Prophet ihr als Marge bezahlt? Zeremonie. Und nachts schickte sie sie als Braut zum Propheten. Der Prophet war also ein Bräutigam und sagte, wer etwas Essen hat, soll es mitbringen. Er bereite ein Ledertuch aus für das Essen. Und einige brachten Datteln und andere Kochbutter. Ich glaube, er anders erwähnte As-Sawak, also bereiteten sie ein Gericht namens Heiß, eine Art Mahlzeit zu. Und das war Walima, das Hochzeitsbankett des Gesandten Allahs. Wahnsinn. Eigentlich hat er ihnen sechs Sklaven gegeben für sie, den Hadid gibt es noch, ich muss nur noch mal suchen. Ich habe, wie gesagt, hier keine Bücher, das habe ich nur einfach noch im Gedächtnis. Die meisten Hadid und die, ja, zu viel zu. Die war ja normalerweise von Bernou Nader, die hatte sich schon verjagt in Bernou Nader und die sind zu Haibar gegangen und die hat sie dort auch noch gefolgt. Und die hatte schon ihren Bruder, ihren Cousin, ihren Vater getötet in Bernou Nader und dann auch ihren Ehemann, die war ja eine Braut. Und an dem gleichen Tag, du hast gesehen, hatte sie dann auch zu sich, was heißt heiraten, die hatte ja gar keine Wahl. Ja. Ja. So viel zum Sklaven befreien. Der Prophet war der barmherzigste Mensch. Also wenn das für sie alles normal war, warum schickt Allah überhaupt eine Botschaft? Der hat alles bestätigt, was sie gemacht haben. Wenn er die Sklaverei nicht verbietet, wenn er Kinder nicht verbietet, wenn er die ganzen kranken Sachen nicht verbietet, warum verbietet er dann Schweinfleisch? Ich meine, war das wirklich das Problem Schweinfleisch und Adoption? Waren das wirklich die schlimmen Sachen, warum Allah mit uns sprechen will? Man versteht diese Leute wirklich nicht. Abu Schienbein, ja. Hier. Sahih Muslim, von Sabaya Autos kennst du, wo die Männer sich geschämt haben, mit den verheirateten Frauen zu schlafen. Hörst du mich, Bruder? Wie gesagt, du spielst jeden Tag mit deiner eigenen Errettung. Ja, das ist das. Sehr wichtig, dass du selber deine Ewigkeit nicht verpasst. Ja. Traurig um so einen intelligenten, gebildeten Mann wie dich, das ist das. Danke, Bruder. Danke, danke. Sehr nett von dir. Danke, Bruder. Das schätze ich sehr. Okay, musst du jetzt weg? Ja, genau. Ich muss jetzt einige Sachen erledigen und dann hören wir uns später, eventuell, so Gott will oder dann. Gerne, Bruder. Danke dir, ja. Okay, Gott segne dich, deine Marit. Gott segne dich. Danke, Bruder. Ciao. Ich muss mal hier, mich wieder wegmachen. So, dann machen wir jetzt langsam mal Schluss. Und ich denke, dann hören wir uns eventuell dann morgen später. Ich weiß nicht, je nachdem, wie ich das... Alles seid nicht schaffe ich, wundervoll. Gottes Segen und haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Lasst niemals zu, dass ihr durch irgendwas anderes vom Herrn Jesus Christus abgebracht werdet. Niemals. Haltet am Herrn fest. Gottes Segen, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.